helft doch mit bei der rettung der erde helft doch mit bei der rettung der erde fahrrad fallen wenig fleisch und der breien auch vielleicht habe ich aber schon mal besser gehört und wir nachher auch eine runde spielen ich bring dich um wenn du dich jetzt nicht bewegst ich bin wieder einfach nur im wolken gucken wie immer ist einfach wie immer bläden auf karte opa geschützt gut sind sie aus lachsmann auch mal intelligent mit der brille das gibt es werde ich bin gerade hier in diesem west anstatt kennst du dich schon da wo nach der das event ist nicht oder nicht ja genau hier war gerade so ein hobe lauf verstehst du ja ja killer hat diesen trick also ich gehe davon aus dass du jetzt erst mal in den nächsten so 10 20 minuten keine zeit hast vorbeizukommen in der werkstatt rein theoretisch kann ich versuchen ich muss mal nachfragen zum erwerb nein leider nicht aber du brauchst was zu essen hier in einem das hier vielen dank guten appetit ich bin gespannt kann ich mal mit dem auto jetzt weg waren oder braucht ihr noch irgendwas ich denke jetzt bleiben jetzt eh alle hier oder ich kann man auch gleich wieder brauche irgendwie noch essen oder so wie sind die ressourcen auch hier reicht das werden ich könnte ein bisschen was zu essen und zu treten also essen könnte ich gebrauchen okay dann bringe ich mir was mit wir haben jetzt zu werden habe ich muss die nach ich habe jetzt kommen wir brauchen wir noch irgendwas ich weiß mal los beim auto soll ich irgendwas mitbringen essen wenn du findest ja 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 ich brauche noch den kettensägel die nach bist du da ich bin arbeite mit diesen projekten gesteckt also wird jetzt mit dem auto mal kurz losdüsen willst du mitkommen oder willst du hierbleiben willst du nicht spielen ne jetzt gerade nicht also ich bin erst um 21 30 dann wahrscheinlich wieder hier der werner von der werkstatt von rusco's customs hat mich gefragt ob ich mir mal kurz so einen ganz geheimen raum angucke verstehst du da weiß ich nicht da ist irgendwas was wird aber hast du ein kürbis für mich hat nichts besser ist hier gerade wie lange hältst du noch durch okay dann schnell möglicherweise habe ich ein problem beim hörgerät aber das löse ich dann später erst mal was zuerst ich bin ehrlich mit der musik bist du aber kein gangster ich schiebe es hier weg gefertigen hat 5 meter das ist heute schon die vierte einhänge und es gibt nicht so viele äxte brian hast du noch äxte soll ich deine sachen die jetzt hier wieder geben oder soll ich die erst mal mitnehmen lass mich in Ruhe nimmst du die erst mal mit ich habe gerade absolut keinen platz okay ich packe mein auto bis später dankeschön hey zuko ja vielleicht ist das schon weg okay ich glaube was sagst du ich darf vorne sitzen ja klar du darfst immer vorne sitzen mein liebling ach so liebling willst du ja nicht scheiße leer aber wie sah es eigentlich für mich aus von oben war bestimmt chaotisch oder ja war ein bisschen chaotisch also das als zuschauer nachzuvollziehen ach scheiße hier ist kein offroad auto als zuschauer das nachzuvollziehen wenn man gar keine ahnung hat ist ein bisschen schwierig aber ich habe ja ein bisschen background wissen also ging das das stimmt das scheint er auf dem auto gewonnen wie heißt auch lina ach scheiße das schild wie heißt auch lina aber es ist ein running gag dass ich den namen falsch sage ja habe ich ja auch aber es geht erst mal um dein essen und dein wohlbefinden verstehst du ich möchte erstmal dass du satt bist verstehst du das wohl meiner freundin ist mir das allerwichtigste ja ich bin satt ich bin nur trocken kein problem kein problem es ist doch ein supermarkt ist da nicht was ein Apfel oder sowas ernsthaft alles gelootet scheiße weiter gehts ja Petra range alles gut wir können weiter fahren wenn du nichts hast die hat ja ich habe auch genug ich gebe dir ein paar kürbisse aber wir müssen entschuldigung was sagst du alles gut alles gut alles gut ich kann lauter reden und langsamer eventuell ach lina du bist wirklich ein goldstück weißt du das ich habe mit dir einen richtig guten Fang gemacht ach du scheiße oh ja hast du ich meine Generator anzuzünden und zwar als erstes ich mag deine bescheiden Art ich muss hier bei der Party tausend komm follow me follow me yeah tausend creep i give you tausend mit mir fü- du musst uns hier so durchschlängeln ach was hast du da kannst du was mitnehmen kannst du dir auch einen Kürbis nehmen ja wenn dir was ist aber ich gebe dir auch ach du scheiße ich gebe dir noch mehr nein das ist mein chef guck mal wo die Kürbisse sind ich werde angerufen scheiße ich habe das angerufen oder hallo hey ja moin laxi ich bin es noch mal hast du was rausgefunden also wenn es nicht passt dann können wir das noch später machen gar kein Problem also ich würde jetzt kommen ja ok geil dann bis gleich ja bis gleich hey Antoine was geht ok ok passt perfekt hast du dir ruhig hast du dir den ganzen rausgenommen den ganzen großen Kürbis du weißt schon ja ich habe ein Stack geholt sehr gut ich habe gerade extra versucht das Wort Stack zu vermeiden du sagst das einfach scheiße Anna ganz nach Hause ganz nach Hause du ja ok ja dann fahren wir direkt weiter mal gucken was der da so hat in deinem gereimen Raum ich habe ein bisschen Angst um ehrlich zu sein das ist auf jeden Fall nicht unrealistisch vertraut hast du ihm so wenig nein nein ich vertraue er schon der will mir die Geheimnisse seines Chefs zeigen dem Herrn Edo P wir müssen mal sehen was da passiert der Edo P ich verrate jetzt mal was also das muss aber unter uns bleiben und ich vertraue dir gerade nach der heutigen Aktion also der Edo P ja es tut mir leid es tut mir doch immer noch leid jetzt halt mir das nicht wieder vor ach man ja also der Edo P ist vielleicht ein bisschen besessen von seinem bleifrei was er da hat ich glaube der hat bleifrei in den Adern und er will seine Religion hier durchsetzen die bleifrei Religion das ist der einzige Gott der zählt ach keine Sorge mit für die Feuer tragen wir es ihm aus ja genau das ist das Problem das wird vielleicht zu einer explosiven Sache denn er will die Kirchen da oben auslöschen und alle sollen am bleifrei da oben bleifrei habe ich gesagt shit aber die ist doch so hübsch ach ja ich habe es auch gesagt aber naja lass uns erstmal fahren scheiße aber nee warte mal ich muss glaube ich erstmal kurz schlafen gehen vielleicht kann ich ja nach die Zukunft lesen oder so hier gehts voll schlafen okay warte so lang hier auf dem Teppich ist doch einfach die okay ach Leute dieser Soundbug ne ich hätte vorher nochmal rauszappen sollen ne aber der 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 Bug ist schon echt ein bisschen neuing da machst du halt aber auch nischt da machst du auch nischt so so shit wer ist da noch da von euch können wir ganz kurz mal rein aiden ich weiß es wird anstrengende Zeit ne wer noch da ist und den Elan hat entweder zwei Buchstaben oder das Emote in den Chat zu schmeißen der kann das gerne machen hey 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 der Jens Bumsel ist da schreibt eins das geht auch Akku ist da Andy Kanone Kaijubo Raw Pod wir sehen Captain Crazy wir sehen viel zu schnell Gänseblume DJ Ono Darkstreicher Tushi Farbrains das ist zu schnell nicht zu viele offen Julee Crossy Tushi Thump ist am Start der Berlinchen ist auch da Ey Nögel Ja auch ein Jocke ist noch Schubito Ötep ist am Stüssel Martin mit AHDMI Full HD Elo Loop Fox ist natürlich auch noch am Stüssel Belze Dude ist auch da Mal versucht Doppelt Enter zu rücken ja habe ich schon mal hätte ich gerade noch mal ausprobieren noch mal machen sollen manchmal hilft das der Tom ist am Stüssel Mox ebenfalls Arthur M2CP Gänseblume 8 nochmal rein Kalutzeus Leisha oder Der Leisha oder Leisha ich weiß es nicht Uh Ey Meister Eder Blablabla 8 hier nicht rein aber winkt das ist auch okay 3RM Karma 2 ist am Stüssel Streunay Oh Gott sind viele Leute hier Leute wie ich weiß gar nicht wie viele uns zuschauen bestimmt 8 Millionen ich will es auch gar nicht wissen sonst bin ich aufgeregt ne Chance ist am Start der Train Ashadra ist auch da Nice Simvarei Draco Mentat 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 Man Draco okay wir bleiben bei Draco Antares ist auch am Stüssel Gintap ich brauche echt ewig ne Gegenliebe ist am Stüssel Goast Wo kommt ihr denn alle her Chat jetzt mal eine einzelne Chat wer jetzt von Dalu reingekommen ist oder wer generell von Dalu kommt Sepsis am Start Netzhafel Nigo Metus Pedia ist am Stüssel MIG Walnuss Wird lol Sveva Ikea 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 Ulmen Exitus Metro Fox Ach Gott sind ja viele Leute Oktar Walnuss Riese ist auch da Ey Leute Midi ist auch da Ich folge dir jetzt Hehehehe Marwa Vega Genamen Was Jetzt sind nur Leute von Dalu Leute Das sind alle Dalu Only Stream hier Und die Mods Ich folge dir jetzt Hehehehe Herzlich willkommen alle Ey schön dass ihr da seid Tut mir leid falls ich jetzt irgendjemand nicht vorgelesen habe oder übersehen habe Ähm Ja Ja Parallel Ja Dalu macht gerade irgendwas anderes Er hat irgendein anderes Game Ich habe das vorhin schon in der Ankündigung gelesen Auf Twitter übrigens Wo wir tausend Follower geknackt haben Vielen vielen Dank Leute Vielen vielen Dank Ja Leute ey Ohne Quatsch Ich freue mich wenn ihr nur mich schaut Aber das ist überhaupt nicht nötig Ich freue mich nämlich auch wenn ihr andere schaut Weil so viele Leute einfach toll sind Sehr sehr viel Spaß macht Dementsprechend ähm Das ist äh Sharing Ja Ich folge dir jetzt Hehehehe Hehehehe GoldenFox ist lax positiv Beim tausend auf Twitter ja Vivi ist auch da Nicht von Dalu Sondern eigentlich von RocketBee Ich folge dir jetzt Hehehehe Hab ich da im Background rumrennen sehen Und dann Kriegst du schon zwei Tagen Achso Vivi Das rumrennen hat schon gereicht ja Und dann hat der Lachs mal noch den Mund aufgemacht Ja Dann war alles vorbei Von Schemund auch Vielen vielen Dank für den Sub Ganz was lieb Wir sind jetzt bei 455 Subs Mir vor dem Projekt jemand gesagt hat Dass wir so viel Subs Dass wir ein paar Follower dazu bekommen Hätte ich gedacht Aber dass wir so viel Subs bekommen Das nicht Weil man irgendwo jemanden unterstützt ne Muss muss ähm Ja auch erstmal ein bisschen Zeit vergehen Ja man kann ja nicht jedem XBD wegen Lachs hier einfach mal so ein Sub zu stecken Das macht ja keiner Würdet ihr ja nie machen ne Aber ich bin sehr dankbar Der Name Mentat ist die Berufsbezeichnung von Kufia Havrad aus der Wüste Habe ich nicht gesehen Oder gespielt Oder was auch immer Aber Ja Vielen vielen Dank Schemund auch Herzlich willkommen an Alle neun vom guten Dalu Ich hoffe wirklich Dass Dalu und ich Weil es macht mir so viel Spaß Danach auch nochmal irgendwie Bei anderen Games was zusammen machen Ich mein Valorant haben wir schon zusammen gespielt Aber Vielleicht kann man ja das ein oder andere Vielleicht das ein oder andere noch zusammen zocken Ja relativ vielseitig auch Was ist mir wegen mir jetzt sogar ein Twitch Account gemacht Um dir zu folgen Weil von dir nach auch Vivi Das ist lieb Das ist echt lieb Danke dir Das sind hier zwei Ja das ist tatsächlich eher nicht so meins Ich hoffe es auch Seid schon klasse du Ja also die Humorgeschichte Ich folge dir Also die Das passt einfach vom Humor ne Für immer Ja vielen vielen Dank Bis wir immer folgen Okay Leute wir gehen wieder rein in den Lachsmann Und ihr wisst wenn die Stimme switcht Dann will ich hier die Lachsmänner im Chat sehen Wenn wir hier 450 plus Abos haben Dann haben wir auch 450 plus Lachsmänner im Chat So Liebling ich bin Ach scheiße Guten Morgen Und Ich höre deine englisch gleiche Stimme wieder Gut geschlagen Wir können losfahren Klar Ich habe das Schild hier rot gemacht Vielleicht kannst du es dir mal merken Wie heißt ich? Quizfrage Weißt du eigentlich dass ich nicht lesen kann? Ähm Okay ja gut dann machen wir weiter Komm Ich kann lesen Wir hätten wir sonst vorhin den Escape Room gelöst Lina Ist doch klar Na gut geraten schätze ich mal Das werden aber viele Zufälle Aber das wird das mit der 3 und der 8 erklären Ja das stimmt 3 und der 8 das sehen auch so ähnlich aus Hm Okay wir fahren jetzt zum Werner Das netter Typ Oh Moment also Hier Achtung schweiz wurde auf uns geschossen gerade Was kommen wir überhaupt an? Ja immer wenn ich der Stadt fahre dann ist das so Das zieht sich Das ist einfach nur echt schlecht Das zieht sich wie so ein Gummi Aussteigen Hast du ein Problem mit meiner Fahrweise oder was? Ich bin unten erledigt Nein Nein Soll ich fahren? Ist das Wie jetzt? Sagst nein und dann willst du fahren? Was jetzt? Ich mein Hallo 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 Ich bin sofort da Ich musste kurz ins Bett gehen weil mein Hörgerät kaputt war Ich bin sofort da Gerne gerne Achso alles klar Okay gleich Okay I will start Look how clean it is Oh my god It will shine again like a brand new car Oh my god Look at this Oh my god Look at this Und Look at this Look at this Look at this Hier auf der Straße dankeschön das ist einig ich glaube ich habe die kürbisse geklaut ja das war auch gut so ich habe mir quasi im ball zugespielt und du hast den klar angenommen mir hat noch nie jemand was geklaut außer das wasser aus meinem pool aber dafür hatte ich den nächsten tag dann wodka drin aber hey noch mal zurück zum thema wenn du noch einmal sagst dass ich schlecht war aber dann kommen wir nicht heil an aber dann ist doch egal ich folge dir jetzt okay pass auf bremsen ist für verlierer jetzt ein und dein ziel ist es bis da unten zur werkstatt zu fahren geradezu muss das auch aufschließen und rechts dieses rote schiebeschalter da musst du mal dran drücken unten rechts ist so ein schiebeschalter und roter ergen und jetzt einfach folge ist einfach mit purer willenskraft das habe ich neu das wohnmobil ich glaube du musst bremsen und komm mal jetzt da bist du dem eingang recht ich bin da nie gefahren ja hier rechts ganz lange ran von jetzt sind wir schon da ja das ist gut jetzt ausgang jetzt ja stopp stopp jo moin was machen sie da sagst du kannst doch nicht jemand anderes mitbringen dass meine freundin mit dir zusammen haben wir ja alle okay okay aber du musst super also dass jetzt niemand weiter erzählen ja was du gleich siehst ich erzähle aber alles dem lachsmann mein chef und die anderen sind noch eine weile weg also ich glaube wir haben genug zeit dass ich ihnen alles zeigen kann ja ich weiß auch nicht ich kann nicht mehr so richtig trauen warte 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 kleinen moment ja ich wollte gerade fragen dass noch so geschah nicht der tor wurde herausgestellt sehr gut bist du sicher ja das ist aus das aus ich zeige euch jetzt mal einen geheimraum kommt mit rein das war umdreht also liegt ein geheimraum vom chef ach man oh nein wir haben sie verloren lachse gehen noch mal aus dem aus ich wirklich aber das ist ganz schlecht ist da oben raus und unten rein ich sag dir mal den code aber danach einfach wieder ja ja 12 12 ist ja der gleiche code wie bei mir ich bin raus das ist mir bei dem wettbewerb neulich auch passiert genau davon habe ich dir erzählt ich bin durch den boden geflutscht weil ich so ein lachs werden und dann war ich unter der plattform okay ab jetzt nur noch auf zehn meter maximal reden ja nicht weiter und ja aufpassen okay das sind die heiligen hallen des chefs und es ist alles ein bisschen skurril und ja tretet ein und war ein bisschen fisch auf dem teppich was machst du ich versuchte wo bist du ist das hier entschuldigung habe ich dir einen fuß gefasst das hat ich mal gewonnen ich wusste dass es passiert weil ich wusste lebt ihr noch jemand hat das gefokussiert ja ich glaube ich will mir nicht sicher vielleicht bin ich auch mal auf keine bewegung ich sehe wieder was achte scheiße die waffe und dass sie ich beschütze dich ein das ist eine schlechte idee waffe runter ja sehr gut was passiert hier alles für bleifrei genau darum geht's er lagst du an du hast dich sehr verdächtig gemacht hast du etwa die wege des bleifreis angezweifelt oder was ist da los ne angezweifelt nicht aber ich zweifle grundsätzlich erstmal jede sache an und dann überprüfe ich es und jetzt habe ich es nicht mehr angezweifelt wenn sie in der gm auf einmal ist schießt noch mal ein bisschen bleiben glück hast du gestern nicht angezweifelt nö ich kenne mich ja auch also das ist ja auch eine ganz klare sache alles easy was beschissen du bist ein lügner was geht es hier eigentlich gerade ja ganz bleifrei genau wenn ihr euch ganz aber ernst ich werde nochmal für die sterben ja na jemand wird sterben wenn alles gut läuft also ganz aber ernst Peter Fee wir haben uns ja schon mal unterhalten und ich bin zum schluss gekommen dass diese anderen beiden kirchenhainis um die es ging die ich ausspionieren sollte um Informationen zu sammeln und zu diskreditieren nicht mehr alle Latten am Zaun haben dieser Priester Papo der will irgendwas in die Luft sprengen und der komische Pater Noster der weiß ich nicht deine Monologe geben wir einfach auf den Sack vielleicht kann ich verstehen ja was soll ich sagen die einzige war ja also sag's mal ich hab dir vertraut ich hab dir vertraut ich hab dich instruiert und du hast gesagt du wirst uns helfen du wirst uns helfen bleifer wieder groß zu machen aber Werner Werner sagt du lügst und du hintergehst uns genau das sagt er was ist da dran ja Werner lügt ja offensichtlich Lachsmann würde niemals lügen also grundsätzlich er hat Leuten seine Niere gespendet okay ja und ich hab auch wir haben ja auch zwölf ja ich hab auch möglicherweise jemand aus dem brennenden Haus und dem brennenden Auto gerettet aber das sind andere Themen das egal aber es geht hier um die Glaubwürdigkeit und zwar um meine und um die von Werner denn Werner weiß ich nicht du hast gesagt du hast gesagt du hast gesagt unser Chef hätte nicht mehr alle Latten am Zaun hast du Beweise oder was ja meine Ohren ich bin die Azubi wird hier mehr geglaubt als Tier ich finde gut dass du das Azubi ins Spiel bringst du hast mir als Azubi oder Praktikant oder was auch immer ein Auto für 15 Scrap verkauft er war Praktikant er ist jetzt Azubi geworden er wurde befördert ich weiß nicht ob das so eine gute Sache oder Entscheidung war das war alles ein also mein Chef hat euch mit zwei Autos umsonst gegeben Werner ist zwar nicht der Klügste er ist auch nicht der Schnellste und er ist auch nicht der Beste und er kann echt nicht Helikopter fliegen aber ganz ehrlich ich vertraue auf sein Wort er ist Werner okay hast du ob das ja ich sag mal so ich gebe ja zu dass ich dem Werner gesagt habe dass ich die OP ein bisschen naja ich will nicht sagen verrückt ist das falsche Wort aber er hat schon naja du warst als du da mit mir gesprochen hast und mit diesem Raum gezeigt hast ziemlich gesessen sag ich mal und hast so laut gelacht das hat mir Angst gemacht man das macht der doch immer aber ich kenne ihn ja nicht so gut das hast ein Drogenproblem okay ja das ganz normal okay verstehe das passiert immer mal wieder naja was machen wir jetzt also ich habe doch überhaupt nichts dagegen aber auch nichts so richtig dafür ihr müsst mich überzeugen ob das eine gute sache ist bleib frei natürlich ist das eine gute sache guckt aber die tafel das nicht überzeugt er hat nicht alle latten ja die was wir übertragen als wir alle die bleifreien v8 gebote ich dachte sechs gebote sind das ich dachte rechts oben steht verhandlungsbasis aber okay hätte auch gepasst habe ich ja das problem hat man kann ja jemand mal ordentlich schreiben das kann ja nicht sein okay was steht da das wurde von das wurde von bleib frei selbst geschrieben das sieht man doch wenn sie das vielleicht mal vorlesen also den schlaganfall oder was also hören sie zu die bleib rein v8 gebote erstens du sollst nicht tanken ohne zu danken zweitens bleib frei tanke deine jetzt drittens du sollst nicht das bleib frei deines nächsten stehlen viertens du sollst nicht begehren deines nächsten bleib frei fünftens die reinheit des bleib frei ist unantastbar und sechstens und letztens du sollst keinen anderen kraftstoff neben bleib frei haben die heiligen sechs v8 gebote ich muss ehrlich sagen da habe ich jetzt nichts negatives daran entdecken kann ja wir sind ja auch eine gute religion nicht wie die anderen die wiesen schweine die luft jagen und so was genau und einfach leute gegen ihren willen verheiraten wo kommen wir denn dahin okay also wenn er mich fragt ich bleib frei ist eine gute sache ich bin dabei aber können wir vielleicht uns erst mal darauf einigen die wache runter zu nehmen das macht mir eine heidenangst ihr scheiß ihr seid auch so viele kandina auch die waffe unternehmen aber außerdem haben wir hinten noch jeden haben wir auch noch die bleib frei banane ist wichtig und wichtig aber ihr müsst nicht darauf achten dass werner dreimal drauf steht das hat nichts damit zu tun verstehe aber ich meine gar nicht sollte meine bessere hälfte entscheiden was sagst du denn was denkst du naja wenn sie uns gehen lassen dann werde ich sie nicht also hört mal kurz zu verflucht ihr kennt doch alle ihr kennt doch alle die die suche restaurantbesitzerin oder sie ist hoch angesehen sie ist hoch angesehen hört zu sogar suki macht es und guckt nicht so hört zu hallo mein name ist vater noster und ich danke bleib frei bleib frei für die umwelt und die liebe und das nicht gott empfiehlt bleib frei bleib frei einfach toll und glaubt ihr mir jetzt ganz kurz alle glauben bleibt frei das zweite klingt irgendwie gefakt ja irgendwie schon das ist nicht gefakt das ist nicht gefakt das war doch der partner dabei ja aber der hat das vielleicht nur gesagt alle dabei selbst der partner sicher sein glaubens ich möchte euch nur das geld aus den taschen ziehen er selber glaubt sogar bleib frei ich habe ihn auch im casino gesehen mehrfach da wisst ihr wo er geld hingeht nach der scheiße sehr gut aber was denn eure ziele unser ziel ist im bleib frei zu holen denn bleib frei hat uns alle gerettet genau nur die bleib reise der inselrouteille kommen wir haben nicht nur autos auch hubschrauber auch schiffe alles braucht bleib frei als die ganze insel abgesoffene sind wir alle auf schiffen entkommen ja dann so mit dem siegierter bleib frei glauben scheiße ich habe bleib frei gelaufen verlassen können ja und dein pferd versorgt dich auch nicht mit strom genau ich brauche mit scheiße ich bin der naturhexe aber du könntest eine elektrohexe sein wenn man darüber nachgedacht so ein neumodischer quatsch ist nichts für mich okay aber bleib frei als fortschritt ja halt stoppt du hast gesagt modisches zeug ist nicht für dich neumodisch ich habe dir ein visier gegeben auf deiner waffe war dir das auch zum das ist nicht zu neumodisch natürlich wie mir war klar dass das passiert mir war klar dass das der kein strom und aus was jetzt auch der perfekte lückenfüller für 21 30 aus bleib frei bleiben frei also nicht dass es lückenfüller qualitativ werden haben wir euch überzeugt also dem einzigen wahren gott zu huldigen bleib frei ich bin geschäftsmann und glaube nur an satan ist es okay dass diesen freunde das auch in ordnung also nach auslust kriterium muss ich sagen dass das hier die sinnvollste sache dann bleib frei gibt energie gibt bewegung wärme und einfach auch gute laune dadurch scheiße ich bin dabei leute bleib frei haben wir irgendwie das ist richtig bleib frei ja ich tanke bleib frei ja sie müssen jetzt ihren schwur auf bleib frei abgeben ich auf drei gebleib frei mit namen ich bin der lachsmann und ich tanke jetzt ich bin der lachsmann und ich tanke bleib frei perfekt und ich bleib frei willkommen in unserer organisation hoch lebe bleib frei hoch lebe lachsmann so aber du musst es jetzt auch noch dein schwur abgeben du bist jetzt hier mit drin involviert genauer macht das so richtig gut einfach eine gute sache oder eine kassette ich habe keine kassette chef schnell jetzt wir einfach fragen können sie gucken auf die banane ja ich weiß nicht ob du mir sonst vertraut hätte ist ich musste dich hier hin für ich habe dir blind vertraut denn so gute unternehmer ich war einmal an das erst war auch ganz klar das war mein erstes mal als ich auch meinen namen auf die banane geschrieben hat ja das zweite mal das zweite mal war hier unten da steht sogar werner zwei ja das dritte mal dabei war ich da unten noch mal da bei der namen auf der banane kann ich mir das irgendwie ins schlafzimmer hängen das foto das auch haben ich glaube wir haben ich könnte noch eine kopie ich kann es auch fotografieren ja du kannst einmal leuchten oder so kann ich mir das auch aufhängen ich finde wir sollten das alle ihr wohnt ja alle hier oder dann habt ihr bestimmt also oder ja wir wollen alle hier geheime besprechungsraum gewohnen hier nicht so ihr habt noch privat also habe also ja generell ja weil ich finde es sollte jeder die aufnahme wird jetzt gestartet 1 2 3 go ich bin lena die hexe und ich habe meine seele an satan verkauft ihr sagt es der pro von bleibt juckt mich eigentlich relativ wenig aber wenn ich dadurch gehen kann ja könnt euch bleifreiecke bleifrei lila warum sagst du denn immer das was du denkst das war okay umsonst verkauft wir haben sonst nicht das gehabt das ok leute sofort wieder das event startet auch bald bleib frei was müssen wir überzeugen oder ihr müsst den glauben den glauben müssen wir weiter der läuft schon im radio läuft überall unsere message müssen unsere message es brennen in die welt ja jeder muss schon bleiben also was haltet ihr von fahrstuhl musik ja das muss jemand auf den knopf drücken wir haben alle überlebt ja ja vielen dank ich freue mich dabei zu sein dass er großartig schreibt uns gerne auf die banane wir wollen uns auch nicht dabei zu haben lachsmann das großartig ja man das hat richtig gut jetzt müssen wir nur noch alle anderen überzeugen viele sind schon überzeugt wir müssen jetzt unbedingt los ja 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 auch los ach so bringt gerne noch was zu essen mit ruhig ein bisschen mehr vielleicht wenn ihr habt auch für die anderen die haben da wohl ein bisschen probleme das wäre lieb weil sie das habt ja alles klar wir haben glaube ich dann hat sich das haben wir nicht im riesigen garten dass die wend des süden süden ganz im süden auf der insel jetzt zu spät wenn man recht aufmachen wenn du das külophon spielst kannst du nach vorne rutschen ja ach du scheiße hier ist aber rutschig wenn ich külophon sage meine ich natürlich den grill ok aber lina ok lina pass auf froh dass wir da rausgekommen sind ja denkst du ich glaube mal bleib frei die sind alle bescheuert absolut bescheuert aber du kannst auch nicht ja du hättest es ruhig für dich behalten können ich wusste ja wie du denkst du bist die einzig wahre sache an die ich glaube ne ich dachte mir ich bräuchte mal wieder ein bisschen menschenfleisch und die haben sich so angeboten daher aber gut hat sich wohl anders erledigt also wenn ich in die stadt fahre fühlt es sich so an wie so ein gummiseil weiß nicht woanders liegt ich glaube es ist einfach diese heimatliebe warte mal ist das jetzt zu früh ich weiß nicht ob du sonst zu spät kommst das schaffen wir noch das schaffen wir noch ich muss ganz kurz mal wir müssen noch kürbisse holen und ein bisschen was zu essen für die alles klar nicht viel aber immerhin ein bisschen was ich sehe nachts nicht so viel hast du alles? ja ich habe alles alles klar okay Joalina ein bisschen naja wie soll ich sagen wird es schon auf eine gewisse art und weise oh ein Schwein auf eine gewisse art und weise ja das passiert mir öfter siehst du ja wie ich fahre wie ein Schwein also auf eine gewisse art und weise hat es mir schon sehr gefallen wie du ja den Widerstand geleistet hast und naja deine Meinung gesagt hast dir alles egal war und du wolltest mich verteidigen das war schon ziemlich sexy oh ja wir brauchen unbedingt ein Ferienhaus ich auch so nicht so leicht Auto zu fahren man die ganze Zeit auf die Faultaste drücken muss ja aber das macht man doch in der Bitzehrung so dass man den anderen verteidigt oder? ja schon wenn ich einfach erschieß frag nur so ja ja dass du diese alten Kawellen immer wieder rausholen musst also entweder du verzeihst mir jetzt oder du hältst mir jetzt immer wieder vor ich hab nichts weiteres aber sei mir nicht böse ne ne auf gar keinen Fall ich meine ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen aber ich meine wenn wir ein großes Ferienhaus haben dann kannst du es ja wieder gut machen mit so einem Pool aus Wodka ja fände ich gut hätte ich schon Bock drauf ich muss sagen seitdem ich da fahre ich den Friedhof um ok? nein nein ich hab gelernt fahr lieber das Pferd um ok und die Hubschrauber so los geht's aber Lina Lina seitdem ich in diesem Pool geschlafen habe dann gebe ich die ja seitdem ich in dem Pool geschlafen habe jetzt danach den Wodka habe ich solche Nackenschmerzen kannst du vielleicht irgendwie also kannst du sowas so mit der Handkante wie so ein wie so ein Kämpfer so kann es nicht so richtig reinhauen in die in die Nackenfalte Handkantenschlag? ja genau warte ja nicht jetzt nicht jetzt nicht dass ich bewusstlos werde ach du scheiß au zack Achtung Achtung wir werden geradet sofort die Gefahren gründen auf die Chat die kann zählen auf euch und ich fühle dich viel besser an das ist gut au ok da schlag mal ein bisschen her als erwartet das geht da habe ich meine gepanzerte Schuppe also ich weiß schon ah perfekt das wäre eigentlich alle warten auf dich dann wieso auf mich denn ich hab doch ne ich bin heute nicht der Star des Abends zumindest noch nicht jetzt erst später du machst doch mit ne ich guck zu du machst mit ok aber wir können ja mal die Kürbisse abgeben ja ich hab doch schon mitgemacht das war nur der Probelauf ach so oh Gott nein Kimi ich hoffe dir geht es gut sorry ist grad ein bisschen intens wir sind ja im Roleplay drin hallo an alle die jetzt heute zugekommen sind das heißt ich hab meinen Boca-anzug vergessen ja ich hab ihn gewonnen das ist guter Stoff 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 habt ihr noch mehr oder ist das alles das ist guter Stoff da oben gelandet das ist kein Problem der Sherlock hat der Sherlock hat der Sherlock hat wenn man eine Wasserflasche ich glaub die Orte ist die leer sind sie mit dem Helikopter hier ich hab mein Outfit möglicherweise verlegt brauchst du was zu trinken ne bin ich leider nicht ich wollte mir nur eine nehmen die könnte sein nicht mit dem Heli herkommen ahja seh keine Ahnung das sind wahrscheinlich die Admin Sachen was genau keiner wo hast du das her verstehe verstehe Bobby äh ekelhaft gus hey sie gehen sie mir aufs Weg ja hallo sofort das ist mein Zalon raus weg mit ihnen hier das ist mein ne ich wollte nochmal gucken eigentlich hab ich Scholli gesucht weg ja genau freundchen ich hau dich kaputt doch ach so bedank dich mein Fisch ja ist nicht besonders viel aber Dankeschön Lachsmann bisschen essen ist immerhin was äh was ist nicht besonders viel aber es reicht da glaub ich so ein bisschen du wolltest zu dem hin ist es okay wenn ich wenn ich das da in die Essenskiste packen damit sich die anderen da auch noch was nehmen von von denen von denen die als erstes hier angekommen sind haben noch ein paar das Problem dass sie keinen Scrap dabei haben also äh Scholli das ist ein bisschen blöd ja Scholli also für was brauchen die denn Scrap kann man dann irgendwie noch die die zurückfliegen oder so ja fürs Pokern Lachsmann ich hab auch kein Scrap dabei okay wir müssen noch mal los oder ich fahr noch mal los oder ich fahr noch mal los wir müssen alle glaub ich noch mal los keine was leihen ich glaub nicht dass du mir 7000 leihen kannst ich glaub wir müssen noch mal mit dem großen Heli mit dem großen Hit alles klapp ist gleich Lachs du bist doch nicht Lachs du bist doch nicht der Einzige mit dem Problem wir müssen mit dem großen Heli nochmal los das geht halt nicht es gibt einige die das Problem haben dass sie nix da haben ja und wer oh die gewinnen alle schnell Gewinner die vorhin als erster Rang gekommen sind natürlich Freundchen das wär so witzig ne Bob ja ja bringst du meinen Scrap mit der ist in meiner Kiste wer hat denn da tausend live freigetankt hallo hallo kann jemand von euch nochmal zurückfliegen mit ein paar Leuten hallo wir haben Sachen vergessen also ein paar hallo waa Werner nimmst du Schmidt du kannst du Schmidt oder was ist los nein wir haben ein paar von uns haben Scrap vergessen wir haben so Sachen vergessen und ein paar Sachen nochmal ganz kurz ins Stadtzentrum zu meinem Haus fliegen wenn das geht ich kann mir was leihen wenn ihr 7000 kannst du 7000 leihen kannst du auch was leihen wenn ihr wollt ok ne das kann ich nicht leihen go telly schuld mir Geld ok dann fahr ich mit dem Auto ist kein Problem macht ihr ruhig mit ist ok ihr könnt auch fliegen also von mir aus ich kann nicht fliegen soll ich euch fliegen ich fliege euch gerne kurz ich dann fliege ich euch ok gib mal kurz ich tank ja Moment Moment aber es sind glaube ich noch mehr es sind glaube ich noch mehr gehen wir erstmal rein es sind noch mehr wir haben ganz viele ohne Scrap bekommen dann hol sie ran ich warte kurz hör doch mal reden mit mir ich weiß du kannst reden was machen wir jetzt hier kommt erstmal kommt erstmal rein ins Hauptgebäude wir kommen Entschuldigung dürfte ich kurz um eure Aufwechslung bitte wer jetzt kein Scrap hat oder irgendwas vergessen hat der hat jetzt die Möglichkeit mit dem Helikopter kurz in die Stadtzentrum zu fliegen einmalige Chance der Platz ist aber auch begrenzt ne ja das ist richtig es ist nur ein Helikopter wofür braucht man den Scrap ich bin bleib zuerst kommt mal zuerst muss Helikopter du weißt schon dass die Lautstärken bei den Kauter zwischen plus die Slotsmaschinen da drehst du durch ja die soll doch mal ich weiß nicht ob ich hier in Ruhe im Vorgang kann verstehe ich die müssen halt umgestellt werden doch das war zumindest der Plan ich weiß nicht so recht was ist jetzt los erstmal hol mal den Hubschrauber jetzt mach hier nicht den Lackmann los hop 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 ich muss nach Hause also mitkommen die die jetzt noch was vergessen haben hier der Rechte wie viel Geld braucht man denn so naja 100 ist Minimum und tausend ist Maximum 86 Scrap schuldet sie dir ja 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 ich glaube ich wohl auch nochmal mit hier in den Heli ja okay wie viel Scrap brauchen wir ja mindestens 100 hat der Lacksmann gesagt ach ey ey das ist nicht so und so wie viel Geld ist ach ey ja wie kann man denn so viel Glück haben so wenig Verstand und so viel Glück das wirklich ist wie den dummen ey wartet 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 senken senkt das Schiff da war grad noch jemand Er ist gerade hochgesprungen, der Erbe. Wer muss hier noch rein? Wo ist das noch? Hast du dich gerade geplastet? Ey, Eiserdrecher, Eischer. Wann ist denn das Pokaton hier? Das weiß ich doch nicht. Ich fliege einfach in die Stadt, ja, und ihr holt dann euer Scrap und ich warte auf euch. Sehr gut, sehr gut. Also eigentlich können wir durch unseren Reichtum, Herr Lachsmann, jetzt auch sagen, Hey, Herr Edope, wie wäre es, wenn Sie für 150 Klapp jetzt aus dem Hubs rauberspringen? Ich habe ja vorhin möglicherweise, als ich mit dem Helikopter unterwegs war... Das müssen wir sofort machen. ...als ich mit dem Helikopter unterwegs war... Das ist der Geld nicht so viel wert. Das stimmt. Wir müssen mal gucken, ob dein Helm auch wirklich ein Helm ist. Wenn ich die Klapp herausschmeiße. Wirklicherweise habe ich hier... Ach, Mann ey! Wo der Club ist, kann man sich halt so Wetten erlauben. Nicht wahr? Ich wäre echt vorsichtig, Herr Recher. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe schon alles verloren, was ich hatte. Das sehe ich. Das sehe ich, dass sie nicht Geld zu verlieren haben. Legen Sie sich niemals mit jemandem an, der nichts zu verlieren hat. Haben Sie sich nicht gestern drüber durchgemacht, dass ich ahn bin? Er hat sich ausgelacht wegen ihres Reichtums, nicht vorhandenen Gedöns. Und immer, wenn diese Frage gestellt wird, kann man eigentlich nicht mit. Ich habe das ganz vergessen in dem Trubel mit Dings und Also ich nehme jetzt 6.000 mit Die Helme nehme ich auch nochmal mit Mein Outfit Also mein Outfit habe ich ja Burrito gegeben Muss ich das nochmal neu Dingsen Aber ich habe ja jetzt Kloss Vielleicht sollte ich die Stoff auch rausnehmen Oh nice Ansonsten brauche ich noch irgendwas Rülle habe ich dabei Oh Kopfkärze noch Brauche ich Sprit dafür Die habe ich gerade nicht Hab ich hier oder? Sprit und Stoff Brauche ich hier Brauche mal den Kraftstoff auch gleich sowieso noch Alles fein Vielleicht noch einen Schlafsack Einfach sicher ist sicher Okay aber mehr brauche ich jetzt nicht Mach ich noch ein zweites Outfit Für Madame Ne so schnell nicht So schnell nicht Jetzt weiter geflogen eigentlich Wir sind weiter geflogen zum Brecher Das ist natürlich jetzt doof gelaufen Wir sind zur Werkstatt geflogen oder was? Das ist natürlich jetzt richtig doof Dass sie zur Werkstatt geflogen sind Okay Okay Also Okay Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Werner, holst du mich dann jetzt hier wieder ab oder wie ist das? Nein, warte doch hier hinten. Kommst du einfach hier her? Achso, ich dachte du bist weiter geflogen. Irgendwie im Dunkel habe ich dich nicht gesehen. Nein, nein, wir sind noch hier. Wir hoffen noch die anderen. Okay. Hä? Ich bin hier langgegangen, hab noch da geguckt, dann war er nicht. Wir haben ja hier hintergepackt, lol. Okay, ich dachte, weil der Rächer hier nicht wohnt und ihr hier nicht seid. Ja, nee, der kommt gleich gleich wieder hergelaufen. Deswegen warten wir. Hm, okay. Hey, Lachsmann. Ja, Bob, was geht? Sag mal, hab gehört, du hast gesagt, bin ich abgesandt, ne? Ja, möglicherweise habe ich alles schon wieder verloren. Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht, wenn ich sag's, wie es ist. Ja, sag ich schnell, wartet, Bob. Sind denn alle schon da, denn wir heben ab? Oh, ja. Ja, ich glaube, wir sind alle da. Verrückt mich bitte da, du bist da. Er ist da. Sehr gut, sehr gut. Sind alle da, da hinten? Ja, ich höre nix, keine Ahnung, der Rächer ist so laut. Hoffen wir mal, dass alle wieder da sind. Ja, ich wäre recht durfte, wenn nicht, aber naja. Wenn ich halt mit dem Fernglas ausschaue. Ich sehe hier niemanden mehr rumlaufen. Wenn nicht, flieg ich nochmal zurück, Notfalls. Ich glaube ich. Werner, du bist ein Schatz, ich hoffe, du weißt das. Können wir mal klappen für Werner. Werner, ich komm zur echten Zeit, hat Gold im Mund. Ach nee, warte mal. Ja, relaxen, Matthias. Genau, relaxen. Wer hat was im Mund? Du hast Bandagen im Mund. Bandagen im Mund? Ja, das stimmt. Ja, ich hab ne kleine Wunde am Kopf. Ey, dein Gehirn guckt raus. Ist das normal? Äh, ich bin hingefallen. Natürlich. Kenn ich von früher. Ich bin auch mal hingefallen. Ich bin deswegen so gewonnen, wie du gewonnen bist. Richtig, ja. Sau cool. Was wollte ich damit sagen? Red Flasch! Ähm. Hedo, ich will nix sagen. Ich glaube... W8. Warte. Ja, noch ein Stück gerade. Hedo, ich will nix sagen. Oh, da ist es. Oh, da ist es. Möglicherweise... Na, hallo. Lass es dir nicht sagen. Ist bei dem Event, wo wir jetzt hinfahren, schon so ne Art Grab, wo auch der Name draufsteht. Wir sind da! Lass es ja heißen. Weiß ich nicht. Vielleicht wegen des Pokers. Hä? Wir sind schon unten. Ich hab grad gedacht, wir sind irgendwie noch woanders hingeflogen. Die Aufnahme ist wirklich super. Ich muss hier mal meinen Kisten zurecht. So, Leute, wir gehen jetzt rein. Irgendwie ist es hier noch nicht bequem. Ich muss mir das jetzt kurz nochmal zurecht machen. Lachs ja nicht... Der Lachs, der Dings nicht piekst. Der Charakter ist nicht piekst. Ne, was ist doch denn vermessen? Das sind harte Zeichen, um ganz schön mit dem Spiel. Komm. Naja. Ich hol wieder was. Hat sich denn gelohnt? Nein, ich weiß nicht. Mein Budget ist 6000 für heute. Komm ich das denn hier. Oh, ich mach ruhig. Oh nein, ey. Steh dir bitte ne Maske auf, EdoP. Was dann? Ich hab dafür bezahlt. Junge, Junge. Okay, ich geb dir... Äh... Die Automaten sind schon laut. Das Platz ist deswegen alle Leute zu mir kommen, weil sie müssen. Okay, warte. Fünf Scrap und vier Kürbissamen. Was will ich mit... Mit fünf Scrap kann ich nicht mal den Low Roller zischen. Kann man bitte alle in den Saloon gehen. Hier den Helikopter bitte. Kann man sich hier noch mit rein... Komm, wir müssen los. Geht's los. Ja, Tacho. Okay, Leute. Ich glaube... Ich bin bereit. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich glaube, ich bin bereit. Seid ihr bereit, Chat? Eins in den Chat, wenn ihr bereit seid für den Abend. Eins in den Chat. Wisst ihr, wie ich schnell runterkommen kann, schreibt Juli. Leute, seid ihr bereit, Geld zu gewinnen beim Pokeramt? Seid ihr bereit? Teil der größten Poker-Geschichte. Danke für Ihr Squares. Vielen Dank. Oho. Oho. AC. Ja. Wie geht das denn? Gib mir mal meine Sachen zurück. Bitte. Die hab ich jetzt... Sind die hier jetzt? Sorry. Ach, Scheiße. Ach, Mann. Ach, Scheiße. Wisst ihr, sind ja... Kann man dir irgendwie Sachen nachbauen? Kann man Sachen nachbauen hier? Haben wir da Material? Nein. Nein. Was geht mit dir ab? Nee. Ich hab meine Sachen einfach weggebracht. Ja, weil du es mir gesagt hast, aber ich... Lachs, Mann. Ja. Mit wie viel Geld sind sie heute hier? Warum diese Frage? Trill dich angepumpt? Der hat mich ihm gerade auch schon angepumpt. Alter, bist du schon wieder am zocken, ey. Ich konnte nicht mehr scrappen, als wir zurückgekommen sind. Ach, klar. War auch ein Zufall. Ich hab gar nichts mehr erwartet. Der hundertblutige Gamer ist ja, Luca. Nein, ich bin bei 2,7. Aber ich wollte auf 3K nicht noch hochschnorren. Auf 3K? Da müssen ja wirklich ein paar Leute überfallen dir. Hier, Waffen haben wir dabei. Okay, let's go, Gentlemen. Jo, der verzeiht schon wieder unser ganzes Geld. Auf 3K können sie mir doch hier als... äh, heran... als Sidekick können sie mir doch einen... einen Bonus geben. Also ich als Sidekick. Von Lachs, Mann. Ich geb dir hier, guck mal. Der Lachs, Mann. Mach mir die Statue jetzt. Die großen Lachs, Mann. Was passiert da gerade? Vielen Dank. Asi, hast du mal einen Taui? Der hat mir gerade all mein Geld abgenommen. Ich hab die Situation total vergessen. War das wirklich? Hast du ihm wirklich was gegeben? Ja, klar. Bleib doch in der Familie. Das denkst du? Ja, wir teilen das alles. Ich geb ihm das doch gleich am Tisch wieder. Ich hab die Kamera ja noch aus. Ist es nur ein Spiel. Margie Wittmar, Marfa Liebmann. Wieso denn? Was machen die Steine hier in der Kiste? Wie dein Geld? Ist er gleich bereit, Bob? Ja, das hat nicht so gut... Oh, keine Ahnung. Ich wollte mir einen Heli in den Sand gesetzt haben. Siehst ein bisschen nervös aus. Ja, aber wenn ich noch... Wo sind denn meine Sachen? Ja, bei mir in der Kiste, weil ich vorhin den Betarplatz für das Essen und so andere Sachen noch brauchte. Erst Broker und jetzt der einarmige Bandit. Weißt du? Da kommst du. Du, wir haben noch mehr. Also... Wenn Jules sie mitbringen könnte, ja, aber... Ich weiß ja auch nicht genau, was deine Sachen sind. Nee, dann lass ich gar nicht. Okay, Jules, well, let's fucking go. Dann lass ich gar nicht. Weiß ja nicht, wie lange wir noch Zeit haben, sonst können wir kurz hin und her fahren. Mein Auto ist hier. Nee, geht ja gleich los. Ach, da ist es mir echt leid. Ich muss jetzt hier auch gerade ein bisschen mithelfen. Deswegen... Ich würde mich gerade nicht alleine lassen mit dem ganzen Zeug. Ja, verständlich. Nein, ist doch alles gut. Okay. Solang es bei dir liegt, das war alles super. Ja, alles safe. Hey, Ruben, was geht? Dieses Spiel, das Spiel schießen. Trill bitte nicht, Kochan. Ich würde doch safe machen. Oha, Armin! Ach, du noch ein bisschen Scrap rüber? Okay, so gut allen die Hände hoch, das ist ein Überfall. Ich glaube, die... Ich bin gerade ausgeraubt. Dave! Alle die Hände hoch rum mit dem Kühl auf den Boden. Gucken Sie mir nicht zu da, sonst... Hör ich sie auf! Ich rück das Scrap rauf. Ich hab gesagt, nicht zu da, sonst... Ah, los! Dave, jetzt geh her! Aus! Aus! Wir haben dich! Aus mit dir! Nicht nur für mich, auch für den Lachsmann! Ja, der schuldet mir noch tausende, Dave! Da, 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 da! Da, 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 da! Das ist doch einfach! Wir leihen die doch was! Pack mal die Flashlight weg! Schottokart, wir müssen da unten die Tischsituation, glaube ich, mal noch ein bisschen überdenken, weil dazu sind die nicht gekommen. Ne, wie gesagt, das ist... Ne, 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 ich hab... Also, so wie Gippy das gesagt hatte, war das jetzt erstmal für die normale Show und danach baut er die beiden Tische auseinander oder so. Okay, aber was hältst du denn davon? Ich glaube, du willst ja auch nicht... Ja, das müsste alles Gippy entscheiden. Ja, ja, richtig! Mach da jetzt ohne sein Einverständnis nix. Ja, ja, genau. Ansonsten wäre auf dem Dach, glaube ich, auch ganz cool, auch wenn die Livemusik da wieder fehlt, aber bei dem einen oder anderen Act ist das vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ja, die Livemusik würde gehen, aber der Sänger sieht... Ich hätte immer noch gedacht, da einen Boden rüber. Ja, das wäre auch cool. Aber ich weiß nicht, ob die Resistanz reicht. Und dann sieht man ja die... Oh, da hast du Scrap dabei. Na klar, ihr Nachbar! Immer Rupunkt im Stuhl. Ich habe Scrap mitbekommen jetzt vom Block, ja. Der hat wiedergebracht. Ich sehe aber, dass du nicht bewaffnet bist, also rück das mal raus. Ja, los, wir brauchen einen Scrap. Ich bin bewaffnet. Du wirst nicht bewaffnet. Guck mal, da ist der Dealbreaker daneben. Ich habe den ganzen Tag Schilder gemalt, ey. Ich habe nicht so viel Scrap. Also ich habe wirklich fast keinen Scrap. Ja, aber wirklich fast keinen heißt immer noch mehr als Null. Ey, Leute, ist jetzt schon wieder witzig. Ich liebe es. Es läuft, Leute. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Vielen Dank für die ganzen Follows, die reinkommen. Ich kann leider gerade nicht so auf den Chat eingehen. Ich habe die Alerts deaktiviert. Aber was ist meinst? Seid mir nicht böse. Aber es ist halt sehr laut jetzt wieder in der Gruppendynamik. Und wenn die Alerts noch reinkommen, ist das einfach zu viel. Ich werde noch bezahlen für meine Schiene. Dann habe ich vielleicht mehr. Willst du noch ein bisschen was haben? Ich bin mit die Waffe runternehmen. Komm, Holla. Schreppe runter hier. Mehr. Mhh. Ein Scrap. Und noch einen. Und noch einen. Komm, Holla. Komm, jetzt geben wir noch einen. Das ist geschehen. Ein noch. Noch einen. Noch einen. Noch einen. Noch einen oder was? Noch einen! Guck mal, ich schmeiß jetzt. Lass mal auf, wir machen jetzt im Moment. Ich hab den Glück gebracht. Wir stellen uns hier auf die Kante. Mal gucken mal, wer den zuerst aufhängt da unten. Wenn's jetzt gleich Tag wird, beginnt die Show. Wie viel reicher, Lachs, Mann. Glücklicherweise. Äh. So muss ich Afer fühlen, wenn ihr hier Subs im Chat verteilt. Ja, ist gut. Geht, geht einfach gerne mal rein. Du hast, warte mal, äh, ja, hole ich dir. Komm mal. Rächer. Ja. Auch ein bisschen Scrap. Oh, da hat er jetzt nicht geboren, nicht wahr? Wie war die Blights abgegriffen? Wie die Geier. Ey, Lachs wird das direkt verzonnen, ne? Wie war Scrap rum, geil. Ja. Gib mir das am besten im Spielfeld wieder zurück. Mhm, mhm. Ja, würde ich schon, würde ich schon. Oh, nice. Großartiges Experiment, Leute. Habt ihr irgendwie andere Lichteinstellungen? Weil ich sehe hier gar nichts an eurem Pokertisch. Hier ist doch überhaupt gar kein Licht. Wird später, ich glaube, es wird später hell, keine Sorge. Na ja, Party. Es wird noch heller, keine Sorge. Na klar, na klar. Na, keiner will das nehmen. Keiner nimmt das, Leute. Keiner nimmt das. Oh, es wird immer besser. Aha. Na ja, er flieht. Guck mal, wer das war. Guck mal, wer das war. Wer war das? Wer war das da? Aha, Kroll, du bist also der, der hier alles wegnimmt. Ich sehe das schon, die ganzen Scrap. Ich erkenne ein Muster. Hä, die lagen da einfach rum. Ja, das war ein Experiment. Übrigens, ich bin gerade an einem Haus vorbeigekommen. Es könnte sein, dass das Dach brennt. Was? Hä? Ja, jetzt sollst du mal... Die Hund brennt doch nicht, Mann. Die Hund brennt doch nicht, Mann. Die Hund brennt doch nicht, Mann. Das ist ne Insider aus Staffel 1. Sicher? Ich weiß nicht, wo wurdest du denn? Es könnte dein Haus gewesen sein. Staffel 1 ist dann mal über die ganze Map gelaufen, weil ich das gesagt habe. Warum soll er denn lügen? Weil... Weil er das gedacht hat. Wir müssten eigentlich die Mama anrufen daheim. Ey, sag mal, das ist auch ein GDA-Spieler. Das ist doch der Polizist. Das ist doch... Ah, jetzt ist es besser, oder? Ach, das ist doch... Da hab ich meinen Lachs. Da hat ein Dach gebrannt. Ich weiß gar nicht. Bitte runter. Danke. Also... Oh, magischer Mystery. Vielen Dank. Da reden hier viele. Wollen wir schnell zur Seite gehen? Das ist der Mystery. Ja. Komm, wir gehen zur Seite, Kroll. Juhu. Das ist doch der von Dings. Der Polizist. Ist das echt der Lachs? Ich weiß nicht. Da war in der Stadt... In der Innenstadt hat ein Haus gebrannt, so ein Dach. Ich weiß nicht, ob das... Wo wohnt ihr denn? Nur lutschen heute auf der Hand. Nur lutschen heute auf der Hand. Nur lutschen heute auf der Hand. Egal wie sie mit ist. Der 06 9er Hood. 06 9er Hood? Meinst du im Ghetto? Nee. Da bin ich nicht unterwegs. Nee. War das nicht unser Haus? War das nicht unser Haus? Nee, war wahrscheinlich nicht euer Haus. Es tut mir leid. Dann ist es Fehlalarm. Der brettert das andere Haus runter. Keine Ahnung, wer da wohnt. Ich dachte schon, ey. Scheiße, Krollmann, du musst du was verkaufen. Du musst du was verkaufen, Kroll. Wir brauchen... Das könnte man merken. Der hat gerade schon. Ja, willst du das kaufen? Das macht in diese Stücke. Ich könnte auch einfach der Spur folgen. Einfach der Spur folgen. Sag mal, wie nötig habt ihr es eigentlich? Oh, cool. Das ist richtig nötig, ey. Warum habt ihr es denn so nötig? Wir sind arm. Nimm die Pille. Nimm die Pille. Nimm die Pille. Gönnt dir die Pille. Siehst du diesen weißen Stein? Ja, sehe ich. Und mit dieser Pille kannst du jetzt Farben schmecken. Ui. Also ich habe die Pille noch nicht genommen, aber gute Show. Verdammt. Scheiße, Krollmann hat unser System getribbelt. Ich bin nicht so ein Pillentyp. Ich bin ja der Typ für Fisch. Du musst die Pille nehmen. Nee. Ich bin nicht so der Typ dafür. Ich bin ein fischiger Typ. Willst du einen Bubatz? Nee, gerade nicht. Aber ich glaube, hier passiert gerade was. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Ja, ich will das hier jetzt nicht stören. Aber wir können uns später unterhalten. Scheiße. Ja. Okay. Aber jetzt sag mal, wo wohnt ihr da in dem Ghetto? Das muss ich noch wissen, Kroll. Wo wohnt ihr da in dem Ghetto? Das muss ich noch wissen. 22. 22. Ach ja. Ist das dieses Gebäude mit diesen roten Schildern? Rot-Schwarz oder was das ist? Ja, ja. Genau. Ja, genau. Genau. Na, okay. Dann brennt euer Dach auf jeden Fall. Hey, Hank. Scheiße. Komm mal teuer. Nein, Kroll. Lass dich doch nicht mal verarschen von mir. Das war ein anderes Dach. Ach, Kroll. Hör doch auf. Scheiße, Kroll, Mann. Kroll, Mann. Ja, aber wenn es doch unser Dach ist. Aua. Kroll, immer dasselbe. Und die ganzen Pillen, die da verbrennen. Da ist eigentlich Stacheldraht dran. Scheiße, wo ist mein Stein? Wo ist mein Stein? Äh, weiß nicht einer von denen hier vielleicht. Guck doch mal, welcher Stein das sein könnte hier. Nein! Wo ist mein Stein? Die rollen doch einmal. Kroll. Kroll, du musst mein Stein um. Hey, das sind GTA-Legenden. Wisst ihr, ich guck GTA-RP, kenn nur die Stimmen. Steht auf einmal der hier, der Kov. Ich hätt vor mir. Ich bin Lachswan. Wo wirst du? Okay, Lina. Wir schaffen das. Nee, Stiefelriemen, Sigi. Obst du dich heute nicht winken? Ist Sigi okay? Reicht das? Ja, wir schaffen das hatten dich. Ja, Mann. Ey, was soll das? Was hoffst du dich? Wo sind wir denn hier? Wir treffen uns auf jeden Fall später. Wir müssen uns auf jeden Fall noch mal unterhalten, Freunde. Lina, wissen wir keine Weißen? Möglicherweise habe ich eine Sekte zu versorgen. Ja, also, ich frag jetzt noch mal. Aber darüber sollten wir nicht hier sprechen. Guck mich an, Lina. Können wir das schaffen? Sehr gut. Ja, wir schaffen das. Oh, 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 oh. Komm runter, komm runter. Welcher? Komm, wir starten. Okay, wir gehen rein. Es ist hier alles ein bisschen schlecht gerade. Also so von den Mengen dritten. Guck mal. Ich leg mich oben mal kurz aufs Ohr. Na ja, klar. Das her bitte. Das ist verdammt. Her mit dem Messer und hör auf, hier die Stühle kaputt zu machen. Heiße. Du musst deinem Diener. Du kannst gar nicht im Diener sitzen. Klasse. Wow. Ah, der Detective. Schön. So, einmal alle bitte in den Saloon kommen. Einmal bitte alle in den Saloon kommen, sucht euch ein ruhiges Platz hinaus. Einmal bitte in den Saloon. 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 Ja, bitte in den Saloon. Dankeschön. Ich gebe mir mein Telefon zurück. Entschuldigung. Aber ich gebe mir jetzt nicht assistiv bei der Ecke. Ja, komm gleich. Es kommt erst mal eine Ansage. Ich habe mich verdrückt. Oh, wo war da? Okay, hier ist kein guter Platz. Komm mit. Was macht ihr denn hier? Kann einer mit einer Wasserpistole das Feuer eben löschen? Okay. Sehr gut. Sehr gut. Okay, Leute. Guten Abend. Tante Bey. Schön, dass du da bist. Tushi ist auch da. Richtig nice, Leute. Es geht los. Das Event geht los. Und damit auch gleich das Pokern. vor einer Stunde. Wie war denn der Rückflug? Langenehm. Und wie war es hier so? Ja, ein bisschen chaotisch. Okay. So wie jetzt auch gerade. Ist doch spannend. Boah, da sind so viele Leute hier. Oh. Wow. Ich bin echt gespannt, was jetzt erst mal abgeht irgendwie. Ja, jetzt wird kurz erst mal noch was erzählt. Ich auch. Herzlich willkommen. Hey. Hey. Kannst du die Rede halten? Ich glaub, du könntest das. Prost. Dann müsste der Fischmann nicht so blubbern, wenn er ne Rede hält. Frage. So blum 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 blum. Ja, nur unter Wasser. Ja. Perfekt. 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 Perfekt wieder voll. Die ist fünfte nicht ausgeschlossen. Ja, gerade rechtzeitig gehört Fransäe, genau. Ja, was? Wo? Ey, hier spielen so viele GTA-Legenden drauf. Also die ich halt vom Gucken kenne. Ich hörte nur die Stimmen. Das macht nicht immer gleich Klick. Das ist halt so toll für mich. Das ist ja wirklich. Ich will ja nicht Geschichte erzählen. Ich bin ja, äh. Der Kopf, den wir gerade gesehen haben. Der hat so'n Kopf gespielt, gerade auf, ähm, wie hieß der Server? Wo's Day gespielt hat. Wir könnten zusammen was singen, während wir waren. Also das ist noch mit der Korner. Ich kenn' das und Lied. Passen's auf. Das geht so. Oh, ja. Ich hab' die Klappe, Herr Baloui. Naaaiiii. Naaaiiii! 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 Ickenn' ein Lied und das nerf' alle! Ich kenn' ein Lied und das geht' alle! Naaaiii! Naaaiiii! Ickenn' ein… Das reicht jetzt! Naaaiiii! Naaaiiii! Ickenn' ein Lied und das nerf' alle! Ickenn' ein Lied und das nerf' alle! Ich kenne ein Lied. Hallo und herzlich willkommen hier im einsamen, verwittelten Scheiß-Telefon. Macht die Telefon aus, die braucht jetzt keiner. Herzlich willkommen hier im wunderschönen Ghost Town Saloon. Herzlich willkommen. Der Veranstalter, dem ist gerade schlecht geworden, weil vor so vielen Leuten kann er nicht reden. Aber wahrscheinlich kotzt er sich gerade die Seele und wenn der Magen leer ist, dann ist er auch wieder da. Nicht wahr? Sehr gut. Bis weiter, dann haben wir heute folgendes Programm für Sie. Hey, hier, Bier, Rickler-Bier. Du, sag mal, wir haben uns doch vor uns doch super verstanden. Kannst du mir sagen, wo hier gerade die fette Party geht, weil du bist doch immer hier so im vollen Mittelpunkt der Stadt. Ja, im Süden. Im Süden, ganz im Süden auf der Insel. Ganz im Süden auf der kleinen Insel, du musst immer eine Brücke fahren und da siehst du eine große Stadt. Alles klar? Hallo. Alter, kann ich dir das so abnehmen? Ja. Du kriegst dich so selbst schon nicht mehr ein. Ja, ich musste gerade lachen, weil der Herr Sherlockart vor mir stand und dummes Zeug erzählt hat. Entschuldigung. Also, das ist wirklich so. Achso, okay. Keine Sorge. Also im Südosten die ganz große Insel, ne? Kannst du mir nochmal die Koordinate vielleicht kurz sagen? Ja, weil ich kann gerade nicht auf meine Karte gucken. Das ist ganz schlecht. Der Sherlockart. Auf welcher Koordinate befinden wir uns? Die sind allerdings einsturzgefährdet. W29 oben rechts. Ja, W29. W, wie, Willi. Das Hauptverkmal dieser Stadt ist allerdings, dass es hier... Alles klar. Wir kommen. Gut, bis gleich. ...tote gab, weil diese Stadt sehr, sehr bekannt dafür war, dass hier Duelle ausgetragen wurden. Was hat er jetzt? Zum anderen aber auch ist die Stadt sehr bekannt dafür, dass... Also stand es einfach so, okay. ...hieren Weg nach Hause gefunden haben, beziehungsweise ins andere Reich gefunden haben. Das heißt, wir haben hier ein Haunted Village, ein verfluchtes Dorf, in dem es spukt. Und diesen Spuk werden wir später mal auf die Spur gehen. Wir werden heute, um die Ahnen zu ehren und um uns ein wenig anzunähern an das, wie es früher war, ganz dem Alten und dem Wilden Westen, wie wir es kennen, hingeben. Und zwar werden wir heute dafür sorgen, dass endlich ganze Zwistigkeiten, viele Probleme und Streitigkeiten, die es gab, zum Beispiel vom Becher und vom Sherlockard, dass die für ein und alle Male ausgetragen werden. Und zwar in Form von einem Duell. Und dieses Duell besteht nicht einfach nur darin, dass man sich auf die Kloppe, auf die Schnauze haut, sondern wir werden heute Duelle in Form von altehrwürdigen Showdowns machen mit Revolvern gegeneinander. Und es wird darum gehen, dass endlich herausgefunden wird, wer der schnellste Schütze im Land ist. Ursprünglich sollte es dafür ein Turnier geben, wird es aber an dieser Stelle nicht geben, weil es einfach zu viel war. Danach wird es uns nämlich noch etwas anderes offenbart werden. Und zwar werden wir danach sehen, als Zuschauer, aber auch als Teilnehmer, wie die Geister diesen Ort hier heimsuchen und versuchen werden, Überlebende daran zu hindern, sich hier auszubereiten. Dazu aber gleich mehr. Zunächst einmal möchte ich dem Herrn Recher danken. Herr Recher, vielen lieben Dank, dass Sie heute die ganze Veranstaltung übernehmen, dass Sie moderieren. Dafür einen großen Applaus bitte für den Herrn Recher, der macht das hervorragend. Er applaudiert sich selber, ist das nicht ein toller Mann? Ist das nicht ein toller Mann? Reicht jetzt aber auch. Wir haben aber nicht nur heute den Recher als Gast auf dieser Bühne, nicht nur als Moderator, nein, sondern auch als Musiker. Aber nicht nur den Recher, nein, sogar noch einen Urgestein, eine Legende, eine Legende, die damals hier in diesem Dorf sein Unwesen trieb. Und zwar immer noch lebendig, keiner weiß warum. Baloui! Ja! Er hat nämlich schon damals hier geschürft, hat es überlebt und ist nun in seiner Zeitung vorangekommen. Ja. Baloui hat übrigens hier nebenan den Laden, den können Sie sich gleich gerne mal anschauen, das ist der Totengräberladen, dem gehört der Baloui. weil er singt uns das lied vom tod der nervt so lange bis wir sind wichtig aber louis sind wichtig so nicht gibt es noch nicht bei louis wir werden erst ein bisschen schießen bei louis und dann darfst du ran ja bei louis okay okay gibt es freiwillige voraus gibt es zwistigkeiten die heute ein für allemal geklärt werden müssen und seid euch sicher wer diese zwistigkeiten beilegen möchte kann dies auch natürlich wollen ja die zuschauer was geboten bekommt nicht wahr herr gb das bedeutet ihr sollt euch nicht leicht auf dem start über den haufen schießen sondern natürlich wünschen sich die zuschauer auch noch mal beleidigungen leichte anfeindungen wie zum beispiel hey sie du ich weiß ganz genau dass du meinen scrap geklaut hast und der andere dann so das habe ich gar nicht ich habe gar keinen scrap geklaut du hast mein auto gerammt und dann sagt er wieder nein deine schwester hat mein auto gerammt und dann sagt hier in diesem dorf gab es ein bestimmtes ritual das leute auf holen werden und zwar vielleicht kennen sie das schon wann wir können es einmal vorstellen herr recher kommen sie doch mal zu mir haben sie neben mich wir drehen uns den rücken zu und wir gehen auf kommando gleichzeitig los gehen nicht laufen oder wir crouchen los geradeaus und dann wird ein schuss ertönen und bei diesem schuss die verraten wir sowas nicht ich will das ja nicht wissen wenn ich nicht aber dass du da bist haben sie dabei 5.000 auf die bühne eine frage 10.000 hat man nur ein schuss oder 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 ja ich bin waffen und munition gestellt ist es gibt es ihr habt sechs schuss und sechs schuss im magazin also zwölf schuss also wählt eure schüsse weise ansonsten seid ihr beide tot der rest darf nämlich auf den überlebenden also wenn beide überleben dürfen dürfen die zuschauer auf beide schießen auf den hier bester mod bester mod bei dem showdown wäre toll wenn keiner beim showdown es sollte keiner schießen außer der der schiedsrichter der das signal gibt dass die beiden sich umdrehen dürfen den schiedsrichter wird heute die frau versal übernehmen die frau den goldenen schuss geben bei jedem duel ich hoffe sie haben sich vorbereitet ja ja alles gut ich werde draußen waffen und munition zur verfügung stellen ansonsten sie sich hier auf das hausdach dieser örtlichkeit begeben aber das ist eigentlich geklärt mit das ist eigentlich geklärt wenn da nicht noch irgendwas passiert von vielen dank für die auto und die wies seite so die das heute ihre gegnerweise und bleiben sie weiterhin auf fünf meter voice range außer die du landen die dürfen natürlich auch 50 meter reden ich bin der moderator sie können gegen mich nicht antreten ja machst du mit moderieren lassen mich wir treffen also die schützen wir nehmen diese straße hier was da noch ein gut den hol ich mir später ich habe mir kurz mein fernglas wieder abgezogen hast gestern will ich gerne rein knallen okay was wir jetzt gemacht oder an sich eine gute idee aber ich bin gerade nicht in stimmung es tut mir leid ich bin nur richtig ein bisschen stumm haben aber hier kann man sich durch die endachs machen fragt doch den herr schurlokat der hat die waffe schon gezogen guck mal der hat dich auch abgezogen weil er mich ja noch drückt das ist richtig sehr schön und hart vielen vielen dank lady beetle vielen vielen dank ganz ganz lieb weil sie mich so abgezogen haben also fast wie viel haben wir denn jetzt 456 vielen vielen dank hat jemand hier heilen sie wollen bitte auf den so blamieren sie sich jetzt hier nicht blamieren sie sich jetzt hier nicht blamieren sie sich jetzt hier nicht ich hab sie vorher auch schon herausgefordert ganz trocken einfach ganz trocken einfach blamieren sie sich da jetzt nicht ist hier noch jemand der sich mit texas toni duellieren möchte das wird zu dir nicht entschuldigung dass die toni natürlich richtig geil jetzt hier so ein ding beleidigst du viel gehen und ein bisschen durchhängen gerade aber das kommt wieder da sind aber ganz schön viele beim schießen da haben aber viele probleme die habe ich gefunden ich bin schießer und nicht scheißer also mich wollte keiner herausfordern das heißt alle sind gut mit mir jeder macht ola wo bist du werner was denn bob ein blick leider bleibt frei ich werde dich herausfordern ola er polle dich selber raus wie bitte wählst du ab ola vor all diesen leuten meine offizielle herausforderung zum todesduell das ist keine herausforderung das ist ein witz bob dann komm dem mann trau dich also ich bin pibob das ist ein kürbis von mir zwei 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 aber dass man erlaubt hast du wieso dann wird meine tasche wieder ganz durcheinander können wir nicht machen ja ich würde sicher gehen abgleichen mit mir also ich habe jetzt gerade 5.000 mitgenommen wenn die vielleicht offen sind dann kann man ja okay das passt ja du kannst eben maximal sind tausend die du einsetzen kannst an einem tisch und ja dann später wieder rein düdeln lachsmann hast du was zu essen oder spritzen was zu essen ja wer noch kein sleeping bag hat wirst du denn essen gibt es auch ja auf dem dach gibt es essen genau ja 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 wo sind die oben auf dem saloon da bei den kästen da sind schlafsäcke ok ja ihr habt mitbekommen dass alle meine herausforderung abgelehnt hat richtig ja sie war feige olla die waldfee olla 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 die feigfee jetzt hast du dich ja wirklich blamiert erst uns zwei herausfordern und dann sowas das würde ich mir ja nicht gefallen lassen das ist also kann doch nicht umschießen wieso der schießt dich um mit dem hab ich ja kein problem ich hab dir warte wieso denn ich hab dir Geld gegeben falls es dir schlecht ging ja nachdem du mir das abgenommen hast ja aber so funktioniert Poker das wusstest du doch vorher Hansi kannst du einmal kurz zur seite gehen Hansi ich muss da einen gefährlichen Stunt machen bitte Hansi ist glaube ich im Handschuhfach ey ich höch ach haben doch wohl mehr hm warum ist besser ne ist auf jeden Fall atmosphärisch richtig geil was steht über meinem Kopf Ich kann gar nichts lesen. Warte mal. Ada! Anders verwirrt... ...Sanna! Entschuldigen Sie bitte, sind Sie der Priester von der großen Kirche oben? Da ist der Lachsmann. Ich brauchte auch so ne Fernglas. Ey, guck mal da an die Box. Der Lachsmann hält sein Fernglas falsch rum. Ich glaub, der zielt auf dich. Die Waffe hält da richtig rum. Ey, Lachsmann! Wir sollten aufschlossen. Lachsmann! Was geht ab? Wie geht's dir? Richtig gut, Hau! Wie geht's dir? Sehr gut, habe ich das lange nicht gesehen. Ja, ich bin überall nirgendwo. Guck mal, guck mal, Lachsmann. Hast du immer noch? Richtig gut, das Ding richtig gut dafür. Guck mal. Hier, ich werde das verstecken. Wenn du heute Abend mitspielen willst, beim Poker, ne? Hier. Roll! Oh, danke dir, Lachsmann. Roll hat's genommen. Oh ja, Lachsmann, da wär ich auch dabei. Da wär ich auch dabei, Lachsmann. Hau, hast du das jetzt? Und hat der Kroll, der Kroll, ich hab's genau gesehen. Kroll! What's there? What's there? Ich spiele auch mitspielen. Das ist auch ne kleine Spende. Du hast doch bestimmt was durch deinen Bärenverkauf. Oder Pillenverkauf oder was auch immer. Der Hau hat nix. Ich hab einen Scrap. Ich hab einen Scrap. Ja, von mir. Da hab ich vorhin hingelegt. Mehr hab ich nicht. Reicht das? Hm. 5.000, glaub ich, hab geprobt. Ich komm auf dich zurück. Nein! Der Kroll hat's geklärt. Wenn der Kroll hat's zurückgibt, kriegst du vielleicht auch was. Das geht los! Werner hat recht. Werner hat recht. Ja. Töner. Das Duell, meine Damen und Herren, meine Duell. Ich hab gestern mit Poker Dick abgeräumt. Ich hab 7.000 Scrap oder so gehabt. Stell dich mal rücken an rücken. Da hab ich ja die Schwerlook gerade noch ein bisschen durchgefüttert. Ja. Bitte. Ja. Du bist ein scheiß Bruder, die Penner. Ich bist ein Penner. Hast nicht mal angesehen. Du bist ein Arschluck. Wusstest du, dass ich am Automaten bin? Äh. Spaß. Sobald du Scrap bekommst, gehst du in Automaten. Gib dem Lachsmann seine Scrap hier. Wie viel war denn das? Wie geil, ich hab einen erfolgreichen Laden. Du hast einen erfolgreichen Laden. Ich bin jetzt nur einen Haufen schießen. How fuck hat das? Sagt der Richtliger. Hast du mal gesehen, was du da draußen mal hast? Jaja, jetzt hab ich das wieder genommen. Mann, das 94. Scrap. 100. Liebe Herren und Damen, hier sehen Sie das. Zwei abgebrannte Brüder, die sich gegenseitiger nicht unterschiedlich sein können. Hab nicht gewonnen. Mein Duell, Teil-Duell. Das ist ja auch mal ein kleines Format. Keine Format-Name. Du, eine richtig gute Idee. Und bleiben Sie nackt. Was glaubt ihr? Gewinnt Brian oder der andere, Chat? Was glaubt ihr? Brian oder der andere? Was glaubt ihr, wer gewinnt? Kommt rein? Seid ihr bereit? Ja. Okay. Brian oder der andere, Chat? Was meint ihr? Also croucht ihr geradeaus weiter und auf den Gong schießt ihr euch über den Haufen. Denkt dran, ihr habt nur insgesamt wieviel Schuss? Zwölf. Brian oder der andere? Ich weiß nicht, wer der andere ist. Jens, bumse glaubt der andere. Alle glauben an den anderen. Brian kann glaub ich schon ganz gut schießen. Ich weiß nicht, wer der andere ist. Und Jens, schön, dass du da bist. Ich weiß auch nicht, wer Brian ist. Das ist so eine geile Idee von Gibi. Guckt euch das mal an, wie geil die Idee ist. verloren der anderen hat gewonnen sehr gut okay leute aufpassen jetzt geht es los jetzt geht es richtig los wir machen das jetzt hier wenn wir da kann ich wetten aufmachen würde wie eine wette aufmachen weil es dauert wahrscheinlich schon mal eine minute wo das ist eine minute wird ja längste wart also voting zeit und ist das im chat einfach machen wir haben gesagt ich kann nix komme ich mach dich fertig also hier hat jeder gesagt zweimal nach also einmal nachladen das wird besser ich gehe auch mal nach vorne jetzt sehe ich den namen nicht und das freite dwelle an heutigen tage steht an und die tag hier hast du schon sechs weggenommen die nächsten sind der alte falsige sack gegen die tage hat er noch extra personen in versteckten sagt man weiß es nicht wenn ich wenn ich gewinne kriege meine 200 grad wieder ja wenn du gewinnt dita oder shepard leute dita oder shepard ok du äh dita oder shepard was glaubt ihr am ersten kämlich noch nicht lang aber ich weiß jetzt schon du bist richtig beschissen verlaupte scheiße guck dich mal an du wie du aussiehst na shepard macht das sagte und das tageslicht ebenso mein freund was wünschen ich würde gerne jetzt bist du bereit zu sterben ja chat es muss auch realistisch sein nicht das was ihr euch wünscht alles klar bringt er richtig gut reingeholt sehr nass vielleicht schon mit also rücken an rücken crouchen und auf kommando auf den gong dreht euch um und ballert euch über den haufen habt ihr verstanden alles klar alles klar einmal in die hocken wahrscheinlich scheint es in der familie zu liegen es geht los in 3 extra gewechselt in 3 1 und los oh der dritte Herr Shepard meint gar nicht wohin verdammt 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 daraus gerade auch nur die schnauze wird denn jetzt ja 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 okay dann kommt man nach hier damit die gäste euch auf unseren auch hören und jetzt schon weg und macht schon auf 100 meter ok schwein ich habe nicht gesehen als du auf dem schiff warst du mich ehrenlos erschossen zu sagen wangenknochen die ich hier gesehen habe ich würde so gerne mit meiner zunge über diesen tollen wangenknochen drüber schlucken ich glaube er das nicht verstanden wenn sie dann macht ist ja auch okay 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 na gut aber nicht dass ich wieder schreibe ich also hier rücken an rücken das sind okay und ich habe keine waffe okay über die bilder okay oder bodybuilder was glaubt ihr jetzt schon eine ziemliche legende leute also okay das nicht gewinnen wird mich das schon wundern das wird mich schon wundern töd einmal hat so viel was schon wenn der darin wollen wir kennen wir nicht das ist ein unbeschriebenes blatt leute ist ein unbeschriebenes blatt mänlichkeit kajiro was geht in die biete sagt auch ok ok leute achtung achtung los die bilder hat gewonnen und ein weiteres war die ist auch okay ich kenne mal die nicht das ist immer die linke seite gewinnt langsam glaube ich nicht was denn hier okay die nächsten kompletten bitte aber bestimmt schon wenn du und ich nehme ein von hier vorne Ok, Shorty, wen möchten Sie gerne nehmen? Mit? Mit Shepard! Ok, Shepard und Shorty sind dabei! Aber ihr vorne herkommen, ihr könnt euch schon mal anschumpfen! Der Shepard wird schon gut zersiegt, fährt das vierte RL am heutigen Tage! Ich hab deine Hütte fast abgefackelt, aber gleich wird's ja auch richtig heiß werden, wenn die Kugel durch deinen Schädel jagt! Ich sag dir ein Shepard, mein Schatten ist schneller, als du denken kannst, ich sag dir das! Ach Leute, ich hätte mitspielen müssen, ich bin noch Lachsi Luke! Das ist dein großes Ego! Ah, ich bin noch Lachsi Luke! Meine Damen und Herren, wer weiß das nicht! Ja, Shorty macht das! Shorty knippelt weg! Du meinst doch wohl eher, dass du einen Schatten hast? Du hast keinen Schatten! Das Brotgefächt wurde erteilt! Ich hoffe, du hast zwölf Kugeln! Und Herkimi nimmt die Kontrent mit, um sie zu platzieren! Ich find's gut, dass du einen Kürbis auf hast und dein Gesicht versteckst! Ist besser so! Dann muss man sich nicht diese Scham geben! Krass! Warte, war der noch viel Appel! Du zeigst dir jetzt schon kein Gesicht! Komm mit! 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 Ich werde wohl auch in dieser Szenen meinen Shepard Rekord brechen! Das war ein Zufall! Verdammte Scheiße! Aber meine letzten Worte! Verbrennende Hölle! Alles nicht überrascht, Leute! Die linke Seite hat gewonnen! Immer die linke Seite gewinnen! Ja! Sehr gut! Ich glaube nicht! Applaus! Yeah! Ich habe einen Platz verdrungen! Mach die Waffe bitte wieder! Okay, wollen wir wetten, Leute! Ein bisschen Scrap für den Pokertisch verdienen! Okay, hier oben wetten! Alles gegen Shepard! Lachsmann! 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 20er! Scheiße! Ich habe meinen Scrap in der Kiste! Soll ich dir tausend leiden? So! Achso, das ist ihr! Da nehmen wir direkt daneben! Ne, ne! Wir machen hier! Äh, da! Dort! Diese Person hier mit dem Rehkopf! Das ist doch eine schöne Beleidigung jetzt! Große Zombie? Schordi, sind sie wieder zurückgekehrt? In ihr Gehirn! Wir beide! Ganz am Ende! Wir haben einmal! Wir beide! Große Zombie wieder! Wir beide! Ja, wir beide! Kein Problem! Ja, wir reden wir diesmal! Kein Problem! Wir reden um den Fight King und den Main-Charakter! Lachsmann! Lachsmann! Der wird es dir auf jeden Fall heimzahlen! Diese ganzen Beleidigungen, gerade das mit Shepard! Aber eine Frage habe ich! Warum das heimzahlen? Machen wir es! Mit dem Anzug! Ich habe den Anzug nicht! Warum denn nicht? Das kriegst du gleich noch mal! Hast du zu Poker, ne? Ich habe 4.000 Strap verloren! Das sind wohl die härtesten Worte, die ich heute gehört habe! So wie im Anzug! Das heißt, ich sehe 1.000 nie wieder! 2.3! 2.3! Ausziehen! 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 Also wir können es auch beim Becher machen! Geh das jetzt zu der Hämmer auf! Okay! So mehr! Jetzt geht es hier um die Wurst! Okay, ganz glied! Ja, ein mit euch! Machen wir! Rücken an Rücken! Auf jeden Fall! Okay! Dann gewinnt diese Lose! Dann gewinnt diese Lose! Die beiden! Das sind eine großartige Idee! Bis der Schuss kommt und dann bringe ich um! Wer? Sollte ich Munition zusätzlich haben? Der Verlierer wird der Zeit gekleidet! Ich bin blind! Alles gut! Das ist eine großartige Idee! Das ist eine richtig gute Idee! Dann viel Erfolg! Und es geht los! Was meinst du? Gewinnt endlich mal die rechte Seite? Da! Na! Die Katze mit einer neuen Taktik! Die Katze muss schießen! Sie rennt! Sie rennt! Sie rennt immer noch! Die rennt immer noch! Sie rennt immer noch! Ich habe eingeschossen! Nur zwei geschossen! Hab ihr geschossen! Olheim! Die Spätzchen ist gestorben! Du hast dich verschwunden! Das ist Loving! Den Spätzchen ist geschossen! ich muss links stehen linke seite gewinnt immer keine regeln okay dann die nächste person wir haben hier jemand ja ich war es kein zufall keine ahnung ich muss zehn sekunden ja erstmal ist ja auch wichtig dass man hydriert bleibt okay ich brauche keine munition ja doch 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 mit einem magazin Aufgeben, aufgeben! Stell dir hin! Stell dir hin! Hier hin! Hier hin! Special Event! Rücken an Rücken! Es geht los! In 3, 2 und los! Ach du Scheiße! Hier! Oh nein! Geben sie mir die Sachen, die eine Kiste sollen. Werfen sie mir die einfach hin oder so. Das ist doch ein Trick! Ich lerf doch nicht mein ganzes Crap hier hin! Das ist ein ganz weniger Trick! Mich erst provozieren mit dem Shepard und dem Sidekick! Und jetzt... Könnt ihr die nicht aufschließen? Ja, doch! Ja okay, ist eh eine Kiste da drin! Ach Gott, ich hab viel zu viel hier! Pass auf, nicht das Scrap stacken! Ich weiß genau wie viel ich hab! Also ich hab hier... Ich weiß nicht, die Helme brauchen wir nicht mehr! Ich hab von Mystery Man, hab ich so 5 Helme bekommen! Ich glaub, die brauch ich nicht! Ich hab zu viel hier! Das ist mal unfair! Mach schnell dich zu! Mach schnell zu! Also ne, mach's noch nicht zu! Ich dachte Steppart kommt! Ja, aber ich hab zu viel hier! Scheiße! Ich hab noch eine Kiste bauen! Ne, oder? Warte, ich kann ein paar Sachen... Kann ich auch rausnehmen und die brauchen wir nicht! Komm, ich werfe mal die Munition raus! Ja, warte, die kann ich jetzt nicht! Scheiße, Muni brauchen wir nicht! Ne, ja! Das sind noch die Waffe hier! Paddelbräu auch nicht! Dann lass... 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 Und was ist denn was? Ja, Fernglas! Ein Essen, Einmal rein! Der Stein ist das Ende sozusagen bei mir! Ja, aber nun gut! Hhmmm... Also sind wir jetzt schon nackt, okay! Okay, wir können auch... Ach Scheiße... Vielleicht lootert uns ja keiner... Ich lass dir... Ich hab mir auch noch mal ne Klamotten an! Ja, warum sollte uns denn... Warum sollte es denn niemand looten, was da gescheitert? Ja, genau! Schöö ist dessert! So! Kannst du mir das auch geben? In meinem Inventar ist noch Platz. Hauptsache du lässt nichts fallen. Sieht aber schon gut aus hier vorne. Ich muss einfach alles mitnehmen. Vielleicht eine überlebt ja von uns. Also eine von uns. Also nimm die Bähme einfach mit, eine überlebt. Ja, ist eigentlich scheißegal. Okay. Ich muss auch zubauen. Sonst kommt Shepard und alles ist weg. Dann zieht er uns ab hier mit dem Scrap. Wir haben immer Kroll und Haufack. Wie wird der Name sein? Haufack. Haufack bringt seine eigene Waffe mit. Ja, das wird großartig. Ja, ich bin hier. Was los? Meine Waffe Ja, Mann. Sie ist enorm um den Kroll. Nun, wen haben wir denn da, Herr GP? Wer tritt denn da unten an? Kroll und Haufack. Herr Kroll und What the Fuck. Herr Kroll und What the Fuck reden an. Und wir werden jetzt erleben, was denn ihr, was ihr twist ist. Fuck ey. Wir haben keinen Bock mehr über ihn im Scheiß-Zu-Fress-Lort. Nee, ich sag's ihm nicht. Nee, das wird lustig. Okay. Ja, klar. Aber du bist klar, aber du geh nochmal. Ja, ich warte die ganze Zeit. Ich werde dies jetzt beslafen. Was denn jetzt? Ach scheiß. Das werde ich nochmal steppen. Gut, fang wir wegstecken mit Joel. Wir beide, wenn der Gang kommt. Hier geht es nun mal. Meine erst abgehauen. Und nach dem Duell, drücken und drücken und drücken. Wahrscheinlich ein Eichkeiter. Weil das war... Ja, ich brauche mich. Ja, ich brauche mich. Ja, ich brauche mich. Moment, ich brauche mich. Ich brauche mich. Ach, warum? Das mache ich nicht mit, weil nachher bin ich der Einzige, der schießt und du schießt gar nicht und dann schießt du mich einfach um nach dem Tor. Das mache ich auf gar keinen Fall. Dann bin ich hier der Doppel-Loser. Das mache ich auf gar keinen Fall. Okay, dann dualieren wir uns normal. Ich habe schon jemanden, ich habe leider schon jemanden. Wirklich leider. Okay, dann kommt mal her. Ich habe schon. Ich habe da, ich lese da. Ich habe einen Mann, der nicht verdient hat, dass du an, dass du an oder auch ein ... Brauche noch einen? Der immer nur 30, Tempo 30 fordert. Jo, Sushu möchte gegen sich schießen. Guck da. Richtig, schon. das meine kommt mal mit ihr auf geht ihr habt ihr noch auf dem track stocken wie viel schuss haben sie Ich habe gar keine Waffe. Achso, du kriegst Waren. Was ist denn mit ihm? Waren sie noch einmal? Der hätte es nicht gemacht. Ah nein! Ja, ja, ja. Nun, die Brumsebiene hat Blei verspritzt mit dem Raketenwerfer, sie eindeutig besser und wahrscheinlich bekommt sie jetzt irgendeinen Anstoß. Okay, Leute. Okay, Leute. Also, war kein Problem. Natürlich muss man bei Dalu mit dem Schlimmsten rechnen. Wir haben einfach die gleichen dummen Ideen. Das ist das Problem. Also nicht das Problem, sondern das Ding. Ja, ja. Keine Gnade. Nun. Liebe Publikum, trauriger kann ein Vater nicht sein in diesem Moment, wenn seine Tochter... Einmal Dalu oder ich. Der gewinnt. Jetzt aber Kanalpunkte gleich. Mod wird das machen. Wieder Anstoß oder irgendjemand oder Streiker. So, wir haben einmal. Komm mal her. 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 Gibt es jetzt einen Doppel-Duell? Ich brauche, ich bin sehr viel Dank. Jeder von euch. Vielen, vielen Dank. Ne, das reicht nicht. So. Nun, bitte. Was denn? Buddy. War das wirklich sein Plan, Chat? Die Dalu-Zuschauer? War das sein Plan? Die Chefin? Riesiges Schwein. Richtiges, richtiges Schwein. Man kann euch nicht verstehen. Wir fordern mehr Gehalt, verdammte Scheiße. Hör auf zu lügen. Unser Drückstuhl täglich. Keine fairen Gehälter. Wir müssen die ganze Zeit Teller waschen. Sklavendreiber. Sie sind einfach nur so leise, damit es niemand hört, wie unglaublich beschissen ihre Arbeitszeiten in ihrem Restaurant sind. Also, kommen wir jetzt noch spät dran? Man wacht auf, wird direkt angeschrien. Und das Essen schmeckt auch scheiße. Das ist ein Betriebsracki. Das macht die Chefin immer. Das macht die Chefin. Das ist ja auch immer alles abgelaufen, was wir servieren. Buddy hat er in die Dusche gekackt. Tommy, Billy. So. Einmal bin ich hier. Hallo. Rücken an Rücken. An Rücken. Ah, okay, Streiker. Buddy, bitte. Einmal einen Meter. Okay, wir alle wissen Bescheid holen. Wir alle wissen es, ne? Nun, gleich. Danke euch für die Info. Für euch beide. Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber. Okay, es geht los. In 3, 2, 1 und los. Das ist richtig nice. Oh, ist das nice. Oh mein Gott. Er flüchtet aus der Stadt. Lieber Publikum. Oh, das ist ja Heddy. Das ist vorbei. Der armer Nehmer ist aus der Stadt. Geflüchtet. Das war richtig nice. Das war richtig nice. Das war richtig nice. Ja, nun. Ihre Ehre verteidigt. Das war ein richtig nicer Fight. Ja, Leute. Setzt die Klopapier. Setzt euer Klopapier. Alles was ihr habt. Haut ihr rein da oben. Äh, Herr Sherlockard. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, bitte sehr. Mit wem wollen sie sich? Ich bin unbewaffnet. Hast du einen Gegner? Jungen, will das glaube ich nicht. Okay, Lastmann und Sherlockard. Komm mal her. Ja, kein Problem. Der Sidekick macht das. Ach, so gegen den. Willst du dich noch nicht machen? Vielleicht gibt es noch was zu gewinnen und zu verlieren. Hier gibt es ein Ehrenduell. Machen wir das jetzt mit dem Helm oder nicht? Herr Lachsmann, gegen Herr Sherlockard. Ohne den Helm. Achso, da meint ihr den Helm. Nun werden wir sehen, was ihre Pfistigkeiten sind. Mit dem Helm. Mit diesem Helm. Der Helm, der hier wie? Ne, mit dem anderen. Ne, wir machen ein normales Duell, Herr Lachsmann. Es geht darum, wer ist hier der Hauptcharakter und wer der Sidekick. Das war, ich bin Lachsmann. Was? Wie Sie sich jetzt auch raus? Wache es schon? Ne, noch nicht. Ich bin Lachsingerl luk. Ich kann nicht nur schnell als beiden Schatten. Okay, das war's. Okay, gut. ein einsatz der verliebe was die meisten nicht wissen beide sind sehr sehr spielsüchtig und werden das hier austragen ich muss so lachen ich lache da durch das geht los in drei zwei eins und los ich habe keine munition mehr ich habe keine munition mehr hat mir keine munition ich habe einen schlafsack hier ich habe vergessen den schlafsack zu packen das ist mies das ist das ist das was mich jetzt ärgert was nicht geplant war gehe ich denn jetzt am besten hin autoschlüssel habe ich auch da ja okay ist jetzt nicht die beste option gewesen hätte auch mein pferd nehmen können und vertraue ich dem chat warum konnte der denn warum habe ich denn keine schüsse gehabt das war mit gipi abgesprochen das so ich habe nur die eine finde gesehen aber da war noch eine andere finde ja aber ich bin als ich gestartet bin bin ich hier oben gespawnt leute aber ja wenn es braun hier eigentlich ist aber war klar der gibt mir die waffe ist das war das war eigentlich war das klar okay es muss alles rennen was ändern dankeschön mystery man ich möchte noch mal betonen die kugel lachsmann lachsmann selber schuld genau so war's moment mal warum hat der herr scherlokrad seine pistole hier vorne bekommen vor allem und nicht und ich am seitentisch was soll das denn ich hab nur sechs schuss ich hab nur sechs schuss dann hat einer von euch auch lachsmann ich hab alles kommt mit ja ja ich habe die munition scheiße scheiße aber Diese eine Finte sehe ich, ne? Wenn das jetzt geplant gewesen wäre, das wäre schon gut gewesen. Das war so eine Doppelfinte, das mit dem Rächer und dann das mit der Pistole. Sie dachten, der Betrug geht ja nicht. Ja, genau. Tony! Denk schon, den ist da drin! Tony! Ah, scheiße. Nein, Tony! Ich habe ihr Telefon. Das ist ganz schlecht. Moment, das ist wirklich... Das ist sehr großartig. Ich habe auf einmal keine Sonnenbrille mehr. Achso, die habe ich ausgenommen. Ich habe die, warte, ich habe hier einen Zertausch. Ach, das ist sehr großartig. Bob, auf! Okay. Das ist denk, ich habe geschummelt. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Der Dave hat mir noch mal 20 Scrapping geworfen. Ich habe gerade den Zuschauer aufgefordert. mit, das passt schon. Welches? Das jetzt hier? Okay, dann trash-dack ich mal, ihr beiden. Nee, nee, das Sherlock-Card-Outfit. Das mit dem Hemd. Ah, okay. Ich glaube, ich müsste alles haben. Ist da mein Name gehört? Hören Sie alles? Hey, Leute, ich will, dass Sie alle folgen. Hey, ist großartig. Ja, es macht einfach so viel Spaß, Leute. Es macht so viel Spaß. Ja, Leute. Es hängt von den Games ab, ob das passt alles. Das wird schon. Leute, alles gut. Da dauert doch genauso viel Spaß. Wenn Sie mir nur ein bisschen Cloth geben, kann ich es auch selber machen. Ja, es geht um den Skitten, glaube ich. Mystery Man, du hast nicht zufällig noch so eine Sonnenbrille, so eine Pilotenbrille. Also ich habe ja gerade so eine andere auf. Auch eher so was mit so ein bisschen ründlicheren Gläsern. Also, weil du das findest. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Vielen, vielen Dank für die ganzen Folos, Leute. Ich habe den Alert ausgemacht. Jetzt bekommen. Ich bin der Lachsmann, so höre ich mich normal an. Alles klar. Das hilft nicht weiter. Das ist ein bisschen ründlicher. Ich meine, ich soll so vorkommen. Metal Fragments. Ich kann Sonnenbrillen. Ich kann Metal Fragments. Kein Unterschied zum RP, würde ich auch so sehen, Leute. Das ist eigentlich komplett das Gleiche. Weil die Stimme ist auch schon komplett kaputt. So höre ich mich wirklich normal an. Mehr oder weniger. Und das ist der Lachsmann. Herzlich willkommen an alle. Das war ja großartig gerade. Ich mache Ihnen eine. hier und mir. Da ist unsere Individualität vorhanden. Okay? Ansonsten Sidekick, Main, Main, Mann. Das ist kein Unterschied. Nicht vergessen. Das ist nicht unser einziges Event heute. Das ist die Sonnenbrille. Ja, stimmt. Jetzt willkommen an alle. Wie gesagt, ich freue mich. Vielen, vielen Dank für die ganzen Folos. Ich kann mich nur an alle nicht, ich kann mich nur allgemein bedanken. Leute, Rust, was macht mich? Ich habe hier ihre. Ich bin gespannt. Ist blau? Ja, kommt jemand ran und wir machen noch noch. Ich kann nicht mal so schlecht. Ja. Wir müssen das noch richtig machen. Ist ein bisschen rosa an der Seite. Ja, so ein bisschen fischig. Ich bin schon mal an zu Trash-Ton. Nicht mit diesem Hut. Jetzt den Hut ab. Da sind Karten drin, die sind gezinkt. Gib mir. Hast du noch so einen Hut? Dann siehst du das auch mal. Ja. Ne, dann brauche ich nochmal. Dann brauche ich nochmal. Vielen, vielen Dank auch für die Subs, Leute. Ja, für die Subs und Bits natürlich. Vielen, vielen Dank. Super RP-Kombi-Dun. Hey, Leute. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Das kann es uns geben. Fangen Sie mal, Herr Mystery Man. Wissen Sie, wer 973 Pferdemisthaufen in meinen Ofen gepackt hat? Ich werde ihm jetzt ein Ende bereiten. Ich werde ihm jetzt ein Ende bereiten. Ähm, nein. Ich habe nur von jemandem gehört, der Ihnen ein paar Fische und ein Teddybär in die Jackentasche gespickt hat. Ja, wissen Sie denn, wer mich in den Pool gesteckt hat und wie ich da aufgewacht bin? Da war irgendwie ein Wodka im Pool. Wahrscheinlich um Explosionen. Hier ist Ihr Hut. Fassen Sie auch auf. Oh ja, der ist aus dem Teddybär rausgerutscht, potenziell. Jetzt willst du mit den toten Fisch-Augen oder ohne? Guck die gezinkten Karten umdrehen. Guck dir die Karten umdrehen. Das ist viel zu auffällig. Die raffen doch, dass wir falsch spielen. Dieser blöde Hut ist schon gut. Guck, das passt noch zu dir mal. Vielen Dank, Mr. Mist. Vielen Dank. Gerne, gerne. Es spielt Ihnen super. Vielen Dank. Bis später. Leute, das wird großartig heute wieder. Wir pokern eigentlich nur die ganze Zeit. Ich muss pinkeln, Leute. Ich muss so pinkeln. Na gut, na gut. Ich hänge. Ja, ja, los. Wo geht es denn jetzt hin? Entschuldigung. Ich muss ins Handschuhfach, Leute. Ich muss ins Handschuhfach. GTA-Rollplayer wissen, dass was damit gemeint ist. Jetzt hier gehen jetzt alle rein. Wie ist das denn? Wie ist das spiellos? Und ich muss kurz ins Handschuhfach. Ach, Baloui singt was. Vielen Dank, vielen Dank. Aber ich wollte auch auf die eben nicht. So. Hallo, guten Tag. Ich bin Baloui. Ich muss ganz kurz pinkeln. Wirklich, ganz dringend. Vielen Dank wirklich, dass ihr alle folgt. Ganz, ganz lieb. Ich habe den Spaß meines Streamerlebens. Weil das, glaube ich, wirklich mitwitzig ist. Ich habe schon viele witzige Momente gehabt. Aber jetzt die letzten zwei, drei Tage, ich habe so viel gelacht. Ich glaube, wir können das unterschreiben. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ne? Ja, Liquid Duck ist das. Ich kann jemand auch gerne den Mod, kann gerne mal Liquid Duck als Twitch-Link reinschmeißen, damit er auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Denn der Mystery-Man, der Mystery-Händler, der macht so viel, so viel für das Projekt. Wo ist mein Scrap? Ohne die Admins wäre das ja alles nicht drin, ne? Ja, das Alterstein. Vielen, vielen Dank, Stryker. So, ich bin ganz kurz pinkeln. Wir sehen uns sofort. Also, also, halt, nicht mich nass machen. Ich, also, ich weiß nicht, wer das zu verbrechen hat, dass ich das, also, tut mir leid, dass ihr die Show unterbrecht. Ich wollte das gar nicht, ich hätte jetzt auch noch gewartet und wäre nebenbei eingeschlafen, aber... Das Casino wird nicht... Was hat doch bei mir? Äh, 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 ja, ich dachte, heute singen wir, weil es ist ja auch jetzt hier so eine Countrystadt. Singen wir mal einen Country-Song, den ihr bestimmt alle kennt. Äh, so, ne? Und, äh, ja, ich... Hast du das hier rausgenommen? Äh, ja. Nicht? Nicht? Nein. Nein! Zu lügen, Arsch! Almost heaven I'll, West Virginia Untertitelung des ZDF, 2020 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 am Horizont sehen, hunderte Festen nie warnen und flehen. Stumm wie verlassen, sieh ich sie dort stehen, doch weiß ich, dass in ihnen Menschen noch gehen. Und sie schreiten allein durch die Halle aus Stein in ihrer Festung. Und sie schreiten allein durch die Hallen aus Stein in ihrer Festung. Und sie schreiten allein durch die Hallen aus Stein in ihrer Festung. Maloui, bester Mann. Pock, Leute, Pock. Super. Applaus. Richtig gut, Maloui, richtig geil. Ein Abkommen, Maloui. Brustartig. Brustartig. Maloui. Vielen lieben Dank. Richtig, richtig geil. Das ist jedes Mal wieder toll. Jedes Mal. Brustartig, Mann, von der Bühne. Wie das Lied heißt, weiß ich nicht, aber irgendwie. Rack ihn ja gar nicht mehr. Hallen aus Stein. Rack ihn von der Bühne. Dankeschön. Wie heißt das Lied? Das war bei Louis' letzten Abend ebenso. Das war eben so bei Louis' letzten Abend. Dann nochmal einen herzlichen Applaus für Baloui. 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 Lui, Lui. Tschüss, Baloui. Baloui. Willst du mich heiraten? Schön mit euch. Ich muss mich leider verabschäumen. Bistung heißt es einfach, ne? Maybe, Bob? Maybe, Bob? Danke dir, Trockentoast. Vielen Dank für die Info. Bis dahin, Dankeschön. Komm, gut. Danke, Spani. Tschüss. Ich habe deine Tabletten. So, wie soll ich dich nicht nach Hause fliegen? Radiot, schwinge Robot. Ja, fliegen wäre nett, ja. Ja, kann Krossi jemand mal permiten, dass er einen Link posten kann? Es scheint sich... Kann Krossi den Link posten, wenn er einen Permit bekommt? Das wäre lieb, danke. ...zunähern, sodass wir bald in die Gelegenheit kommen werden, hier unten oder in dieser Stadt ein ganz anderes, besonderes Spektakel zu bekommen. Ja, Krossi hat gerade das Lied gepostet. Wir haben das interessiert, Leute. Dazu bitte ich Sie alle, einmal bitte aufs Dach zu gehen, außer die Persönlichkeit und Personen, die wir woanders benötigen. Ihr wisst es schon. Ich muss die anstopsen, die sie manchmal wissen. Alle anderen bitte einmal nach oben aufs Dach. Hallo. Hey, Mario, dich hat vorhin jemand gesucht. Gesittelt, Leute, gesittelt. Mario sehe ich nie. Hey, das ist ja fast schon über ein Futter-Events gestern. Bitte nicht schubsen, ja? Ich weiß so. Ich schub sie gleich. Nein, ich bin jeder. Ich schrinklau, weil ich wärme. Ich schubsen. Das war lustig. Ja, dann müssen wir jetzt hoch. Mach jetzt nicht den hier. Das ist richtig. Aber mindestens habe ich gegen den Besten verloren. Moment. Nee, du warst nicht mein Gegner. Ja, jetzt ist das bei Rust. Das ist richtig geil. Oh, auf einmal ist das Unkühl. Du bist so ein Zufall. Hexerei. Ich hätte dich fertig gemacht. Ich wollte als allererstes, wollte ich Toro erschießen. Bevor ich auf Lachsmann schieße. Und hätte ich dich gesehen, hätte ich auf dich geschossen. Wow. Wow. Ihr habt dich gut gefunden. Sei froh, dass du da nicht mitgemacht hast. Es gab hier drei Fallen zu beachten. Falle Nummer eins war unten bei der Kiste. Da wäre fast mein Scrap verschwunden in seiner Tasche. Um mich nackig zu machen. Falle Nummer zwei war das mit Toro. Der Bär hat es erschossen. Falle Nummer drei war das, dass mein Revolver nur sechs Schuss hatte und ich die Munition nicht bekommen habe. Möglicherweise ist ein Fauxpas passiert. Du wurdest getäuscht, Lachsmann. Ja, fast dreimal. Ich habe nur zwei Fallen entdeckt. Scheiße. Der Herr hat Bescheißung gehört. Er dachte, er hat es mit der Kiste. Dabei war die Falle so offensichtlich, dass ich wusste, dass er noch nie in Sicherheit liegt. Scheiße, aber auch. Team Nummer zwei kommt mal mit in die Kirche. Mir hat es hier noch Platz. Könnt ihr noch was sehen? Ja, ne? Das sollte gehen. Ihr könnt auch eins runtergehen. Eins runter ist auch geiler. Eins runter ist auch viel geiler hier. Das ist schon hier dran, glaube ich. Man sieht dann zwar da hinten nicht so gut, aber... Könnt ihr denn durch den Turm noch gut sehen? Ansonsten könnt ihr auch eins runtergehen. Es wird mir einfach auch keiner glauben. Was ist das in Bayern? Wenn dann jetzt... Was ist dieses Bayern? Leute, das macht Spaß, ne? Ja, ich müsste jetzt meine Freundin richtig anfangen, Captain Crazy, aber ich weiß gar nicht, ob sie wirklich dabei ist. Ist da jemand runtergefallen? Ich habe ihn abgeworfen. Dann sitzt du wegen der Samen da runter. Geben, oder? Hey, hey, hey. Keine Spoiler, Captain Crazy. Ich finde das selbst, aber danke. Sehr gut, sehr gut. Der ist ja nicht da, Sevi. Ist das Flower wieder da? Ja, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja. Okay. Ja. Ja. Wo bist du? Hier. Da. Es wird wieder hell. Sehr gut. Hey, langsam. Ja. Herr Sternokat. Was sind sie denn? Ja, die Schweine. Können wir die umlegen? Ich bin hier. Ich bin Schwierler. Ich bin Schwierler. Ich werde mit mir die Vorknüpfen. Hey. Herr Sternokat, könnte. Danke, Tom. Danke, Schlaf. Dann kannst du doch mal so teilweise die Regeln erklären mit den. Pass auf. Also die müssen hier. Äh. Kann ich vielleicht eins da drunter? Verdammte Kacke, hör auf, wir haben keine Heilung hier oben. Die Kirche hat gesagt, wir sollen die Steine werfen. Jetzt geh weiter. Ich hab auch da auf dem Blick klackst du an. Die Zaubersteine vom Kroll. Da. Alles klar. Wir können, ähm, wir können ja mal sagen, wenn Licht angeht. Schau du klar? Also ich wollte auf die mittlere Plattform. Wollt hier auf einer da drunter. Weil ich da besser sehen könnte. Aber, aber nichts. Oh. Er hat doch recht mal auf, die blöden Steine zu werfen. Also ist doch wirklich ein bisschen ankommen. Ich glaube, ich geh ans Runter, danke dir. Ja, aber ich hab's nicht aufgezeigt. Nein. Ey, hört doch mal auf, den Steine zu werfen da hinten, danke. Alles klar und Knurke, hau rein. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja. Toni, lass uns nicht gefallen, Mann. Wie, weißt du, sieht man, gibt's eigentlich irgendwo eine Zahl, wie viele Leute gerade insgesamt beim Massplatz zugucken? Wie bleibt das da irgendwo? Ach ja, da. 35.000 Leute gucken grad zu. Machst du los, Recher, oder soll ich mir was sagen? Ja, sag doch was. Erklär's nochmal den Leuten, damit die das wieder begreifen. Und hört auf, Steine zu schmeißen. Das ist doch so cool. So, wir werden jetzt gleich Zeuge einer einmaligen oder vielleicht auch einer Tätigkeit, die nur ein bis drei Mal im Jahr auftaucht. Und zwar werden wir jetzt gleich mitbekommen, wie die Geister zurückkommen. Die Geister der vergangenen Tage werden hierher zurückkehren und wollen ihr Tribut. Sie wollen Fleisch und Blut, sie wollen Knochen brechen, sie wollen Blut, sie wollen einfach Tod und Verderben über die Menschen bringen. Und diese fünf Überlebenden, die möchten, dass wir hier unser neues Zuhause finden. Matt, das ist ganz, ganz lieb. Aber wir werden jetzt gleich mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Das Ziel der Überlebenden ist es, fünf, dieser großen Scheinwerfer auf dem Dach, auf den Dächern der verschiedenen Häuser anzumachen. Da müssen wir Generatoren bauen und anschließen. Das Ganze werden die aber nicht einfach nur so machen, nein. Sie werden unterdessen von Geistern gejagt, getötet und ausgenommen. Wenn ihr der Meinung seid, dass die Geister recht haben, dann könnt ihr gleich in der Runde mit einem oder anderen Stein werfen. Vielen Dank an die Leute, die folgen. Aber bedenkt auf, mit jedem Stein, den ihr werft, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir hier unsere neue Stadt errichten können. Kleine Anmerkung, ich habe den Moderator, der hat mit den Scheißkillern nichts zu tun. Genau. Ihr werdet gleich einen Schuss von mir hören. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Geister loslegen, ja, dass die Geister losgehen. Wenn ihr den Schuss hört, dann solltet ihr fliehen und solltet eure Aufgaben machen. Genau. Es gibt sozusagen jetzt Killer, ne. Triple X, Philly, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den Subs. Wir sind fast bei 500 Subs, das ist crazy. Ja, eine Art Dead Red Dead Edition, das ist richtig. Kubito finde ich cool, dass du dich bedankst. Finde ich sehr, sehr cool. Da ist der Lachsmann, die Kärze der Wahrheit. Das ist schon geil, eigentlich da hinten zu sein, ne. Also, auch in der Mitte ist so. Und es geht los, meine Damen und Herren, das erste DBR, Dead by Rustlight, hat begonnen. Die Killer kommen aus der Kirche. Das wuselige Gespenst und der flächerne Kettensägenmann. Dort sehen sie sie, auf der Allee. Der Geist, die Hexe, die Witch, sie jagt schon. Und was machen die Männer? Die Kettensäge, sie rasselt. Da ist der Kettensägenmann. Da ist ein Kettensägenmann. Schuck mal hier, das ist auch einer der Killer? Hektensägenmann. Hey. Ja, da muss sie da vorne auf dem Dach, ne. Ja, das wollte ich auch. Da sollte ich halt auch hin. Das wollte ich vorhin schon machen. Da muss ich wieder nirgendwo. Noch keine Lampe an. Der Geist tunnelt. Dort werden Kisten. Ja, ist nicht. Nein, nein, der brennt nicht. Alles gut. Und der Geist versucht, sich neue Krallen wachsen zu lassen. Die Witch. Da ist der Killer, das ist einer der Killer. Wie gesagt, wir haben hier zwei Killer, glaube ich. Wir haben Geister. Und die anderen müssen halt Rätsel lösen. Über Dead by Dead müssen die Generatoren reparieren. Beziehungsweise Schlüssel finden für Kisten, glaube ich. In denen irgendwas ist für Generatoren. Dann müssen die Teilnehmer weiterhin um ihr Leben bangen und laufen. Denn die Killer waren nicht dumm. Sie haben vorher die Kisten leer gemacht. Um größtmöglichen Schaden anzurichten. Bei den Überlebenden. Es gibt halt die schnellen Geister. Es gibt halt den Kettensegenmann. In der Flammenglut. Da geht einer unter. Und das Fähstein, das verbrennt sich den Schwanz und die Ohren. Das ist eigentlich... Opa. Ist halt ein bisschen schlecht respektiert, ne? Die Kisten sind wieder voll. Aber an sich mega geil, wenn man mitspielt, Leute. Muss man wirklich sagen. Gib dir hat sich so viel Mühe gegeben, ne? Gib dir das richtig, richtig geil gemacht. Aber das ganze Event ist super. Ich bin so zögernd, Leute. Ne, wenn ich nicht, oder? Und so ein bisschen. Und die Hexe jagt weiterhin. Richtig, richtig nass. Da, auf der linken Seite sehen Sie den Kassel... Ja, pass auf. Es gibt halt Leute, die sind verschieden angezogen. Das ist ein bisschen schwierig. Es gibt Geister. Oder ein Geist, der irgendwie Killer ist, sozusagen. Aber wir spielen Dead by Dead. Das Prinzip ist, es müssen... Mehrere Leute sind gefangen. Die wollen entkommen. Dafür müssen die verschiedene Aufgaben erledigen, damit sie die Tür öffnen können. Also entkommen können. Und es gibt Killer, die das verhindern wollen. Ja. Und... Genau, und die, die entkommen wollen, müssen die Schlüssel finden, um Kisten zu öffnen, um dann Generatoren zu reparieren, um irgendwie zu entkommen oder so. Und die Killer müssen in der Zeit versuchen, die zu töten. Leider vorhin auch nur mit Einbau hinzugehört, weil ich halt nur mit anderen Sachen beschäftigt war. Schreie. Schreie. Hallen durch die... Durch die Gebäude. Schreie. Und da, der erste Hasen liegt auf der linken Seite, mein Name ist Ernst. Was macht der Killer? Er saugt sie aus. Und ha! Da ist der Kopf vom Hasen ab. Ja, und die anderen dürfen natürlich auch respawnen, ja. Weil dann ihr Zeug und dann geht's wieder los. Oh, der erste Generator ist an! Meine Damen und Herren, auf der rechten Seite sehen Sie, dass die Überlebenden versuchen... Ich kann mich nicht bewegen! Keine Ahnung, wer die Zeit nimmt, aber der erste Generator... Ja, genau, Step by Daylight, nur hier, genau. Da ist nur ein bisschen unübersichtlich zu spektaten hier, ne? Du musst auf 100 machen! Nein, ich doch schon! Und das Seelstin ist wieder am Leben! Und hoppelt durch die Prerie! Da kommt der Kettenmasser! Oh, oh, knapp! In common! Na, also die Streets hier, das sind die, die operieren... Was, was denn? Wir müssen versuchen, das zu reparieren und Schilder finden und... Äh, Schlüsse finden. Mit bei Rustleid, genau. Der zweite Fähne ist an! Oh! Sehr gut, das, was Striker sagt, Leute, lest das, was Striker geschrieben hat, Dark Striker. Der Mod. Vielleicht werden Steine wieder aufgefüllt von dem mysteriösen Mystery-Mann! Ach, kein Fall! Und die Flammen, sie schlagen höher! Immer noch zwei Generatoren an! Wie sieht es mit der Zeit aus? Da hast du ein paar drinstecken! Hä, bist du nicht in dem Team eigentlich? Das gerade spielt? Nee! Der Lachs ist mein Team! Da steht er! Und Jules! Und Dalu! Ich spiele jetzt Survivor, oder ist er die Kinder? Und der Moderator-Turm abfackelt! Und ich auf dem Moderator-Turm bin! Wissen die Häste nicht, trage ich mich! Hm, ja, maybe not! Ein dritter Generator ist an! Der dritte Generator wurde aktiviert! Papo, wir schaffen das schon! Wir sind eh der Main-Eck! Das sieht schon vier Gents an, oder? Wo sind denn die Gents? 4, 4, 4! Wo sind denn die Gents? Ich seh die gar nicht! Wo sind sie mal gegenüber der Leuchten? Das sieht gut aus, für die Überlebenden! Ach, das sind die Lichter! Alles die! Jetzt habe ich es auch gedacht, dass das die Gents sind! Das ist halt viel, viel besser als sichtlich! Ich habe es eben noch nicht gerafft, wo die Lichter sind! Okay, da fehlen noch die zwei! Und hier sind auch noch welche? Oder ist der Feuer? Sind das nur die da drüben und auch die hier? Auf der rechten Seite wird weiterentaktiert! Genau, und gesagt, sind wir! Das ist alles schon aufgeschriebene Motiv! Ich habe einen gefangen! Ich habe jeden einen einen! Und wieder brennt der Turm! Es fehlt nur noch einer! Einer! Dahinter ein wildes Gewusel! Die Überlebenden versuchen weiterhin einen Generator zu betreiben! Und dort! Also für die Spieler ist das bestimmt mega nice! Zum Zusehen ist das ein bisschen schwierig, aber dafür kann keiner was! Ja! Aber ihr könnt das gerne aus der Spielersicht angucken! Die Hexe, die Witch! Fliegt förmlich über die Prärie! Und der Krippensägen macht Huckermann weiterhin mit seiner Krippensäge! Ja, Berliner könnte zum Beispiel zugucken aus der Spielersicht! Das könnt ihr gerne machen! Ich weiß, du meinst das nicht böse, bitte hier keine Werbung machen für andere Leute! Das ist generell, ne? Aber für Lina ist das okay! Da können wir gerne gucken! Ich würde gerne selbst entscheiden, was ich bewerbe! Weißt du? Nur darum geht's! Alles gut! Am Generator rumgespielt! Die lebt bestimmt nochmal! Kann auch respawnen, oder? Und wieder ein Opfer! Kann auch respawnen, oder? Und dann holt man sein Zeug und macht weiter! Also man ist doch nicht final tot! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, ob es irgendwie drei Leben gibt! Das ist kein Killer! Ja, alles gut, Elo! Ich sag's dir! Ja, alles gut! Drei Mal oder drei Mal! Jetzt muss es eine Regel geben! Ich glaube, drei Mal wäre... 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 Toll! Der Kettensegenmann hat wieder einen Appang gefunden! Du stole! Das war alles gut! Ach było! Der Opa hat richtig Bock! Ah... S Kush! Wir Antiste assignment! Hallo! Ist gerade wirklich erstarr und nicht gut gebalanced. Ja. Wie oft sollen die Leute respawnen? Unendlich oft, oder? Einfach, ne? Ne, ne. Dreimal eigentlich. Ne, stopp. Dreimal nur Maxi. Ja. Und ein grelles, lachender Hexe. Mit dir. Die Witch. Braucht Naharung. Wie lange ist es schon? Also wie lange haben die noch? Hat jemand auf die Uhr guckt? Jetzt müssen das Überlebende sein. Ne. Ne. Hat Gibi bestimmt im Auge. Ja, ich hoffe. Da muss doch einer mal helfen. Überlebende, wo seid ihr denn? Seid ihr hier drin? Wie ist Patti gestorben? Ich glaube nicht, Falkan. Da hat sich wahrscheinlich selbst mit einem Flammenwerfer da drin getötet. Würde ja passen. Ich sehe aber einen Stein daneben. Und? Das könnte auch ein Abtatz sein. Da kommt Patti. Das sollten wir untersuchen, Herr Sherlockard. Die Feuer brünft die Gefalle, die nicht mit Stein beworfen werden sollte. Was machen denn die Überlebenden? Die Zeit läuft ihnen davon. Nur noch wenige Minuten. Gesungen hast du doch eben gerade schon, Desi. Und wir pokern gleich. Ob da jemand singt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob jemand singt, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand singt. Was? 5 Minuten. Die haben sich gefregennt. Die haben sich gefregennt. Die haben sich gefregennt. Da ist er. Er ist an. Wie gruselig das ist. Da ist der Jinn. Ja! 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 Auf geht's, Burrito! Oh nein! Die Generatoren sind angegangen! Ja! Die Überlebenden haben gewonnen! Ja! Richtig geil! Wuuuuh! Also ich muss sagen, die Stadt an sich zu bauen, dauert gar nicht so ewig, aber sich das alles auszudenken, das ist das Ding. Und das dann nochmal zu bauen. Also das Gesamtprojekt Ding, das dauert. Ja! Da kriegt es! Also, kann man jetzt runter oder nicht? Das Spielfeld, beziehungsweise die Leichen müssen entfernt werden. Die sind alle runter oder nicht? Das bedeutet, wir unterbrechen unser Programm und scheppern halt einfach mal irgendeinen Auf jeden Fall. Das hat Kibi richtig strong gemacht. Dann müssen Sie sich auch unterhalten fühlen. Ja! Wenn es zu laut ist, dann... Herr Reicher! Herr Reicher! Können Sie sich die Zeiten ausschreiben? So! Werden die Leichen und Trümmer, Leichenteile entfernt werden? Also... Ich werde wahrscheinlich niemand in die Nähe kommen von der Sopran-Schule. Ach, Hasi! Das ist... Mach auch nicht mit Absicht! Ja! Hoppelhasi! Man muss sich ja nicht messen! Einfach nur! Solche negativen Kommentare, Hasi! Ist mir schon öfter mal aufgefallen. Ein bisschen... Einfach mal die positiven Aspekte hervorheben, ne? Wenn wir so eine gute Zeit... Passiert auch mal Fehler! Und das wollen wir den zugestimmen! Ja! Genau! Gib! Ihr wollt unbedingt wieder was bauen! Ja! Ja! Es ist schade! Aber ne? Ja! 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 Das ist nice! Es ist spinnendeぉ! Was hast Du einfach mal gesehen? Wo sind die psychiatriesen? I'm riding to the Boomer Town Gute Whisky auch aus I'm hanging out and we'll be see There's much to do and I can read Boomer Town Dort sitzt ein alter Mann auf einem Stuhl Er ist schon ganz knittrig, ich grüße ihn Er hebt die Hand und sagt, was'n los? Ich sage ihm, du bist'n Boomer Und er sagt, ach, bloß'n Boomer Town Ich bin in Boomer Town Und wenn du durch Boomer Town gehst Dann bist'n alt und knabbrig Alt und knabbrig In Boomer Town gibt's nur Schand und Schund In Boomer Town gibt's keinen Fortschritt drum In Boomer Town In Boomer Town In Boomer Town Ist schon ein neister Jam, Leute Mit mir Riding through the Boomer Town And riding to the end If the sun is rising If the sun is rising Your journey will never end Boomer Town Boomer Town In Boomer Town lebe ich Und verbring'n Und verbring'n die letzten Stunden Bevor ich geh'n Bevor ich geh'n In Boomer Town In Boomer Town Wuhuuu Ja, das war ganz in Ordnung Wuhuuu Ist schön, Herr Schar, ich meine Das ist ja schön, Herr Scharges Nicht wahr? Ähm, wie sieht denn das Spielfeld aus? Sind wir schon wieder bereit? Das ist ne gute Frage, du Anscheinend nicht Also ich muss ja sagen Ne zweite Runde ist Das wir jetzt zuschauen Schon so ein bisschen Man kann so einiges verstehen Das ist gar nicht so einfach Nicht wahr? So kurz vor null Wieso ist das denn schon so spät, Chat? Was esse ich denn jetzt? Gott, ich glaub ich hol mir ein Müsli Ich lass auf jeden Fall erstmal die anderen spielen Damit äh Also ich kenn' es ja Und wir können's ja auch morgen oder so noch spielen Aber ich will, dass die Leute halt alle rankommen Deswegen Ich hab' da kein Problem mit zu warten Ja Ich auch nicht Ich hab' auch gar keine Probleme mit heute gar nicht zu spielen Ich hab's gesehen Ich hab' euch zugeguckt So, vielleicht irgendwo noch ne Bereitstellungskaste Oder so mit Kabel herzustellen Komm mal mit Ich hab' euch hier Wir haben ja gerade auch kein Spiel Ich hab' euch gefeiert Ich hab' euch jetzt Ich hab' euch mit dem Armbrot müßlich gemacht Ich hab' euch mal gesagt Jetzt geht's am schnellsten Weißt du Ich hab' euch Leicht, Chat Damit wir für die Pokerrunde stark sind Something In my mind Something Will be behind Wo ist dein Team 2 Papa Wo ist dein Team? Hier Team 2 hier Musik 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 Bratsch direktion Musik Nun, meine Damen und Herren! Die Teilnehmer sind ready! Und wir schalten live wie wieder in Run-2! Ich hoffe, wir sind bereit! Schallen Applaus für die Teilnehmer! Lass mich vorhin einfach rein! es geht los war wieder da steht jetzt nicht mehr oder was aber das ist nicht so ein ding oder hast und da meine damen und herren geht es schon los die zweite runde ist eröffnet die überlebenden rennen völlig voller panik getrieben die hexe hat schon ihr erstes unter uns sehen sie es kommen da weg damit ich dich endlich töten kann diese geisterhexe redet mehr als sie töten sollte liebes publikum ich darf die nicht das erste häschen wurde verbrannt das arme häschen wird noch mal verbrannt ich gut dass du da bist wir spielen hat kein was das ist hier dead by daylight wird bei der stream hättet bei rastleid jetzt facken sogar die kisten ich glaube wir brauchen was neues die kürze der wahrheit wäre doch jetzt richtig gut oder die leute rum es ist noch kein generator angegangen die überlebenden ich habe das letzte mal eingefädelt wir müssen leute finden die sich gleich bleibt leicht wenn stelle ich einfach eine stufe heller ich glaube ich glaube ich bin ein kaktus weil sie blind ist Ja, es ist nichts Neues. Man hört das Rattern der Kettensegel. Und ein Generator! Dieses Publikum auf der rechten Seite. Ein Generator ist an. Der First Gen ist angegangen. Kämper! Währenddessen die Flammen der Vergeltung unter uns lodern und der Kämper in das Holz reinschmettert hat ja geklärt getroffen. Und da, meine Damen und Herren, ein Wissenschaftler, tot, tot an den Kisten, verbrannt, am hellleuchtenden Feuer der Versängnis. Das Leben nicht mehr so viel, oder? Ja, freut mich auch für Gipi, dass das so gut klappt. Dass es funktioniert. Die Meinungen sind gespalten. Das Leben nicht mehr so viel, aber es ist der Kotechnik Somit. Wie heißt das denn? Es will sich … Der Eckliff lenkt wieder zu … Ich werde euch alle umbringen Komm hier mein Kleiner Ich werde dich finden Und dann werde ich dir einen Spalt in deinem Schädel werfen Das ist genau Shepard's Ding Vielen Dank für die Follausleute, vielen Dank Ja, wir pokern eigentlich noch planmäßig Hier haben wir sie lügen Ich werde dich umbringen Ich werde dich umbringen Oh scheiße Die morgige Pokerrunde, die die letzte Pokerrunde sein wird, Chat Das ist richtig geil, wir brauchen, also jeder braucht irgendwie so ein richtig geiles Outfit Wir brauchen die Location Äh, machst du, hören wir auch gleich eine Runde machen, ja, ne? Das sieht nicht gut aus für die Keller Liebe Pop, die kommen, es sieht nicht gut aus für die Keller Hast du das für das Morgen machen dann? Top-Event-Gebiet, Top-Event Ach, Bodo Ilgner, der Hase liegt am Boden Also Shorty, Shorty hat auf Shorty ist auf jeden Fall Killer Und Bodo Ilgner ist tot Scheiße, mein Spieler hat sich auch gehört Nee, Shorty war eigentlich heute Abend als Killer geplant Aber wenn wir, wenn unsere Gruppe ja nicht mitmacht jetzt Dann haben wir keine Gruppe Dann machen wir halt beim nächsten Mal Also dann machen wir morgen mit Shorty als Killer und noch irgendwie als Killer Ja, ich würde dich auch damit suchen Ich würde dich auch damit suchen Und du bist als nächstes dran Hallo Alles klar, Desi Ich fühlst dir eine gute Nacht Hol dir das als Video die nach Oder verfolgt die bessere Pokernacht morgen Wobei, die heute wird auch wieder gut, also Ja Weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll Komm aus die Zelle Schlaf gut, Schätzelein Hützelein Stieb Da ist aber jemand gereist Bist du bereit? Shepard, was ist unter uns los? Dann los, beginne Damit ich dich endlich umbringen kann Ich glaube, du hast voll in deinem Element Gipi Gipi Ich weiß, Desi Dann ruf mich an, wenn du das Wort guckst Interagier jetzt einfach so Das nächste auch was meint Na los Komm her Er will dich abschlafen Wo seid ihr? Perfekt, die gute Nacht, Grinsebacke Er fummelt Ich bin direkt hinter dir Damit es schapsalisiert Doch die Flammen der Vergeltung Ja, sie brennen Lichterloch So sei? Kein Rankommen an die Flamme Da muss geteamt werden Damit das überhaupt funktioniert Die Hexe weiterhin In der Verfolgung Es gibt nichts besseres als so ein Man, Schepard, du triffst Was ich noch sehe Mord und Totschlag Ach, schau Der vierte Generator ist angegangen Ich habe gegessen Jetzt geht es gleich los Mit der Pokerei Das ist nämlich die letzte Runde Hier Der Gen wird von einem Geist angemacht Naja, wird ganz schön spät Mit der Pokerei, was? Pokern geht immer Das gibt es ja gar nicht Sag es ja, Herr Schaluker Diesmal gewinne ich bei der Poker Wenn man Russ spielt Ja Immer nur noch vier Generatoren Der Killer Ich habe beim Glücksrat 2600 Scrap gefunden Die Geschichte hast du mir schon dreimal erzählt Brian, ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob die wahr ist Ich habe zweimal die 20 getroffen Das sind immer noch 7400 zu wenig Für den 10.000er Club So viel habe ich nicht Sonst klaut mein Opa wieder Ja Verstehe ich Ja, mitternachs Söner Ist schon nice, Chat Hätte ich auch mehr Bock drauf Könnte ich mich auch holen Aber der müsste halt weg Und zwar so circa für 15 Minuten Und das ist halt scheiße Da muss ich ihn auch noch essen Das zieht sich dann auf eine halbe Stunde hoch Und das ist mir zu lang Da muss man das Essen immer Wenn man jetzt so lange streamt Also beim Rastplatz vor allem Einfach vorbereiten Und deshalb habe ich die Shakes Zum Beispiel mir mehr gemacht Dann darf ich dich endlich anbringen Dann darf ich dich endlich anbringen Jetzt Wie ich vertrinke Ich wollte noch zwei getrunken Soll ich dich jetzt anbringen Weil ich noch zwei gemacht habe Ich erkläre mal ganz kurz den Leuten Die hier auf dem Zuschauerrein sind Wir machen einfach remote Das wäre so geil Wenn ihr eine Regie sein könntet Wie bei Okay, Lachs Lachs, Mann Pass auf Ich hab's Können wir hier Jetzt hier erstmal Einen professionellen Sprung Trau dich mal Darfst du das überhaupt? Ja Hab ich mir gedacht Ich bring's noch früh ab Okay, ich hab fünf Plätze Wir machen morgen nochmal gerne Lach auf Und wie komm ich denn jetzt hier Mal noch anders rüber Ach, Gott sei Dank Wenn bitte lieber eins der Holzfenster Das ist einfacher als die Tür Wieso? Was sagst du da? Stell dich mal so vor So eine Remote-Regie Na, machen sie mal nicht die Töne da kaputt Was, wie fand sie eigentlich? Mein herzlichen Auftritt im Chat Vorhin Ein herzlicher Auftritt im Chat War doch großartig War wunderbar War wunderbar Ja Warum dann kein Fenster? Warum steht der Fenster denn? Von vornherein hier stehen soll Ja, leg wieder der Kettensägenmann zu Und lässt seine Kettensäge Von oben nach unten Wo ist das Fleischkleid? Ich sag das ja Das ist sogar der Richtige Wir haben noch einen Oh, wie viele Überlebende gibt es noch? Nicht mehr viele Lachsmann Ja Was passiert? Du wirst es kaum glauben Eine kriminelle Bande Sitzt auf ihrem Haus Und spielt Poker Auf einem Fischhaus Das aussieht wie ein Fisch In jeder Richtung Ja Was ist Woher kommt denn die Information jetzt? Auf dieser High-Roller-Tisch Will Will Edo B. sein Geld zurück Sind denn da noch zwei Plätze frei? Lass uns mal kurz schauen Was gibt ihr hier ins Wort? Also woher weißt du das denn? Hast du da Hast du den Anruf bekommen Zufällig Oder was? Ich habe zufällig Den Anruf bekommen Dass irgendwer nicht In den Saloon kommt Und dann hast du den Tipp gegeben Mit meinem Haus Jetzt wieder auf meinem Haus Oder was? Nachher ist der Pool Wieder voll mit Wodka Oder sowas? Das ist Krieg Habe ich mir gemerkt Naja aber wir können doch jetzt Gibi hier nicht so Und was ist mit den anderen Parsi Der will doch bestimmt auch wieder in die Runde Ich frage mal wie viele die sind Wir wissen schon dass das mein Haus ist Und dass ich das bestimme Da bist du ja Die können ja gar nicht drangehen Dann müssen sie mal auf Prioritäten setzen Eindeutig Der Recher war nie in der Schule Und Edo P sitzt da Weißt du wer noch da sitzt? Ich rufe die andere Person an Okay Okay Ich versuch Aber ich find die wieder nicht in dem Ich hab ihn Ich hab ihn Du Edo P hat Leute Chat ich brauche Hilfe Wenn der Edo P irgendwie im Chat Hier nicht im Chat Im Dings seht Dann sagt Bescheid Wenn der Edo seht hier Wasplatz Im Mobil Der Detail Sherlockart hier Aus Sicherheitsgründen Muss ich nachfragen Wie viele Leute sitzen da am Tisch? Drei Das würde bedeuten Es wäre noch drei Plätze frei Ja Beim Sinn Wir schauen mal Was so gleich passiert Also nein Vielleicht setzen wir uns dazu Weil Edo P ist doch sicher mit dabei Oder wir brauchen das Geld Vielleicht das Geld Ja eben Das lassen wir uns ja nicht entgehen Die Gratiskohle Bis gleich Okay Edo P ist da Dann können wir ausnehmen Es sind drei Plätze frei Ja ich hab das mit gehört Aber Ist das nicht doof Weil Gibi sich natürlich wünscht Dass wir da spielen Und die Musiker Und das ist halt die Frage Wir müssen mal gucken Was Gibi jetzt gleich machen will Wenn Gibi wirklich noch eine Runde macht Glaube ich nicht Dass wir noch hier genug Leute sind Also jetzt noch eine Runde zu machen Wäre auch zu viel Ich glaube zum Zuschauen Ist das auf Dauer Auch ein bisschen Also Nicht so spannend Zum Spielen ist glaube ich gut Aber Ich glaube als Spieler Ich glaube als Spieler Ist geil Aber für den Zuschauer Genau Denke ich auch Eine Runde geht auch lange Wir können ja erst Die anderen abziehen Ja der ist grave Der will grave Ja ja Und dann wieder zurückkommen Ja dann machen wir dir schnell Den Wimmer da draus Ich meine Der Weg zu meinem Save ist auch nicht weit Immer mit tausender rein Ja Na ja Mal schauen was sie jetzt vorhaben Wer ist denn überhaupt Der Überlebende Warum macht die keine Generatoren Keine Ahnung Immer nur noch Wieder Generatoren Da vorne Jawohl Töte ich Haben wir dich Haben wir dich Wollen wir nicht mal Außen rumlaufen Nur zum Hauptgebäude Nicht direkt umbringen Dann haben wir noch Ein bisschen mehr Zeit Wir müssen jetzt wirklich warten Bis die Runde zu Ende ist Und gucken dann was gibt Wie ist das eigentlich Wenn das so ein Schuss Aus der Hüfte rausrutschen würde In die Köpfe von den Spielern Auf den Geist Wie ist das jetzt eigentlich Mit der Geschichte 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 Gibt's da Das spielen wir sicher Morgen weiter Nehm ich an Nisa Hallo Ich gebe mal in den Salon Gucken was die da machen Hier Hallo Wissenschaftler Oder so Hier Guck mal Hier liegt was drauf Ich mag dich doch gerade Das wir das machen sollen Ey Was geht Jetzt können wir wieder Und los Man könnte auch einfach Hier spielen Können wir da oben Jetzt nicht noch Irgendwas ausbauen Ein Schlüssel ist wohl weg Muss ja auch Gipi entscheiden Ja klar Hast du deinen Schlüssel Gib mir den mal Oder nee Ich guck mal ob der hier drauf passt Muss aber ehrlich sagen Der Unterschied zwischen Jules und Gipi In der Entscheidungsfreiheit So gestern Ist aber schon gewaltig Aber leider dürfen die Killer Nicht zuschlagen Moment Also ich bin stark der Meinung Dass wir Jules Massiv auf Das stimmt natürlich Aber Der Mystery Mail Hat doch schon gut gezaubert Richtig ab Ja Zorro ist Feierabend Ist Feierabend Oh jetzt ist Feierabend Ist Feierabend Die Killer haben quasi gewonnen Bitte Die Killer haben gewonnen Dann machen wir morgen Und ich habe jetzt eine Random Mix Bin wir gut Die Killer haben gewonnen Da du kannst Du Willst du das als Abschied machen Oder was ist der Plan Das ist jetzt Feierabend Kannst du mir einen Gefallen tun Und kannst du den Leuten Den Zugang zu den TCs geben Wir haben gewonnen Oh fuck Schreib mir den mal bitte schnell Und wem soll ich den geben 2580 Die Fünfergruppe Ich muss aber halt auch Für was denn Für was denn Ja ich füll wieder Ich füll wieder Ich füll extra nach Ich füll extra nach Ihr 5 Könnt ihr Könnt ihr mal mit Wählen wir das Mit Lalu oder so Ich hab keine Ahnung Wer gewonnen hat An beide TCs Oder an alle Okay Kommt sie mal mit Hier Ich glaube Die Es ist unentschieden Unentschieden Es geht um die letzte Runde Na Wie läuft Okay Bei dir brauch ich nicht fragen Unentschieden Die letzte Runde Gibt zwei Punkte Ach du scheiße Haben sie einen Lauf Oder ich hab Einfach irgendwie Es jetzt raus Was für eine Geschwindigkeit ist Einfach den Hebel runter Ich verstehe es Leute Ich verstehe es Es ist halt jetzt ein sehr sehr runtergefahrenes Tempo Es gibt kaum noch Lacher Halt Halt nicht so viel passiert Ja Ist auch alles nicht schlimm Leute habt ihr euch das Video angeguckt Zu Schoki Schoki Rust Platz Ah Lachsmann Ja Was geht Sagen sie Lachsmann Wird hier gleich noch gepokert Oder was Ja wir pokern noch Also haben sie dann genug Cash dabei Ne Wie viel Ja ich bin ja von der Kirche Ich hab weder den zehnten Kirchengroschen eingesammelt Noch mich für Hochzeiten Oder Ehebeendigungen zahlen lassen Ich bin Gucken sie mich an Ich hab nicht mal Schuhe an Ich hab nicht viel Geld Aber Ich hab mir gedacht Ich muss mich mal auf das Volk mischen Damit auch vielleicht die Kathedrale Demnächst mal ein bisschen voller wird Bei den Gottesdiensten Wie viel Geld muss man denn mitbringen Ja es kommt drauf an An welchen Tisch sie wollen Also es gibt natürlich die High-Class Die High-Roller-Class Der ich da nehme Und so brauchen sie erst mal ein richtiges Outfit Bevor sie anfangen können mitzuspielen Ja Oh wow Ja Also das sieht ja wunderschön aus Was sie da anhaben Nummer zwei Das kann ich leider nicht dienen Nummer zwei Wäre im Grunde 10.000 Scrap Ah ja 10.000 Scrap Achso Naja So viel habe ich gerade noch In meiner Tasche Die dort drüben Irgendwo steht Huch Meine Tasche wurde geklaut Oh nein Meine Tasche mit meinen 10.000 Scrap wurde entwendet Diebstahl Kannst du dir was von den Priester Papo leisen Priester Papo gibt dir bestimmt was ab 100 Tage reicht zum einsteigen Ja ich habe genau Lass mich kurz nachschauen Wie viel ich habe Ich habe äh Ich habe gar keinen Scrap Ja genau Ach sie auch nicht Wurden sie auch ausgeraubt Nein natürlich Ja natürlich Nein Die ganzen Ketzer hier in der Stadt Die sind ja nicht großzügig Um eine Kirchensteuer zu spenden hier Warte ich mach das nicht weg Das geht mir auch so Wissen sie Die Leute bezahlen nichts mehr für den Glauben Ne Die denken das kriegt man geschenkt Ne Eine frevelhafte Einfältigkeit Was denn Der Vater will Voker spielen Der Vater will Voker spielen Okay Wir müssen Wir müssen jetzt warten bis Gippi wach ist Dann fragen wir Ob wir das hier irgendwie machen können Aber da haben wir immer noch Kein Licht Die Kerze der Wahrheit Macht die ganze Zeit Licht Mr. Mystery Bitte in den Saluten Kann man kurz so eine Lampe auf den Tisch stellen Also Das ist keine schlechte Idee Lina Aber wir brauchen eine Lampe Ne Ich meinte halt so eine Lampe Ach so Weiß ich nicht Die verdeckt auch die Sicht Wir müssen die Handzeichen gut sehen können Herr Lachs Man ist meine Tasche mit den 10.000 Scrap wieder aufgetaucht Dann müssen sie mal Herr Sherlokat fragen Das kann ich hier nicht sagen Was soll das denn Ah Herr Sherlokat Ich weiß nicht wie die Tasche von 10.000 Scrap Ich hatte da vorne In diesem hölzernen Bereich Eine Tasche mit 10.000 Scrap Hingestellt 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 Ich möchte es ungern im Chat raus Das sind die Kirchengelder Die sind fürs Pokern Und jetzt sind sie weg Lachsie Ah Oh Lachsie Das Problem ist Vielleicht fahre ich sowieso gleich in die Stadt Wir müssen ja mal gucken Achso Wir machen das mit den Pokern gar nicht hier Ja das ist jetzt genau die Frage Wir müssen auf Gibi warten Ja Davon hängt jetzt alles ab Oh Okay Ja Sonst Ja Dann Ich geh mal schon Ich geh mal schon mal meine Sachen holen Ich kann dir auch den Türcode nennen Dann kannst du da ran Das ist alles ein Türcode Ist Ist das der gleiche Wie alle anderen Nee Aber ich schicke dir einfach In der Wenn sie ein bisschen Taschengeld für mich haben Nimm ich das auch immer gerne an Scrap ist bei mir immer gerne gesehen Vergessen sie nicht Ich glaube Sind wir befreundet überhaupt Ich weiß es gar nicht Aber ich schicke es dir bei Discord Kann mir jemand ein paar Steine bringen Nein Das ist wie bei Künstlern Das ist wie bei Künstlern Bei Künstlern die nehmen ja auch Okay wir sind das Team befreundet Nur vergessen Spassi Doktor Ich bin noch da Ich glaube der ist noch da Olli ist gerade Hab ich gerade gesehen Der will gerade weg Lachs Lachs weißt du wie du die Schlüssel verteilst Äh ne Ich weiß ja leider gar nichts Okay Gippie kommt gerade wieder Ganz kurz noch Was heißt Ja Wo ist denn jetzt meine Freunde hin Scheiße Äh Unseren Frosch bedroht Ja Vater Also sie können mit 100 einsteigen Das ist der Mindesteinsatz Tausend ist maximal Im Tisch zu einzusetzen Also 100 Ja 100 hab ich 100 hab ich Ja Sehr gut Du wirst die Situation jetzt hier erstmal abwarten Bis Gippie wieder da ist Weil die Tische noch auseinander gestellt werden Wegen der Sprechreichweite Und ähm Dann kannst du losgehen Wow ich kann es kaum abwarten Mir die Taschen voll zu machen Ja Die Kirche muss auch dringend mal renoviert werden Niemand kann hier was tun wenn wir es machen Wir sind ein teuer Mörtel Ja Verschmiert und die einige Tischbänke sind zerkratzt Oh was für ein schöner Dienstag Ist wirklich tolles Wetter heute Wollen wir ein Stück weggehen hier? Ja Die Toiletten sind verstopft Auch elektrisch müssen auch dringend neue Toiletten installiert werden Und Okay okay Die Goldfohrräte der Kirche müssen aufgestimmt Werden Äh Pater ich muss kurz mitkommen Es ist ein mysteriöse Ding im Gange Äh Lina ich bin sofort für dich da Darf ich dir den Pastor vorstellen? Vielleicht kannst du mir Einrichtungstips geben Hinter ihn Ja klar gerne Wollen sie mich hier etwa Ist ja Mein Guten Tag Danke So das sieht es aus Wo sind wir denn jetzt? Also ihre Gelübbsspende ja Beim Pokern So Der ist unten Der Lachs Der zieht die Fäden hier Leute Alle tanzen danach Und wieder Niemand mit Nein Nein Anschreiben Ja Ich schau mal was ich machen kann Geißer Okay 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 super danke Wenn ich Okay Lachsmann Wir können umstellen Wir stellen einfach einen Tisch auf die Bühne Und zwei Tische Und zwei Tische unten Stellen wir auseinander Dass sie mit fünf nicht reden können Auf der Bühne Das ist eine großartige Idee Aber Mr. Mystery Ruf du dann mal K an Dass wir hier spielen Ja ich möchte nicht zu Zu frech und fordert sein Aber der Tisch auf meinem Hausdach Der stand so schief Da kommt man auf der einen Seite Gar nicht durch Konzentrieren sie sich mal Beim Aufstellen bitte Ach du Scheiße Das war doch lieb gemeint Ach du Die Waffe aus Die große dicke Also Glück habe ich Kann man ja auch ein bisschen manikulieren Ja Wo ist denn jetzt her Ich muss was fragen Mann Mann Ich darf jetzt nicht so hinterher ran Ich habe schon gehört Mal eine kurze Frage Also Also Hey Jetzt haben wir Zeit Wir haben ja auch lang gestanden Ja wer soll denn hier eigentlich Mit am Tisch sitzen Jetzt mal ehrlich Wir müssen vielleicht mal fragen Also wir brauchen ja eine solide Runde Weil ich Ich finde den Ja Ich habe da was Zwischen den Beinen Da liegen ein paar X Da will wir haben Auf den Trick Falle ich nicht rein Will Mystery Zufällig mitspielen Der Pater oder? Ich muss noch nicht mitmachen Ich muss noch gerade Lichter anbringen Aha Aha Hallo Lina Du kannst pokern hier Komm ran Was mit dem Becher? Hey Herr Becher Pokern oder was Herr Becher Hier auf der Bühne Hier nicht Nimm sie den Nicht den Platz Lina Lina an anderem Platz Aber ich will neben dem Lachsmann sitzen Nee Das ist wichtig Das ist wichtig Lina Zur anderen Seite Das ist wirklich wichtig Oder Holla kannst du nicht Okay Holla und Lina Werner tauschen Werner Werner Jo Moin Können sie ihre Crew noch erreichen Rein oder rein jetzt was Was ist hier los? Ja Na klar Ich hab Bescheid Was soll er noch kommen? Oder die? Der High-Roller-Tisch nach 0 Uhr Wir müssen irgendwann anfangen Ja Ach nicht schon wieder der Bug Der Sound Bug Oh Das ist jetzt hier Ja Pass ich mal Also ich weiß ja nicht Haben die überhaupt genug Kohle da drüben? Ja Lina wie fährst du denn? Ich hab schon tausend reingetan Was hast du? Nicht genug Das ist natürlich schlecht Ja dann Platz machen Lina Lina Kann ich jetzt leider auch nicht viel machen Echt nicht? Ne Leider nicht Hast du mir wirklich leid? Ne Okay Dann bin ich weg Komm an Lina Es tut mir leid Sie können eben dran stehen bleiben Frau Lina Ja Dann zwar du schon Dann fahre ich nicht so schnell Mit hohen Täuschungen In der Beziehung muss man klacken Lacken Bitte fallen das richtig Okay Mach nicht fertig Das freut mich Die anderen haben sich schon gut versteckt Puka Sind auf Teufel Da hab ich einmal eine gute Hand und dann sowas Ganz faszinierend Ganz faszinierend Wir sehen jetzt Stark Werner Gute Runde Gute Runde Gute Runde Jetzt gehts los Auf einmal das Licht an In den Häusern Nein Das ist auch schönes Licht Lina Kannst du nicht ein Stuhl hier neben uns stellen? Auf einmal ist es über uns erschienen Wir sind so ein Stuhl neben uns Wär doch super Kommt ganz nah Ganz nah Herr Sterlockard Was sind das für Geringverdienernummern im Pott? Und auf ihrem Tisch? Ist schon mit einem wirres Durcheinander Pokerbrillen Setz die Pokerbrillen auf Damit ihr auch den Durchblick habt Wär doch ein Lachs 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 Die musst du dir aber alleine bauen und besorgen Denn dein Mann Der Mann Der verjubelt hier die Kohle So sieht's aus Nein nein Äh Äh Ähm Mr. Mystery Sind sie doch in Hörreichweite? Und vielleicht geht die auch Bitte jetzt kein Tor Mr. Mystery Der Lachsmann Mr. Mystery Der Lachsmann würde so ungern alleine sind Könnten sie noch den Stuhl neben dem Lachsmann Vielleicht noch so einen kleinen runden Tisch Für die Getränke Für die Dame Sogar war ganz bequem Könnten sie einmal einen Schritt auf die Seite Entschuldigung Machen wir gleich wieder Platz Läuft aber hier wieder Sag mal Sherlock hat Wollt ihr nicht diesen Priester mit seinem Tisch holen? Was ist los? Er hat noch 100 Scrap GAMING CHAIR Ich kann mich nicht sehen Ich weiß ob ich das ernst holen kann Wenn da die Kommandos kommen dann weiß ich auch nicht Also wirklich Sieh mal weiter Aber ohne Deine Freundin sitzt auf dem Gaming Stuhl Herr Lachsmann Wirklich 1A von Secret Labs Hashtag Not Sponsored Hahahaha 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 Und da haben sie schon den ersten Gen geschafft Und da haben sie schon den ersten Gen geschafft Und da haben sie schon den ersten Gen geschafft Und da haben sie schon den ersten Gen geschafft Und da haben sie schon den ersten Gen geschafft Hahahaha Kann jemand die Tür zu machen? Der Brian redet so laut Also schon wieder ihr nächstes Ziel Weißt du? Okay Wir haben mehrere Tische jetzt Wir haben mehrere Tische jetzt Ich bin gespannt Was hier weiterhin passiert Leute das Spiel vorbei Na Edo kommt auch gleich irgendwie Oder so Dina wie viel Kohle hast du dabei? Und auch nicht Tausend Ja Wie wärs wenn du mal den Wie wärs denn wenn du an dem anderen Tisch den Edo P abziehst Mach mich stolz Ich wollt grad sagen Also Edo P wird an dem Tisch da unten sitzen Wer Geld will Da lang Wir sehen uns gleich Hey weg mich am Arsch du blöder Penner Hahahaha 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 Da ist gar kein Platz mehr Und das sieht sehr sehr schlecht aus Hier gehts rein Leute es geht los Es geht los Das Spiel beginnt Leute Das Spiel beginnt Ja Da unten Da unten Da unten sind noch Tische Denn hier wurde glaube ich Hausverlust Hier sitzen die Angeber ja Mhm mhm Jemand hat die 8 getroffen Jemand hat safe die 8 getroffen Jemand hat die 8 getroffen Das ist gar keine Rolle Dann haben wir die Freunde spielen da hinten Ja, die 7, aber wer hat die 8 getroffen? Da ist so viel drin. Sie hätten dann 1-A-Gameshär neben dem Lachsmann. Da hinten, Edo. Der Störlokal. Wir sind spät dann noch. Chef, komm runter! Herr Recher? Herr Recher, sie haben ein bisschen geschlafen, glaube ich. Ich glaube, ich muss gleich mein Hörgerät noch einmal erneuern zwischendurch. Ja, der Recher, der... Ach so, weil... stotter ich? Ja, ja. Sind sie schon so alt? Der Becher? Der Becher? Ja, ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Ja, ja, dann haltet mir meinen Platz frei, warte, ich guck mir das... Ich guck mir nur das nächste Blatt an! Wenn Pasi nochmal anspielt, hat er die 8. 8 oder Pocket Pair hat Pasi. Aber Arsch! Bleib ja liegen! 8 oder Pocket Pair, der hat vorhin schon angespielt. Ach, da bin ich raus. Ach, 8 oder Pocket Pair Pasi, was hast du? Der erste Kill, den wir auch zu sehen... Weder noch, weder noch... Da ist der Flash! So nämlich! Au! Wow! So, da hinten läuft der Kettensichtmann wieder seine normalen... Hier! Was bei nem Gutshot erhöht? Ich merke schon, das ist ja komplett wild! Und die Witch hat ihr nächstes Ziel erspäht, rennt immer noch hinterher und bleibt stecken! Sie bleibt stecken! Herr Schöllo, kann sich verlieren so ein bisschen! Die Witch könnte auch ihre Axt vorrat in einem Locker... Ich glaube, die... Das Kommentieren bräuchte es nicht dringend, Chat! Kann man einzelne Personen muten? Wie ist es vorbei? Kommt du die bitte? Nee! Ja, das Kommentary ist grad wichtig! Brian ist aber gleich durch, also das gehört noch dazu! Richtig, das gehört dazu! Den K-Door ist im Duell verloren! Klappe da draußen! Und da ist der Kettensichtmann schon wieder... Hinter seinem nächsten Zieler... Jetzt kesseln sie ihn ein! Die Kesseln ihn ein! Die Kesseln ihn ein! Was ist das? Die Kesseln ihn ein! Ich frage mich, wo... Untergehen ist das Motto des Abends! Da sieht nicht so aus! Wir hätten... Wir hätten viele Musiker auf so einem Tapeting lassen sollen! Aber wo ist die Radiobohne? Wir brauchen... Wir brauchen ein bisschen Mucke! Hätt's richtig nützlich gewesen! Ist der... Ist unser Mystery Man noch im Haus? Oder was der Fan? Der Mystery Man fast mal! Der hat mich grad schon bedroht mit der Waffe! Also ich glaub, der hat nicht so gute Laune! Drei Gents müssen sie noch machen! Und das wird ein Spektakel! Da unten, in der Mitte... Rüber zu... Die ganze Zeit im Rücken! Und dann hier vorne! Und die Witch ganz zielstrebig hinterher! Renn weg, kleine Hase! Was ist denn eigentlich mit ihrem Käppi? Warum haben sie das auf? Und der Ketten... Wo sind die Karten? Wir sind hier im Partner Look! Ich hab die auch aufgesetzt Scheiße! Ich dachte ich hätte die nicht haben! Weil hier auch kein neuer Gen angefangen wird! Fühlt sich an hier als wäre ich ein DVD! Wo ist denn der Steppard? Kann der nicht noch singen? Der sich in der Mitte breitmacht! Um zu gucken ob er weitere Materialien für den nächsten Gen bekommt! Also entweder hast du den Flasch oder du blöd! Oh Pasi! Ja ich hab den anzugangen! Ich hab den anzugangen ja! Ja aber als ob ich zweimal hintereinander Flasch hätte Herr Rechner! Der hast du wahrscheinlich auch! Das ist mir egal! Geh ich trotzdem mit rein! Geh ich trotzdem mit rein! Boah schade! Hat er nicht die selben Karten wie gerade? Ja einfach alles gleich! Jo! Jo! Was da? Wir müssen den Tisch wechseln! Mystery Man! Das gibt's ja nicht! Das gibt's ja nicht! Jetzt geht's los Leute! Ja! Wir müssen mal ein bisschen Gas geben hier! Ja sieht sie genauso aus wie Dalu! Hübscher! Ich bin gespannt bis der dritte Gen jetzt kommt! Der dritte Gen! Rein da! Ordentlich reinnimmt mir! Und der Big Blind! Erhöht der nochmal? Das ist natürlich jetzt nicht so gut gelaufen! Bei der Big Blind! Ach stimmt! Was? Wo musste ich denn 5? Ach es wurde erhöht! Guck mal da kommt nicht Schoddy! Spring durch die Bar! Die Witch wieder voll bepackt! Alle Äxte dabei! Aber wie kriegen wir hier noch ne... Bisschen Stimmung rein! Ja! Ja! Wär schon cool! Hast du das so nicht gehört? Jetzt hol dir dein nächstes Ziel! Du schaffst das! Und der Hase lenkt die Witch gut ab! Da muss ich folgen! Da muss ich folgen! Da muss ich folgen Chat! Da muss ich folgen Chat! Morgen dann die 10k round ab im Vulkan! Problem ist wir müssen wirklich was finden! Wir müssen wirklich was finden wie wir die Hintergrund Stimmung erhöhen! Ja das stimmt! Ja das wäre... Was halt gut wäre wenn wir nen... Wenn wir nen Saal haben morgen wo wir nochmal auch Karaoke und so machen! Wo wir halt mit dem Tisch... Auch nochmal 5 Meter hinter der Bühne... Hinter den Leuten sitzen damit wir auch nicht von unserem Gelaber gestört werden! Ja naja! Ja! Da könnte man am Vulkan noch was machen! Oh der Recher! He! Ja! Am Vulkan ist das glaube ich ein bisschen doof! Da ist glaube ich ein bisschen wenig Platz unten! Das kann sein! Du hast erst recht keine Freiheit! Ne 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 der ist schon groß! Du kannst ja auch bauen! Komm mal nicht so oben drauf! Wenn man da nicht so in die Bühne reinmacht! Wenn man da nicht so in die Bühne reinmacht! Ja! Vielleicht müssen die Zweifel sich auch noch absprechen wo sie genau ein anmachen wollen Was guckst du mir dabei in die Karten? Was denn? Warte kurz! Ich leg dir hier was hin damit du nicht anders denkst! Ich kann's ja nicht aufheben! Wir können nicht interagieren! Doch ich weiß ja was es ist! Ich glaub ich nicht so ganz! Leg dich auf den Tisch! Leg dich einfach auf den Tisch! So stimmt Lachsmann! Ja! Ich glaub morgen ist das Ding safe! Morgen ist ja das Autorennen von Sui Donglens! Und die hat Poker unten im Bad fertig gemacht! Damit müsste man die Musik auch hören! Ja! Meinst du bei deren Basis oder was? Ja! Beim Restaurant unten! Beim Restaurant! Watermelon! Gibt's hier später eigentlich auch noch Musik oder so? Ja das überlegen wir grad ob wir ne Boombox hinbekommen! Werner das Problem ist dieses Später ist so spät geworden! Ja das stimmt! Okay das stimmt! Also wir haben... Es ist 0.30 Uhr und die spielen doch draußen! Ich hör... Ja! Es hat sich nichts hier gezogen! Das stimmt! Sehen wir da aus? Die andere 3? Ja! Also heute war ein langer Tag! Und der dritte Gen ist an und schon wieder aus! Let's go! Schick mal! Äh ne! Bitte gib mir ne 10! Sagen Sie es! Ja! Und der dritte Gen geht nun endlich an! Wir haben nichts... Wir haben nichts für eine Kombination! Das ist ein Problem! Holla! Was hast du eigentlich schon wieder gemacht? Wie bist du denn ganz scrimlos geworden? Ich bin jetzt 13 in der Bar! Haben wir's gleich wieder! Sag mal! Echt? Haben wir's gleich wieder? Was soll gehen? Könnten wir uns eigentlich einfach alle am Tisch hier absprechen? Wer was hat? Und so! Ich steck doch schon durch! Holla! Können Sie vielleicht den Mr. Mystery mal... Ja! Aber ich bette! Nee! Ja! Ich hab doch... Oh nee! Aber ich... Hab doch 3 rein! Holla! Es sind 13 in der Bar! Und dann wird's langsam kritisch fallen! Der Koffer... Ich hab extra nicht nochmal erhöht! Damit falle ich wieder weg! Ich will den Rächer nicht gewinnen! Oh nein! Wir könnten aber das Geld in den Helm packen! Er hat noch einen Kofferschlüssel! Und der Survivor fällt drauf rein! Auf diesen kleinen Trick! Wir haben eine 7 Leute! Eine 7! Sieben für... Sieben für straight! Und der Survivor hat ihn vertraut! Leute! Sieben für straight! Wir sind hier nochmal rausgegangen! Sieben für straight hier Leute! Arzi! Was ist da los? Was ist da los? Ich hab nur gerade eh... Ich hab gerade eh gefoldert! Ich wollte nur einmal ganz losgehen! Was hab ich dir getan? Was... Was hab ich dir getan Shorty? Was ist da los? Was hab ich dir getan Shorty? Der vierte Generator ging gerade an! Die Verteilung... Sehr... Sehr... Sehr perfekt! Jetzt könnten sie auch probieren! An den Ecken... Wo kaum einer ist... Ich dachte ich... Ich zieh schon mal ein bisschen Geld raus! Um dieses Spiel zu gewinnen! Da fängst du noch mal früher an! Spannender als dein Fußball für Spannheit zu werden! Hoppala wieder am Absahn hier! Hohlt sich die Survivor diesmal... Es ist eine Frechheit! Es steht 1 zu 1... Es ist eine absolute Frechheit! Um das 2 zu 1 zu schaffen... Um zu zeigen, dass die Survivor... Die besseren... Okay Leute jetzt geht's los! Da haben sie aber noch mehr zum Nachfüllen mit... Oder sind sie gleich weg vom Tisch? Ich bin auch voll drin! Werner jetzt zeigen was du kannst! Werner... 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 Ich brauche... Ich brauche auch einen Powernap... Nach der Runde... Jeder Spieler bekommt von uns 2 Karten... Lady Beetle... Jeder von uns... Und ähm... Da gibt's eine Setzrunde... Dann werden 3 Karten aufgedeckt... Um diesen 3 Karten in der Mitte... Kann ich meine Karten, die ich in der Hand habe... Kombinieren... Genauso wie andere Spieler auch... Mir kann das nicht liegen... Also ich habe gerade viel... Also wenn ich jetzt... Guck mal... Ich habe jetzt König 3... Wenn in diesen 3 Karten in der Mitte... Auch eine 3 kommt... Habe ich in einem Paar... Bei mir ist es auch gut... Genau... Aber ein 3er Paar wird zum Beispiel von einem 4er Paar geschlagen... Weil die Zahl 4 natürlich höher ist als 3... Komm... Aber ich habe lange überlegt... Sag ich... Und ähm... Also nachdem die 3 Karten aufgedeckt wurden... Gibt's wieder eine Setzrunde... Da kommt noch eine weitere Karte zur Kombination... Gibt's wieder eine Setzrunde... Und dann gibt's noch eine letzte Karte... Dann wird nochmal gesetzt... Ja... So funktioniert das... Ungefähr groben... Dann gibt's halt ganz viel Kombinationen... Guck mal jetzt... Wäre ich mitgegangen... Hätte ich 3 Könige gehabt... Das ist jetzt ärgerlich... Dass ich nicht gecallt habe... Ich habe nämlich nicht aufgepasst... Aber ist nicht schlimm... Ja... Egal... Ähm... Und ähm... Da hätte ich jetzt ein Drilling... Und ein Drilling schlägt zum Beispiel ein Paar... Egal wie hoch das Paar ist... Oder wie gut das Paar ist... Gibt's zum Beispiel 3 Könige... Und... 2 Zweien jetzt in dem Fall... Wären ein Full House... Das ist super hoch... Das ist richtig gut... Also... Es fängt an bei... Man hat nichts... Dann hat man ein Paar... Dann hat man zwei Paare... Dann kommt der Drilling... Dann kommt der Strait... Strait ist eine Straße... Dann kommt der Flush... Und Flush sind zum Beispiel 5 Peak... Egal welche Karte... Dann kommt... Ähm... Der ist... Der Vierling... Also 4 Dreien zum Beispiel... Dann kommt ein... Ähm... Strait Flush... Das sind 5 Karten... Das ist eine Straße... In der alle die gleiche Farbe haben... Also... Also... Also alle... Also alles Peak zum Beispiel... Und dann 8, 9, 10 Bube, Dame... Dann gibt's den Royal Flush... Das sind die 5 höchsten Karten entdeckt... In einer Farbe... Also 10 Bube, Dame, König, Ass... In der gleichen Farbe... Nee... Dann hört man sich... Naja... Full House... Dankeschön... Full House kommt glaube ich nach dem Flush... Full House kommt nach dem Flush... Hey alles gut Ladybeats... Hey alles gut Ladybeats... Ist alles okay Ladybeats... Dafür hab ich jetzt nur den... Guck mal... Ich hab's Full House jetzt... Ich hab's Full House jetzt... Wegen dir nicht... Rumpen rechts auf der Galerie vielleicht... Weil die Treppe eigentlich ist... Na ja alles gut... Würde nicht das letzte Full House sein... Das kommt dir ganz unerwartet... Hä... Ja... Komm voll oder was... Los Ola... Was hast du gesagt? All in? Nee... Ola wie viel hast du denn noch... Was hättest du denn gehabt? Werner? Sag ich doch nicht... Ich hatte ein Full House... Ich hab's denn weggedrückt... Ja... Ja... Das hat mit der Interaktion zu tun... Scheiße... Ich sehe das Stau Steven... Ja... Ich sehe das... Stimmt... Herr Sherlockard... Das war heute ganz schön Stau... Auf der A3... Ja... Hatte ich... Hatte ich auch gesehen... Aber ich bin dann... Von der K7 runter... War das Lack der 44? Ich hab's nicht... Danke du Latzler für den Reminder... Könntest du das machen wenn ich mitspielen? Danke Felix... Herzlich Willkommen hier bei Jimbens Salmon im Stream... Das ist das Niveau was dich hier erwartet... So Chat... Seid ihr noch da... Seid ihr noch da... Ich weiß es ist spät... Wir haben Freitagabend... Jetzt können wir mal kurz rein Aiden... Jetzt geht die Pokerrunde los Leute... Die Pokerrunde geht los... Es fängt jetzt gerade erst richtig an Chat... Müsst du noch mal ein bisschen anheizen Leute... Ist hier noch jemand... Kevin ist da... Kevin hat mich vorhin im Chat getrollt... Ich hab's gesehen... Im Inge im Chat... Das ist Schwein... Rossi ist da... Eh du noch... Ja da sind die Leute... Da sind die Leute... Von der K9... Ok... Jetzt geht's richtig los... Von der K9... Jetzt geht's richtig los Chat... Ja man... Wenn ihr keine Mode habt nicht schlimm... Ihr habt B und Y auf eurer Tastatur... Da bin ich mir sicher... Na das ist aber nicht so schlimm... Weil ich hab ein Fisch... Schwein... Mal wieder... Mal wieder... Ist das heute Abend... Wer hat mir gerade die Karten gegeben hier? Ja... Sag mal... Der hat keinen dritten Flasch... Hey Tribo... Und vielen Dank Leute... Für die Follows... Ich hab die Alerts grad aus... Looking for Freedom... Looking for Freedom... War 89... Hey Donch... Vielen Dank... Das kann ich dem Darlow nur zurückgeben... Na... Ich hab sehr viel Spaß hier... Schönes Krümelmonster oder? Ne ist kein Krümelmonster... Wie heißt das? Wie heißt das Teil? Schlafgut... 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 Natürlich Kevin... Ich kann da noch nicht auf alles... Schlafen Sie Herr Karpz... Sie haben nur noch 400 Scrap? Elmos... Das stimmt... Elmos... Rikert... Nice... Geht das nix... Da gehen wir raus... Da wird jetzt irgendeine Hand spielen... Weil eine Dame getroffen hat... Ein Flasch für mich... Ach ne... Moment... Wie lieb von dir... Hast du was zu essen? Wir passen beide rein... Na ja gut... Lieber nicht... Es ist so ne'n Call... So verliert man sich langsam... In einer niedrigsten... Umlaufbahn... Klasse... So schön... So schön... Boah... Schön... Schön... Hahahaha... 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 Jetzt genau warum er lacht... Oh holla... Es ist schön holla... Hahahaha... Was? Hä? Ich hatte doch gar nichts drauf... Hä? Das sind nur Spieler die spielen können... Das ist der Hyrule Table... Ja man... Den 1000er Club... Ich glaube... Es wird noch einer aufgebaut... Glaub ich... Oben... Ja genau... Hinten in der Ecke... Hinten in der Ecke... Ja Lina... Hier wird gerade noch ein neuer Tisch aufgebaut... Und zwar in der ersten Etage... Das dauert aber noch ganz kurz... Hinten in der Ecke... Ich wollte nur... Gar nichts an... Sie haben ne... Hallo was soll das denn? Mit ihren gezinkten Karten... Er hat sich bewährt... Machen sie lieber... Machen sie lieber ihr Licht auf... Auf den Kopf rein... Dann... Ja das ist doch die Kerze der Wahrheit... Pass auf... Hier... Neue Puka steht hier oben... Ist das besser? Was... Was fehlt denn noch? Äh... Vielleicht ne... Wir wollten ne Boombox... Mit Rust FM... Ja ja... Aber ich weiß nicht wie lang... Also wie laut das ist... Ob das überhaupt... So... Das... Ich will die anderen nicht nerven... Wenn die das nicht wollen... Die wollen... Die müssen das wollen... Ich verstehe... Ja das könnte man ja im Prinzip ausmachen... Dieses Soundprop Volume... Wenn man das möchte... Sicher... Guter Punkt... Aber... Ne... Das letzte... Soundprops glaube ich... Okay Leute... Ich glaub schon... Das ist jetzt heller mit der Kerze der Wahrheit... Ich hab's nicht gerafft... Ich hab dann auch sonst leere gestarrt... Danach... Ey... Alles gut... Alles gut... Das war ja mein Ding... Ich hab's nicht gerafft... Ich hab dann auch sonst leere gestarrt... Danach... Alles super... Ähm... Ich sag da liegt ne 1a Flasche aufm Tisch... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Okay... You're on... Willst du auch noch kurz... Scrap die letzte Karte... Und wir sehen ne... Man will... Ja ja ja... Mr. Mystery... Na? Ja? Kann es sein... Dass sie mein Pferd gestohlen haben? Äh... Nein... Das hab ich nur unterm Boden rausgeholt... Ich konnte da keine Treppe platzieren... Damit wir oben bis mit dem Platz gewinnen... Das steht dabei immer noch... Okay... Okay... Pass auf... Der hat eben schon ne große... Kann ich dich wieder verstecken? Ne... Ja... Alles gut... Finde ich bestimmt ein neues... Pass auf... Profizier die nicht... Das ist kein Problem... Stell's wieder dahin... Wo's der Vorstand... So... Viel Spaß mit der Musik... Vielen Dank... Oh... Dankeschön... Hört ihr was? Das ist ja großartig... Jo... Ich hör was... Viel Spaß beim Pokern... Vielen Dank... Dankeschön... 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 Mr. Mystery... Vielen, vielen Dank... Ah... Mr. Mystery... Gern geschehen... Können Sie... Ich hätte das... Ja? Ich hätte das mal längst... Tut schon getan... Äh... Mr. Mystery... Können Sie wieder machen... Dass die Sonne auch wieder aufgeht... Ja... Ja... Wenn ich darf... Ja... Das... Das ist kein Problem... Okay... Okay... Sehr gut... Ich bezahle den Herr Quark auch... Der arme Quark... Ja... Der tut mir auch ein bisschen leid... Er ist bestimmt nicht begeistert... Herr Sterlokat... Ich glaube wir sind gemeint... Herr Sterlokat... Ich zähle auf euch... Das schicksale... Im... 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 Im Zimmer... Da lagen... 400 Scrap rum... Als ich da gerade raus bin... Er ist... Er ist da gar nicht da... Ob du weid... Ob du ne... Barbarsohn ist für dich da... Mast du... Barbarsohn... Sei nicht dumm... 996... 12032... Was... Hattest du? Das ist der gleiche Flop von eben? Muss sich dir jeder mal auf den Tisch legen oder wie? Grab for Grab... Machen sie ihre Scheiße... Zu Gold... Lachsmann... Das ist unser Deal... Du hast doch 983... Dann hast du blattig... Scheißvoller... Ja... Hab ich... Hab ich zugehört... Was war da? Machen sie ihre Scheißen zu Gold... Wie viel Gold gibt's denn für 983... Scheiße... Keine Ahnung... Irgendwas wird dazwischen... Ja... Lowny Wolf... Stimmt... Besser Quack ist der... Mystery Man... Das ist ja ne richtig großartige Runde... Wir haben kein Geld mehr... Die müssen kurz relocken... Die sind gleich wieder da... Die packen sich selbst auf den Tisch... Es geht nur darum... Wer sie wieder nach Hause nehmen darf... Ja... So schleppt man jemanden ab... Verstehst du... Beim Poker... Noch nicht Paddy... Noch nicht... Die haben doch bestimmt noch Scrub dabei... Jaja... Hey... Wer checkt denn da nicht? Können wir bitte... Holler ausrauben... Für den Moment... Nur für den Geld... Wir haben 2700 Scrub dabei... Solli... Kannst du mal ganz kurz... Holler das Geld wegnehmen... Ich vermag' dir denn nicht mit... Wenn sie wieder da ist... Kannst du ja wieder zurückgehen... Nur für den Moment... Warum sind Holler denn jetzt... Sie auch auf den Tisch? Hast kein Cash... Nein... Wir müssen Holler... Bei ihrer Spielsucht helfen... American... American Airlines... Wollte ich grad sagen... Anakonikova... Schöne gehört... Waren sie schon mal mit Anakonikova... Wettespielen? Das hat das Radio... Hat das Radio eigentlich... Nur bei mir nen Loop? Habe ich schon mal gesehen... Habe ich schon mal gesehen... Ja... Hm... Das kann man doch mal... 77... Ja... Du kannst... Ja... Du kannst... bei dir selbst leiser machen... Was ist das denn jetzt hier... Lachs, Mann... Was soll das? Ist das Radio nur bei mir verpackt? Also ich höre... Nö... Und so... Ja... Das ist nur bei dir verpackt, Parzi... Du musst doch mal auslochen... Wir machen die Augen... Wenn man die Brille hat... Kann ich nicht... Weil da hätte sie gefressen... Dann auch bei deinem... Spielproblem... Ach... Scheiße... Okay... Na gut... Komm mal her... Komm mal her... Wir checken durch... Wir checken nur durch... Danke, Parzi... Nächster... Gib mir deine Kohle... Wie nur 10... Da musst du schon ein bisschen mehr geben... Da bin ich dabei... Du Schwein... Nee... Komm... Das checken... Na gut... Du dir checken... Okay... Ich bin dabei... Und die hat jetzt eine 2... Nee... Hey... Der ist besetzt... Ich weiß... Gott sei Dank habe ich nicht erhöht... Hast du nicht erhöht... Holla kommt doch... Holla kommt doch gleich wieder... Holla kommt doch gleich wieder... Holla kommt doch gleich wieder... Nächster... Dachte wir checken... Gerna... Deshalb bist du nur auszubildender... Ich hab jetzt gar nicht... 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 Ich hab ihn echt... Nicht vorher raus... Ich hätte ihn nicht rausbringen können... Gut gemacht, Shepard... Glückwunsch... Shepard... Komm die Treppe hoch... Ich werd euch abziehen... Da oben ist auch noch ein Tisch frei... Ich glaub da spielen noch Leute... Ich hab Holla mal ihr Geld wieder reingepackt... So... Ö... 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 Was ist das denn? Moin Holla... Willkommen zurück... Ich hör die Musik immer noch nicht... Komm zurück... Glaubst du's besser... Geh mal einmal zum Player... Holla... Und... Ma... Pausieren den mal einmal... Und starten den wieder... Hey... Hey... Weck... 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 Der Stuhl ist noch besetzt... Ich hab' meinen Platz... Ja... Da ist auch noch mein Scrap drin... Kannst du dich nicht sehen... Ja... Nimm raus... Fehlinformat... Ja... So... Ich bin dann... Hallo... Oh Holla... Ihr Geld nicht... Nee... Ich saß hier... Wie? Nee... Platz vergangen... Es klappt doch auf den Stuhl ein... Äh... Holla... Kann es sein, dass du den Settings einfach die Prop-Sounds aus hast? Nee... Nee... Ist auf eins... Oh... Na ja... Holla... Du... Du warst relativ lange mit Mom da in einem Haus... Vielleicht hören sie auch einfach keine schönen Töne mehr... Achso... Ja... Das ist möglich... Der heißt übrigens Bernd... Hast du ja, du gehört... Bernd... Achso... Ja... 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 Richtig... Richtig... Bernd... Hey... Was ist denn das für ein krasser Stuhl denn, das ihr hier jetzt erst... Ist das hier Fremdwerbung? Ja... Eigentlich schon... Striknot Sponsored... Der ist... Wie war das Secret Labs oder so? Also... Ich weiß nicht was ihr gemacht habt, aber... Ja... Secret Labs... Striknot Sponsored... Bleib die ganze Zeit da... Hier... Guck hin... Und hab einfach das Logo meines Stuhls... Gelernt... Oder draufgeland... Das ist ja genial... Ich hab den Stuhl im Rücken, ist gar kein Problem. Ich auch. Und du sitzt sogar noch drauf. Ah, let's go. Ich bin ja Tischleader. Ja, der guckt da, ne? Ja. Weißt du, die Leute, die am Anfang viel Geld haben, die rollen dann in the deep. Nix da. Ich roll gar nichts rein. Ich kann das nicht hören. Ich muss mal kurz ein Problem ausmachen. Das geht gar nicht, Mann. Ja, ist okay. Habe ich das, also... Richtig verstanden, Mr. Mystery lässt mich hängen. Wo hängen? Wie hängen? Naja, bezahlungstechnisch. Ja. Uns alle. Zehn, ne 10, Leute, ne 10. Wir brauchen ne 10. Ich hab extra die ganzen Schäden. Wir retten nur so rum. Meister, ich krieg Kohle. Komm. Arme. Ass hilft mir. Geht ein paar Pika auf dem Tisch, wenn noch ne vierte Pika kommt, dann... Was machst du da für Quatsch? Ich hab nicht hingeguckt. Mach mal mal. Was machst du da für Quatsch? Du hast auf die Kohle reingehauen. Ne. Ich hab gekauft. Quasi was. Hast du dir wieder ein Flasch? Ja, mit Sicherheit. Vielleicht. Noch nicht. Aber hast du auch das Ass? Was? Ich bezahl jetzt hier die ganze Zeit, ne? Was soll jetzt die Dame? Mach ich alle fertig. Ist meine Straße jetzt, ne? Ist irgendeine Straße safe? Ich zahl schön durch, ist okay. Ich hab nix. Ach man, Parzi hat bestimmt einen Flasch, aber ich muss ihn vorher rauskriegen. Ja, der Flasch ist doch schon da. Gebt Parzi hat safe. Alles klar, gut. Oh, dranlegen! Wo ist das Zeichen dafür? Wo hast du mir das nicht angezeigt? Als du grad kurz zurückgeguckt hast, hab ich das gemacht. Aber was ist denn das Zeichen dafür? Auf der Hand kennst du doch. Ach, das war vorher. Scheiße. Das stimmt, das stimmt. Okay, wir müssen konzentrieren. Hm. Jetzt mal ein bisschen schneller, Freunde. Wir müssen mal ein bisschen Speed hier rein kriegen. Wieder ne 10, Leute, ne 10. Ne 10. Ne 10. Ne 10. Nicht immer C-Spam. Am Ende geht eine All-In, dann geht man wieder aus Versehen mit. Wem könnte das denn passieren? Das ist mir vielleicht passiert, als ich Edo ausgenommen habe. Ich brauch ne 10. Ich brauch eure Hilfe. 10, 10, 10. Wir brauchen die 10. Kann man den Pokertisch aufheben? Wisst ihr das? Nee. Ich glaub nicht. Ich glaub, die wollen den Pokertisch einen Meter verschieben. Verstehe. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Es müssten starke Leute sein, die das machen. Ich glaub, die wollen den Pokertisch um einen Meter verschieben. Oh, jetzt erzählen wir göttlich. Vielleicht hat jemand einen 7er Drilling. Was denn? Ist das der High Roll Table oder der Check Table? Stimmt, das ist ein Bube. Fehl der Bube. Ich dachte, ich hätte irgendwie neu. Ich brauch gar keine 10. Chatty müssen wir aufpassen. Also vorsichtiger geworden. Da muss ich raus. Da muss ich raus. Danke für den Tipp. Ich hab geschielt. Geschielt. Sie macht neun. Guck mal. Ja, jetzt machen wir hier. Hoff mal, müssen wir was rein. Ja, genau. Brauch mal was rein. Hey, ich brauch ja beides. Es geht jetzt gar nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich muss raus. Passiert, du schimmst wieder ein Flasch? Wie könnte man mit dem Blatt ein Flasch haben, ist die Frage. Du kriegst das bestimmt irgendwie hin. Kann doch passieren. Nervt euch die Musik? Nervt euch doch, oder? Ich geh nach der nächsten Hand kurz raus. Mach die Musik aus und mach selber Musik an. So ein bisschen Background-Kram. Mensch, Werner, läuft bei dir. Ja, ich mach euch fertig. Bist kein Chip-Lieder? Noch nicht. Ich hab den Poker-Tisch geklaut. Ja, ich hab sie leiser gemacht. Das hat sie ja noch nie gegeben. Mach du Scheiß. Ja, aber beschissen um den Poker-Tisch. Es ist ja schon wirklich viel passiert, ja. Nee, bring mal gut. Der Tisch wurde ja nicht mitgenommen. Ist ganz so leise, ich hör die hier laut. Der Party steht so in der Ecke. Gut. Ich hör die beim Headset halt laut. Weil hinter mir die Box steht. Ich krieg die Party ganz gut. Jetzt krieg die Party auch ganz gut. Wenn ich günstig einen weiterkomme, ah Pfirsich, da geh ich eigentlich nicht mit. Da geh ich raus. Da geh ich raus. Das ist quasi genau. Roi Flasch. Entschuldigen Sie bitte. Dann machen wir selber ein bisschen Musik an. Ein bisschen Lo-Fi, Leute. Könnt ihr dabei einschlafen. Auch nice. Ein bisschen ASMR. Dann machen wir coolere Musik an. Nicht so Lo-Fi. Ein bisschen chillt Elektro vielleicht. Weiß ich nicht. Ich hab jetzt hier... Hör die Musik? Ist sie zu laut? Zu leise? So vielleicht? Ich glaub so ist okay, Chad. Okay, Leute. Okay, Leute. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Tante Bay. Ja, das wär schlecht. Richtig, richtig. Ist das deine Nachtschichtunterhaltung? Ja, komm. Wir Lippen rein. Wir Lippen rein. Wenn jetzt keiner erhöht, ist alles nice. Ich bin der Dealer. So, Leute. Auf geht's. Leiter? Ich hab gewonnen. Ich bin jetzt bereit für den Heimrollertisch. Warte, hast du noch nicht gewonnen? Die sitzen da noch und spielen. Lügt uns nicht an. Die spielen die Weinen da nur noch. Chef, mir läuft das ultra gut. Also, dass ich hier aufstehe, wird unwahrscheinlich. Das ist kein Problem. Macht mal ruhig. Der Party ist wirklich großartig. Wenn wir ihn dabei haben, dann hol ich erst mal die ersten zwei Stunden. Leck mich am Arsch, ey. Wenn man so gut runnt wie du, kann man auch leicht reden, ey. Okay, Leute. Das war ein schlechter Call. Ich wollte gar nicht callen. Ich wollte folden. Ich muss wirklich mal konzentrieren. Wir spielen jetzt diszipliniert. Wir spielen nur noch Karten, die wir auch mögen. Unklar. Naja, weird würde ich jetzt nicht sagen, ne? Weird würde ich nicht sagen. Hier, nimm das. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, es fehlt die Konzentration hier. Ola ist doch noch nicht in Stimmung. Die meckert doch gar nicht. Ja, wirklich. Quatsch. Ja, wie wäre es, wenn Toro jetzt mal ein Lied anstimmt? Ja. 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 Toro, haben wir was raus. Müsste der einzige Idee jetzt noch noch kein Scheiß. Ihr habt doch noch euren Scheiß-Prob, Alter. Aber Radio kann doch jeder für sich ausmachen. Ich hab's... Ich hab ein bisschen Bär, Herr Sherlock, da war's okay. Jetzt müsst ihr den Settings machen. Pappo könnte man das Radio hinter uns ausmachen. Du musst gleich mal aufstehen von den Pokertischen. Danke. Ja. Sehr gerne. Ich hör's eh nicht. Jaja, jetzt ist es aus. Jetzt kann der Regen. Was geht's, Leute? Wir brauchen Chips im Pott. Rein mit der Kohle. Ja, rein da. Alle rein da. Ja. Ja, aber das sagt ihr doch wieder nur, weil ihr irgendwas habt. Ich hab gar nichts. Das ist ein Flasch. Ich seh's schon. Wenn jemand einen Buben hat, wird er niemals rausgehen. Ich freu das. Ich muss meine Hand verbessern. Ich brauche einen Ass. Ich brauche noch einen Zehn. Ich brauche noch einen Zehn, aber super. Obwohl niemand was hat. Ja, genau. Na, wie geht's? Hey. Hey, Kappi. Hallo. Setz dich doch klar. Ja, so weit und selte, wa? Es ist... Es war... Ich hab zu viel auf einmal machen wollen, glaube ich. Aber ansonsten, ja. War okay. Also als Betrachter fand ich das wirklich gut. Naja, das war auf jeden Fall sehr gut anzugucken. Ja. Ja, das stimmt. Das war sehr lustig. Ja, das stimmt. Das war sehr lustig. Ich wollte... Eigentlich war das so geplant. Ich wollte... Probierter ist sowas wie merkwürdig. Komisch. ...einen Turnierbaum machen. Hier oben an die Wand hängen. Ja, also... Würde ich jetzt sagen. Oder... Ist das Wort falsch übersetzt für mich? Oder falsch für mich? Wir haben uns ja um Viertel nach sieben getroffen. Und um... Ich glaub um fünf vor halb zehn waren wir fertig mit allen organisatorischen Sachen. Und das hab ich nicht erwartet. Also ich glaub so. Also ich glaub, wenn's zum Beispiel auch Glasböden gäbe, die man als Deck-Element einfügen könnte, das wär auch geil gewesen, wenn du auf den Glas so geguckt hättest, wo die da rumlofen. Ja, ja. Weil ist ja okay das nochmal erklärt. Ja. Also... Ja, doch. Das ist ja ja. Wenn du jemandem sagst, dass jemand komisch aussieht, das ist aber nicht positiv. Also wenn wir jetzt rausgehen... Ja, Fischchenchips ist gut. Ja, mit Mods, ja mit Mods geht das. Aber... Haben wir hier nicht, oder? Wir haben hier doch alle ne Straße, oder? Bestimmt. Ja. Natürlich, natürlich. Natürlich. Herr Schellokat! Sagen Sie nochmal ihr Zeichen bitte! Wer hat die Dame und den Köder? Ja, genau. Wer hat die Dame und den König? Wer hat die Dame? Also wenn du keine Dame hast, würde ich rausgehen. Ja, ja. Ich würde auch rausgehen, Herr Schellokat. Ja, warte. Ich glaube, Werner gewinnt. Dankeschön. Ach, nicht mehr. Oh, Herr Schellokat. Hast die Skarre. Wie hoch ist die Chance, dass er mit zwei Damen auf Aten steht? Werner ist voll dabei. Ja, reicht da eine? Ja, ja, ja. Warte mal, dann hat aber Werner eine Dame und einen König gehabt. Oder? Nein, es hatte nur einer gefehlt. Es hätte sieben oder Dame gefehlt. Da lagen ja alle. Genau. Ja. Sieg war ja voll. 18, Bube. Ja. 50, 50. Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. 50, 50. Aber ich hab die Tausend wenigstens noch. Überlegen sie sich also, wem sie ihr Geld geben. Also geben sie der Frau jetzt nichts oder was? Ja, Moment, ich muss gleich ausschneiden. Sie geben einem abgehalfterten alten Mann mit einem grünen Schirm mit. Er braucht das für die Hüfte. Ihr Geld und ihre Frau nicht. Was ist denn mit ihnen los? Er braucht die Hüfte-OP. Moment, warum wird jetzt die Mütze gefrontet? Die hab ich dem Mann da hinten auch gebaut. Vorsicht. Ich hoffe, man sieht nicht die Karten. Die wird's reinschummelt im Kopf. Na ja, und du? Ich geh jetzt nicht zurück und sag, sorry, dein Mann will nicht. Ist ja gut. Sag, ihr Wiedersehen macht Freude. Fünf Scrap? Ernsthaft? Jawohl. Das war ein Tami. Jawohl. Du bist so ein Geist. Du bist so ein Geist. Ein Geist Heinz. Da kommen jetzt übrigens nur 600 an oder so. Nein, ich hab's nicht gesehen. So ne Scheiße. Kennen wir meine Mitbewohner? Niemals. Nie, 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 niemals. Das ist das Ne. Du machst nicht den Becher. Mann, ey. Die Musik ist nicht so cool, Leute. Ich hab's keine guten Karten. Wir probieren's mit Jazz, Leute. Ich hab's keine guten Karten. Das Geld sehe ich nie wieder. Das sehe ich nie wieder, Leute. Das sehe ich nie wieder, das Geld. Ich kann nicht anders. Das sehe ich nie wieder, das Geld. Was könnt ihr wissen? Was ist das denn hier? Wer ist denn da reingegangen? Ich. Der Recher. Was ist das denn? Ne, ne, ne. Warum das denn? Haben Sie ne Straße? Ich hab echt gute Karten, aber ne. Haben Sie ne Straße mit zwei Karten oder was? Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Lass mich, lass mich, Werner, ich alleine runter. Lass mich und Werner. Eine Einwandstraßen. Lass mich und Werner. Warum ist Werner? Werner ist auf der Fall nicht. Hey. Und Werner? Ey, Mr. Man. Da ist drauf. Da ist ein Dichter. Da ist ein Dichter. Was? Es ist ein Dichter. Ja, du hast weggeschmissen, du hast all-in gemacht! Nee, direkt! Ja, was? Nein, auf keinen Fall! Was? In dem Film bin ich alleine gegangen! Ich dachte, du hast all-in gemacht! Das ist wirklich nicht! Du bist ja nicht verarscht! Junge! Die sind schon wieder betrunken quasi? Das ist ja frech! Das war einfach ein Fifty-Fifty und ich dachte, komm, das nehme ich mit! Und dann, ja, schade! Warte, warum bist du eigentlich nicht am Tisch mit dem Geld? Ja, ja! Da haben wir Parsi ganz schön eingelegt! Wer hat all-in gemacht und ich dachte so, man, du hast ja gute Karten! Das kannst du nicht stehen lassen! Komm! Ja, das dachte ich mir gerade tatsächlich auch, wenn du das all-in geworfen hast! Boah, da wird gesetzt! Das hätte ich nicht bezahlen! Das hätte ich nicht bezahlen! Ich muss mal ein bisschen... Ich brauche mal ein Pott! Ich muss mal was gewinnen! Nein, nein, nein! Ich habe nicht gewundert, warum du einfach all-in gehst! So, wenn kein anderer irgendwas macht! Ja, mit zwei Aßen würde ich auch all-in gehen! Hat er ja nicht! Man hat Aßen und König! Ich hatte Dame 8 suited! Also, das hätte gut klappen können! Da ist aber auch schon wild! Ich hatte Bube 10, äh, Peak! Hab ich aber all-in was, Mensch? Das mag ich nicht! Also, wirklich nicht! Nichts, nachdem ich meine Geldquelle verloren habe! Okay, Leute! Ich hoffe, ich habe nochmal Spenden in meinen Spenden... Brauchen wir mal ein gutes Blatt! Für... Ne? Für mich! Sind wir noch mal ehrlich? Wie ist das Schatz wieder? Du bist im Halle, Alter! Hören Sie doch auf! Sie sind spielsüchtig! Sie werden immer spiel-süchtig! Ich will jetzt mal wissen von euch, wer so ein bisschen Poker-Fahren hat! Wer schon mal ein bisschen Poker gespielt hat! Meine einzelnen Chats... Du wussten hier die Musik... Also, die Spielerinnen kennen das vielleicht schon ein, zwei Mal gespielt hat! Ob jetzt im echten Link oder am Computer, ist egal! Ich habe jetzt einen Skype gewollt, Lars! Dass hier da ist, dass ich ein paar Poker-Experten hier habe! Ich brauche die Expertise aus dem Chat! Moment! Herr Lachsmann, haben Sie gehört? Der Herr Shepard hat da hinten 1.000 Scrap gewonnen! 2.000! Lachsmann, gehen Sie doch an den Low-Ground-Tisch! Da können Sie noch was bekommen! Von wem waren die 1.000 Scrap? Ja, das würde ich gerne wissen, ob Sie jetzt weinscrap... Von Curry-Sack! Ah! Okay! Und schon rein! Dann geht's ja! Ja, na klar! Du musst nur kurz wieder einkaufen! Nee! Hallo an alle, die das erste Mal reinschreiben! Ich bin jetzt bloß Minus Null, Herr Recker! Timing... Timing... Hält das von Minus 4.000 dauernd? Dann, ähm... Matt Mugi! Ich kann nicht mehr lesen! Es ist echt spät! Nee, Paddy! Hört nicht, wenn ihr das Head-Up spielt, weil die Props rausgemacht haben! Es wird hier neuer Poker gespielt und Turnier! Oh, nice! Rollflash! Du siehst hier den Anfänger, der viel zu viel reinzahlt! Nee, 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 nicht ganz! Das war schon wieder gewonnen! Hat sie eigentlich schon Rollflash am Team gewonnen? Hat sie eigentlich schon wieder gewonnen? Hat sie eigentlich schon wieder gewonnen? Ich würd's so feiern, wenn wir einfach mal ne Runde spielen würden! In Real Life einfach, Leute! Einfach ne Real Life Runde! So! Mit den Leuten, die hier sitzen! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wer hat denn die wenigsten Scrap von ihnen? Dann weiß ich ungefähr, wann ich endlich dran bin! Mit, äh... Der Sherlockard natürlich! Der Sherlockard! Der Sherlockard! Ach, der Sherlockard! Wir haben die ganze Tasche nochmal voll, man! Ich hab über 3 Tauben noch in der Tasche! Der geht wieder an die Miesen, der Sherlock! Das ist ne Frechheit! Wo, wo haben sie das Geld hier? Sie arbeiten noch gar nicht! Herr Sherlockard, hören Sie endlich auf, damit Sie sind süchtig! Achten Sie, ne Kaffee! Das ist doch richtig, Fräuler! Flasch! Haben Sie ein Flasch? Oder... Das weiß ich nicht! Eigentlich wäre es ja mal... Die Party hat immer ein Flasch! Eigentlich wäre es ja mal interessant, wenn man diese Runde in dieser anderen Welt machen würde! Ah, mit 25 haben Sie auf jeden Fall keinen Flasch! Oh ja! Das finde ich sehr geil! Von nem richtigen Tisch! Mit richtigen Kameras! Sie auch nicht! Das stimmt! Mit richtigem Geld! Ja! Naja! Naja! Vielleicht nicht das! Aber man könnte es... Man könnte es mit Zapp spielen! Ich habe kein Geld! Ich habe heute 7 Stunden Schilder gemalt! Und der ja 1000 Scrap dafür bekommt! Und mit 1000 Scrap kann man nicht so viel Poker spielen! Eieieiei! Ich habe das wirklich ein kleines Problem! Da gehe ich einmal mit der Recherkeule los und dann habe ich auch... Wenn ich hier mit 10 Scrap reinkomme... Es ist ein Fold! Wenn ich hier mit 10 Scrap reinkomme und der Small Blind und Big Blind sich erhöht... Da wäre ich schlechte Positionen dafür eigentlich! Da ist ein Big Blind raus, hätte ich das vielleicht spielen können! Weißt du, da hast du genug! Wie viel hast du gefahren? 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 Das ist doch scheissigeil! Also ich habe viel Poker geguckt früher auf Fort 1! Oder DSF hieß es DSF damals noch! Das waren die sexy Sportpluss! 100 Scrap, Junge! Ja, entschuldige! Easy! Ich habe genau 3000 Scrap! Okay, danke! Ja, das ist bei Patimas Problem! Ich weiß nicht, wie ich ihnen sie ansprechen kann! Ich habe gerade... Ich habe die 3000 Scrap gerade verdoppelt! Ich weiß nicht, ich habe die 1000 Scrap verdoppelt! Finde ich eigentlich ganz cool! Wir haben jetzt... Drei tausend! Ich hatte 1000 und habe jetzt... Ach, die kamen nach, Alter! Ne, ist auch immer wieder jung! Du bist aber auf Weiß! Oh mein Gott! Ein Wunderhaft geschehen! Ein Jugendlichkeitsserum! Oh Gott! Sehr gerne, Blasso! Sehr gerne! Vielen Dank dir auf jeden Fall! Ja, du weißt, was das macht, ne? Mhm! 50 Stück! Jetzt! Los! Ja, es ist Astro! Es ist egal, ob ich den Mund getroffen hätte! Herr Schollokrad, wir müssen ja irgendwie ein bisschen Salz in die Suppe bekommen! Wie? Was für Salz in der Suppe? Welche Salz? Das gibt die grad nicht! Was? Von mir ist auch ein bisschen Pfeffer! Mänse! Lachsmann! Ja! Lachsmann! Du bleibst auf ewig der Sidekick! Wie geht's dir damit? Ist okay, ich habe zwei der drei Fallen heute enttarnt, die mir der Schollokrad gestellt hat, aber die dritte habe ich nicht kommen sehen! Lachsmann! 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 Achso, Toro, was ich dir noch sagen wollte! Der Ursprungsplan, den Lachsmann und ich hatten, ist, in dem Moment ihm das Go gegeben wäre, wollten wir in beide einen Headshot geben! Und erst dann auf uns schießt! Aber dann habe ich gedacht, dass der... Lachsmann wollte nicht, aber warum? Ja, weil ich dachte, dass ich nachher alleine auf dich schieße und er mich dann abschießt! Verstehst du? Dass ich der Einzige bin! Ja, ja! Lachsmann hat den Hauptcharakter gewittert! Lachsmann hat einfach den Hauptcharakter gewittert! Das hat er gemacht! Das ist eine Frechheit! Der Schollok hat eine absolute Frechheit! Ja, eine Frechheit! Mit der letzten Karte dann noch da! Was wollte Lachsmann sagen? Ja? Bin ich nicht rausgegangen! Äh... Ja, also der Lachsmann bleibt vielleicht Zahnkick, ne? Aber sie haben ja viel schlimmere Niederlage erlitten! Was war mit dem GoldenEye? Das reicht doch nicht! Ich hab nicht echt ganz zu Feuer gehabt! Ja, also das GoldenEye konnte man immer noch nicht austragen! Wann und wie und wo? Also ob das noch machbar ist? Ja, keine Ahnung! Ja! Also die Studie, ich muss ja mal fragen! Jetzt auf die Schnauze! Also die Idee ist ja... Was ist denn heute Abend mit der musikalischen Untermalung? Ja, die fehlt bis jetzt! Ich dachte, ich war schlaf gut! Komm süß! Also die sehen ja... Also die Idee ist ja, dass wir an Anlehnung an das Eierereignis morgen im Vulkan spielen mit ganz viel Lava drumrum und dem GoldenEye stark beleuchtet in der Luft! Aha! Und wer verliert, der muss in den Vulkan springen? Ja! Wirklich! Wirklich! Herr Recher ist gut! Ist sich das sicher, dass wir das wollen? Mit dabei! Rein Flasch hier! Bei Parsifal! Dabei ist alles! So ist es nämlich! So ist es! Ein drittes Mal! Das kauft ja noch niemand ab! Ah! Ist aber schon das vierte Mal! Deswegen kauft es dann wieder jemand! Wenn du jetzt wirklich ein Flasch hast, ne? Du bist so Flaschival! Ab jetzt! Gucken wir doch mal nach! Ach! Halt die Knauze! Ist es... Ist es gestaltet, wenn man geschenkt mitgehen soll, der so nimmt? Nee, das ist so... Also, Holla kann ja wenn sie mal! Ach komm, äh... Ich würde die letzte... Ich hätte die letzte Karte gern gesehen! Weil... Gucken sie mal! Mein Gott, er hat halt wirklich... Das war doch nicht so ein... Das war doch klar! Das wären straight Flasch geworden! Ach du Scheiße, Flaschival! Also, wenn die Herrschaften es wünschen, dann würde ich für sie ein bisschen Karaoke singen! Ich weiß nicht, ob ich das möchte! Ich hab Bock! Ich... Warum nicht? Dann können wir doch wieder einsteigen! Wird das feiern! Ja, so ein bisschen oder so! Vielleicht finden sich da noch andere Leute! Hm! Ja, das lockt schon die Leute dann an, denke ich! Oder lockt sie weg! Aber hier ist ja... Nö, arriba, arriba! Mal so, mal so! Ja gut, dann mach ich mal ein bisschen Stimmung, sonst ist das ja hier ziemlich ruhig! Ja! Äh, kannst du dich vielleicht so... Okay, Leute! Wir brauchen noch einen Peak! Einen Peak! Läuft hier noch irgendwo Wummsbox? Kann ich noch den ausmachen? Ja, ja! Da hinten! Da hinten neben den... Da hinten neben den Spielautomaten! Können wir doch mal an die Mysterybox in das Haus! Ja! Wo ist sie denn? Die Mysterybox! Einer hinten an der Seite bei den Schorts! Da hinten am Automaten! Ja, es ist los, das stimmt! Aber es müssten die anderen ja auch zwei Pieke auf der Hand! Ja, ist mir schon klar! Wir bräuchten weniger... Wir haben zu viele Spieler am Tisch gerade! Das ist das Ding! Weil alle halt Lime reinlimpen konnten, ne? Da hast du recht! Versteht? Versteht? Wenn du das gegen zwei andere Spieler spielst, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du da in einer guten Position bist! den Ballonsantrag beharrst! Pfff! 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 Das ist doch nicht ererend! Pfff! 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 Pff! 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 gekostet, aber es hat was gekostet. Musst langsam mal reinkommen hier in die Kacke. Ja, prinzipiell schon. Es hat keiner was getroffen, wirklich gar keiner. Was, es hat niemand was getroffen? Gar nichts. Ich habe einfach nur die Highcard. Ja, natürlich ist es zu spät, weil ich gefolgt habe. Ich muss den Ding in den Stuhl her. Es waren halt so viele Leute noch drin. Okay, ja dann fange ich doch einfach mal an, oder? Ja, los geht's, los geht's. Wer, der jetzt Karaoke machen will, bitte beachten Sie, dass es Versionsseiten sollen, die keine möglichen DMCA's verursachen. Ich hoffe, diese Version ist akzeptabel. Stuhl-O-Kart, wir sitzen auf den falschen Tischen, bei Plätzen. Das war Stuhl-O-Kart. Dunkel als ich durch die Vorstadtstraße und Heimwärtsgegen. Ein bisschen leiser machen. Dann wird's Haus aus dem Licht noch auf dem Gesteig schien. Ich muss noch leiser machen. Ich kann nicht leiser machen. was ist das denn hier eigentlich was ist das denn hier alles was ist das für runden und aus der klang musik die fremd und sündlich war Das war's nicht so. Räume von daheim Du musst verzeihen Du musst da sein Wie das aussieht 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 Was ist das denn 1 nach 8 Mein Flaschen ist ein Eine 6 Die wird aber auch nicht gemischt Oder? Ach Leute das ist doch hier Ne ne Leute halt nicht Es läuft schon 3 Worte Ja Wir haben solle Ich glaube morgen kauf ich Bier Und wir haben Da ist eine Warte Jetzt auch mal hier reinchecken Nicht ablenken lassen Herr Schöppert Achso Kommt noch gar nicht So lange Geld So lange Geld Okay wenn ihr keiner Ich spiel's mal an Ich spiel's mal an Ja war auch schon selten aber krann Ich spiel's mal an weil ich die 7 getroffen hab Ich spiel's mal an Ich spiel's mal an Weil du was Nein Ich spiel's mal an Ich spiel' halt langsam weil sie vielleicht ne Straße haben Ich hab nix getrunken ich schwör' Es ist schon dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Komm, fängt ihr ein! Komm, fängt ihr ein! Und ich werde nicht erst daran, dass ich immer wühle von daheim. Ach, Holla an Spray ist die Überraschung! Es wird noch 2 und 3. Spray? Ich bin dabei! Das war Karo nochmal, Basti, oder? Also, Shepard hat jetzt, das war auch dein Memoiren gesungen, oder? Kann er sein, Shepard? Warum singst du nicht mein Lied? Ich bin ja nicht als Sänger hier. Hallo, Karl! Aber du bist irgendwie voll... du hast noch gar nicht... Ja, es greifen sich halt alle einen ab, das ist so nice, ja. Und bist nur am Zocken? Oh, das ist ne Howshit dafür. Warum morgen? Also, oh, ich bin ja dran. Ich kann nicht gerafft, dass ich dran bin, scheiße. Stark, Party, stark. Wie gesagt, nicht als Sänger hier. Herr Shadowcutt, du singst einfach, du frisst den Scheiß-Power-Riegel, jetzt sing einfach. Mann, mach doch mal. Holla, du bist ja immer noch im Spiel. Du kennst das! Ja, klar. Ich hab zwar immer noch kein Geld bekommen. Ich werde mich beschissen. Beschissen wie immer, ich werde immer beschissen! Du hast doch 2600, du brauchst doch gar nichts. Ja. Ja, ich hab... Du hast ne Angehöriger Power-RP, oder was? Oder so ein durch die Blume? Irgendwie fehlt mir Shepard. Hm, ja. Was macht er denn gerade? Was mir hier fehlt? Ich glaub, da ist ein Stuhl. Der resigniert über sein Leben in seinem Gaming-Chair. Ich bin mal auf, starke Hunde! Was ist das denn? Wow! Schön, dass du mit rein da. Schön, schön! Schön! Wir haben 70 Scrap bekommen. Da wurde, da wurde man um einen Scrap beschissen. Habt ihr was gemerkt? Wenn ihr das müde Gesicht auch seht. Ein bisschen raus. Das ist einfach nirgendwo gelandet. Und meine Damen und Herren! Es kommt der nächste Song! Wahnsinn! Oh, klar! Keine Einwände! Okay, dann starten wir! Ja, das ist Wahnsinn! Sing sie dann in den Vulkan, du willst zu heiß werden, Vulkan! Das ist für euch, das ist für euch, Chef. La, 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 ha, 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 ha! Von mir keine Spur, die Wohnung ist leer! Ach, wo ist leer, die Gleise, schleer, ha, 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 ha! Ich geh kaputt, du bist wieder bei dir. Richtig kaputt. Ich weiß nur, als jetzt ist Schluss. Und dass ich um dich kämpfen muss. Wo bist du? Wo sind die Nancy Mons drin? Sag mir eure geilen Nancy Mons. Bist du? Und jetzt alle Party! Alle Reignons! In dieINA, ich weiß nur, was ich schütze. In dieINA, ich weiß nur, was ich schütze. Hölle, 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 hölle. Liste meine Seele. In die Hörst des Parlaments. Warum te viele? Fühle, Fühle, Fühle. Fühle, 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 Fühle. Fühle, Fühle. Ich weiß nur, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich will. Ich weiß nicht, wie ich will. Ich will nicht Ich verliere nur Scrap wenn er singt Ich verliere nur Scrap wenn er singt Alter sing Let's go Von früh bis spät Alle drei da Ich weiß es ohne dich nichts geht Ich brauche Luft Bevor mein Herz steht Alle auf 100 stellen, macht ihr da mit? Auf 100, auf range 100 Ja alle Hörter 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 Jetzt 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 Baaah Ich bin nicht so ein Baaah 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 Aber das ist immer nur eine Prüfung. Ich höre mich. Ich höre mich. Ich bin schon- Ich bin schon- Scheiße. Er ist- Schöne- Ich bin- Warum sich die Eten halt? Wir wollen ja heute gemeinsam wieder ein Spielamt haben, also lasst ordentlich schnacken, lasst ordentlich krachen hier eurer Bauten. Mach mal Platz hier für den Heimroller. Die sollen wir alle auf 100 stellen und mal einsteigen. Ja, das war's. Oh, ich hab ein Ziel getroffen, Alter. Du bist auch kaputt. Welch, Taki, was geht's? Hey, stell mal, du bist so ein Bänger, so ein richtiger Bänger. Oh, du bist so sauer, das war Zunaben-Originale. Entschuldigung, Entschuldigung. Claim! Zunaben-Originale. Noch eins. Der Saloon brennt, der Saloon brennt, Feuerwehr. Opa, was ist mit unserem Song? Ja, man, Taki, das ist wahr, das ist wirklich wahr, Taki. Es brennt! Ja? Mach mal unseren Song an. Kannst du deines? Okay. Töte das Feuer! Der ist so geruhig, Görlich. Tja, das ist so... Diese direkte Reaktion. Hast du auch was von, äh... Hast du auch was von der Michelle? Ja. Von Michelle? Gott! Hast du hoch, hast du hoch, hast du hoch. Hast du einen Halbpot? Hast du einen Halbpot? Hast du hoch? Ja, Alter, da gibt's doch so viele. Ja, Mann! Okay, ich weiß noch mal einen anderen Karaoke-Song, ich weiß nicht, ob der gut ist. Oh, okay, ja, ja, Gott sei Dank. Scheppert, du bist noch auf 100. 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 Ja, 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 ich... Okay, ich denke, wir nehmen einfach mal den hier. Ich denke, wir nehmen einfach mal den hier. Aber ja. Scheppert! 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 Im Wagen vor mir hätte ich gerne. Okay. Ja! Ich will gleich den Wagen vor mir will ich mit Opa zusammen singen. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ihr habt nur noch eine junge Frau! Ihr seid ja beides die alte Herren! Alles doch mal von mir runter gehen, das juckt im Nacken. Wir haben ja immer noch. Ey, Opi, kennst du diesen Song mit dem Lasso und dem Cowboy? Das wär auch mal schön. Hat sie Opi gesagt? Das ist meine Frau. Nee! Nee, dann steh ich auf und geh! 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 Dann steh ich auf und geh auf! Sehr gut! Sehr gut ausgebildet! Sehr gut ausgebildet! Sehr gut ausgebildet! Was ist denn da los bei Ihnen? Die ist schon so, die braucht dich nicht ausbilden! Ich brauche Cola für meine Stimme! Ich brauche Cola für meine Stimme! Aber ich habe keine da! Ja, du singst gleich Cola für deine Stimme! Kannst du bitte statt im Wagen vor mir im Leichenwagen vor mir singen? Ich brauche Cola! Ja, okay! Ich brauche Cola für deine Stimme! Ich brauche Cola für deine Stimme! Okay! Nächster Song! Let's go! Hol dir die Feuerzeuge raus, Chat! Hol dir die Feuerzeuge raus, Chat! Hol dir die Feuerzeuge raus! Oh mein Wunsch! Oh ja, oh Schöpfard! Oh Schöpfard! If you saw me crying Would you save my soul tonight? Echt? Oh mein Gott! Pass auf! Sind wir alle mit wieder? Would you love? Oh please help me this Hat er wirklich die Straße 5 hier Jetzt bin ich, warte mal, wir werden erhöht Also Zorro hat erhöht Nee, also ich bin dauernd Hold me in your arms Tonight Tonight I can be a hero, baby I can be a hero, baby The name I can kiss away the pain The pain Ah, ich muss das setzen Versetzen, versetzen, versetzen Forever Forever You can take My breath away Blank, man! Herbe decolen Was ist eigentlich für die Kohlen? Was ist eigentlich für die Kohlen? Would you like? Would you run and hide? Schon wieder Stau auf der Hand Too deep Have I lost my mind I don't care You're here Tonight Tonight Yeah I can be a hero You're a baby Oh baby I can kiss away the wind The pain The pain Say Let me stand by you forever 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 You can take My breath away My breath away Away Oh 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 Hat jemand ein Ass mit einem höheren Kicker? Hat jemand ein Ass mit einem höheren Kicker? Bitte keine S... Ich muss... Wenn jemand auch ein Ass hat, auch wenn er ein Ass 4 hat oder Ass 5 hat, wird er nicht gehen weil das Ass betroffen macht Ich musste kurz Bescheid geben, dass sie aufhören sollen Ich muss jetzt gucken, ob jemand was getroffen hat Man sieht das nicht, aber es ist einfach so schlimm Ich bin froh, dass ich es nicht sehe Ich gehöre, dass mein Atmungsgerät Heaven lost my mind But I don't care You're here Tonight Und jetzt noch mal alle I can be a baby A hero baby A hero baby A hero baby I can kiss away the pain Oh yeah I will stay by you forever Schreibt ja in der Familie You can take my breath away You can take my breath away You can take my breath away I can be your hero I can be your hero I can kiss away the pain I can kiss away the pain I don't understand Nanu Was war das? Nanu Nanu Was? Hat das tot Aber warum denn Hat hier passiert? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Ich muss jetzt sehen Komm ich muss jetzt sehen Was... Du musst jetzt sehen Hat er da kurz einmal mit der Rifle rausgeholt Ich bezahle das du kannst mir das gern schreiben ich glaube sie müssen jetzt aufstehen und ermitteln wer hat ihnen jetzt das kostüm geklaut bitte das kostüm zurückgeben ich glaube dass das erste mal dass er mir leid tut wo habt ihr das eigentlich her brian ich habe ihn nur kurz umgezogen so sieht er doch besser aus ich beschwöre dich aus dem blöck ja mal räum doch einer mal den müll weg bau den doch mal einer ab kann einer mal den schul da wegschieben vielleicht nein kann man nicht wegschieben ein bisschen sponsoring nur werbung den schul wegschieben er hat sich einfach ins grab gesungen der ist müde scheppert müde scheppert schlafen aber mir tut das schon ein bisschen leid hat der hier kein bett gestellt ne keine ahnung ich seh den geraden läuft grad wieder her was ist das eigentlich für den Hintergrundsound hier was hören wir da das noch mal wie bist du gestorben er sei mal schäppert er sei mal es interessiert uns alle brennen du hast ein schönes kostüm da an also ich verbleibe nicht die flosse weg scheppert hat immer noch den hesson im gesicht bei mir heute Bei mir ist ein Headshot. Schönes Loch in der Stirn. Ach du Scheiße, das sind Radies. Da ist was im Pott jetzt, Leute, konzentriert euch mal, scheiße. So ist Shepard, roll mal den Müll weg jetzt hier vom Stuhl. Genau, Shepard, stell mal auf 10 Meter bitte. Will ich den Spür wegkriegen? Bin ich nicht raus. 10.000 Meter, so ist die ganze Hintergrund. Was hast denn du da hinten? Patti, kannst du die Leichen da wegräumen? Wir fliegen hier wirklich 1.000 Fliegen. Das ist der High-Roller-Tisch, das kann doch nicht sein. Was? Warum hast du mal ne Karten gekauft? Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das könnte aber auch der Shepard selber sein. Hat einfach die selben Karten wie ich. Wer hat denn hier gemischt? So Shepard, heb mal deine Reste da auf. Kannst dich wieder einsetzen. Schiebt ihr eigentlich nur die Chips hin und her? Oder fliegt auch mal jemand raus? Also euer Chef, ich will ja nicht über die Runden gestern lästern, ja? Okay. Das ist der 10.000er-Tisch. Ja, gestern ist ja jemand mal aufgestanden zwischendurch. Hier steht ja gar keiner mit auf, oder heute? Das ist der 10.000er-Tisch, Edo. Da können wir mal nachfüllen. Also bei mir läuft's gut, du sagst mal so. Hallo an der Tisch! 10.000er-Tisch? Haben Sie überhaupt so viel, Herr Lachsmann? Mit 5 Scrap! Also bitte, wenn das finanziert ist. Das war ein Tauser, als ob ich mit 5 einsteigen kann. Das ist eine Herzdruckmassage da mit dem Shepi, müssen wir nochmal üben. Warum hockt ein nackter alter Mann auf dem Stuhl ihrer Freundin? Was? Ja, der ist gerade gestorben. Ja, 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 genau. Ach so, das ist Shepard, ja. Der sieht immer so aus. Der Shepard, was haben Sie denn dazwischen den Beinen? Ich bin froh, dass wir alle älter als wir sind. Der klingt von mir ja bewusst, aber so. Okay, wenn wir draußen... Was denn das da, aber es liegt kein Schüller auf dem Tisch, ey? Ich bin froh, dass du... Du hast nen Scheißdreck hast du. Ich bin froh, ich falle da auf. Aber drehen wir um. Edo. Wo ist mein Platz? Sehr gut. Oh, okay, okay. Bist du pleine? Noch nicht, aber du kannst dir den Rest schon mal... Weiß, weiß Anzahlung noch wieder mitnehmen oder so. Hm? Ähm... So, danke. Das komische Geräusch da. Bist du... Bist du schlafen, gibts? Ist kein nach Hause geflogen? Naja, das ist Radio. Irgendwär das Radio komisch eigentlich. Ich glaube nicht. Entschuldigung. Die nervt ja nur. Kann ich kurz mal bei deiner... Es gab, dass die Playlist, die nachts kommt. So beruhigend. Ah. Naja, ja, ja, ja. Kann ich kurz mal bei meiner Frau nachfragen, wie es aussieht? Ich glaube, ich kann nichts für den freien Platz garantieren. Ja, ja. Versuchen Sie das zu machen in SMS. Ich schreie einfach. Ballert der noch mal was? Hey, Lina, Liebling! Ich glaube, Shepard ist eingeschlafen diesmal aber wirklich. Ich hoffe, Shepard ist gerade im Kopf oder sowas. Dina, wie sieht es aus? Ja, da kommt jetzt was. Entschuldigung, ich musste mich kurz fangen. Ja, ich mach dich gerade stolz. Ich hoffe, ich krieg nachher eine Belohnung. Und das ist für Patti? Wie ist denn der Stand? Wie ist der Stand? Oh, ich mach die alle! Oh, Lachs! Oh, Patti! Der Song ist für dich! Oh, Baby! Ach du Scheiße! Oh, ja, tanz auf den Tisch! Och, da reiß dich zusammen! Ja, jetzt hat sie gesagt! My und me, Baby! Wir haben neuen Aufgewinn! Sexbomb für Patti, wirklich? Und das hat deine Mutter sieht! Ich glaub, ich kann nix und gar nicht, Patti! Ich weiß gar nicht, wie der geht! Geht der so? Sexbomb! Sexbomb! We are my 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 Sexbomb! Sexbomb! We are my Sexbomb! We are my Sexbomb! We are my Sexbomb! We are my Sexbomb! Ja! Wir können das nicht wieder externe! Ich will das reinrugeln! Karo, Karoja! Hier zum Wagen, im Wagen vor mir fährt ein Rentner, Herr Shepard. Wo bleibt der Song? In welchen als nächstes Sexpop kann ich nicht. Doch im Wagen vor mir, im Wagen vor mir, also gleich im Wagen vor mir. Ja, ja, das sieht alles so witzig aus, alles so klonkig. Rap-Gott-Jo. Oder Godzilla, hau mal was raus. Ihr könnt ruhig alle mitgehen, ich hab nichts. Ja, hau raus. Dann sind wir doch schon mit gegangen. Ja, mach mal hier so einen schönen Song zum Mitrellern. Was ist denn mit Arriva, Arriva? Was war noch der Quatter? Godzilla grün, Godzilla grün! Ja, dieses Quartal... Ok, gehts los. Bitte dann, gerne aussteigen. Rette, 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 rette. Ne, vielleicht hab ich einfach ... Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt mir viel zu aufgefühlen. Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Oh, was ist das, die Musik? Werner, gib mir dein Geld her. Danke. Ich sag mal so, aber ich glaube wir bräuchten hier ein paar andere Leute am Highrollertisch so langsam. Also, ich weiß ja nicht ob ich mit euch noch spielen kann. Wieso, wir haben noch 5000 in Tasche. Verzockst du das ganze Firmengeld oder was? Hä? Ich hab 3000 Scrap in der Tasche. Was willst du? Wir haben nicht verstanden, wenn wir jetzt weiter Karaoke machen? Hä? Ist er noch 717? Ja, weiter gehts. Der Hau in die Tassen Shepard! So'n... Ok... Let's go! Ok... Du sollst irgendwie eine Stufleile sein. Rette, Rette. Rette, Rette. Rette, Rette Rette. Morgen von mir fällt ein junges Mädchen. Sie fällt allein, und sie scheint, hübsch zu sein. Der sitzt auf meinem Stuhl, der sitzt auf meinem Stuhl. Ich brauche eine 7, ich brauche eine 7, ich brauche eine 7. Jetzt haben deine Freunde in Laxi. Ja, Rattata, Rattata. 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 Rattata, Rattata. Rattata, Rattata. Rattata, Rattata. Die nächste Mal wieder auf 50. Der blöde Kerl da hinter mir nur, ich seh nichts in der Mitte. Der blöde Kerl da hinter mir nur, ich seh nichts in der Mitte. Der blöde Kerl da hinter mir nur, ich seh nichts in der Mitte. Der blöde Kerl da hinter mir nur, ich seh nichts in der Mitte. Der blöde Kerl da hinter mir nur, ich seh nichts in der Mitte. Der blöde Kerl da hinter mir nur, ich seh nichts in der Mitte. Der blöde Kerl da hinter mir nur, ich seh nichts in der Mitte. Der blöde Kerl da hinter mir nur, ich seh nichts in der Mitte. wir brauchen acht wir checken mal durch distanz auf zehn meter und mach mal von der musik also entweder für uns ganz Das ist doch das Zeichen für Pieck. Das ist doch klar. Das ist aber auch Pieck, da muss man aufpassen. Du musst genau auf die Geste gucken. Du machst Freiheit. Ich weiß, dass ich siegen. Es ist ein Flaschkopf ja toll gewesen, das hätte ich aber noch mal erhöht, Leute. Da wären wir 50 zu wenig gewesen. Schon wieder pinkeln, Leute. Es klingt so viel hier gerade. Ich habe bestimmt heute vier Liter getrunken. Du bist so still. Moment, Moment. Ach, Leute, Leute, Leute. Heute ist nicht so gut der Pokerabend. Es sind trotzdem gute Leute am Tisch, keine Frage. Aber gestern war halt Pieck. Also ich meine nicht Pieck, sondern der Gipfel des Ganzen. Aber deshalb gehen wir morgen auf den Vulkan, damit wir den Gipfel noch erhöhen können. Hört ihr alles? Hä? Das wird großartig. Mit Lava und extra Pokertisch. Ich hoffe, das kriegen die alles hin. Aber ich tippe auch nicht mehr. 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 Ja, aber er hat zwei Akats, oder? Ja. Ja, das ist selbe wie er. Wir haben beide Sachen. Oh Gott. Ich habe einen Ast gehabt. Deshalb kann es nicht sein. Deshalb kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Vielleicht wird Freunde Tränen schon teilen. Wir gehen jeder für jeden durch Feier. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Anstieg, den Gänkel, diese Zeit, alle ein Hoch auf uns und auf uns.. In dieses Wim. Nein, Lachs, man passt! Hör mal dahin, Lina braucht wieder Geld. Was? Kannste kurz aufstehen gleich. Ja, klar. Woment. Wo ist sie aus den Tisch gewinnen? Auf geht zum Tier. Läuft richtig gut heute. Bis 1 a. Auf all dem Tag. Unendlichkeit! Wir haben früh und schwören uns einwege Treue Vergoldet uns diesen Tag Ein Leben lang ohne Reue Von dem ersten Schritt bis ins Grab Ein Hoch auf das, was vor uns liegt Das ist das Beste für uns Ein Hoch auf das, was uns vereint Ein Hoch auf uns Mr. Mystery, können Sie vielleicht kurz den Platz blockieren? Auf dieses Leben Auf den Moment Können Sie vielleicht kurz den Platz blockieren? Ein Lachsmann den Platz einmal blockieren Ich muss kurz zu meiner Frau Ein Hoch auf uns Dankeschön Auf geht's und hebe ich Auf einen Tag Ja hier ist gut Was gibt's denn? Wie sieht's aus? Ich dich auch Ich wollte dir das Geld zurückgeben Weil ich hab die alle abgezogen Was? Sag mal wie viel du insgesamt hast Kriegst du das natürlich wieder Also ich hab jetzt genug damit ich im Heim Du hast dich leer gespielt Was sagst du, Scholli? Nee, ich hab nur meine Schulden zurückgezahlt Hast dich leer gespielt? Nee, nee, nee Ich wusste kurz, ich hab meiner Frau Geld geleitet Also meiner Freundin Und die hat den Tisch hier unten abgezockt Wie viel hast du denn jetzt noch? Ja Ja, die hat ihren Einsatz verdrittelt Jetzt sag ich noch eins Verdrittelt Was sagst du? Ich bin so stolz auf dich Du hast ein bisschen Geld, wenn's bei dir nicht so läuft Ja, ich sag mal so Heute läuft's durchschnittlich Ich hab zwar jetzt hier noch ca. 4500 Aber irgendwas ist da gezinkt Das stimmt was nicht Bist du noch weiter? Oder bist du müde? Kein Problem Ich bin ein bisschen müde Aber ich hab noch zwei Gläser mit Getränk Ja, der frischeres Getränk Ich bin ein bisschen drunk Ich denke, ich werde den Rest verspielen Aber ich hab Spaß Nein, verspiel das nicht Ich mach mich stolz Sina Das war eine großartige Leistung Aber ich will mehr Mach ich dich nicht jetzt schon stolz? Ja, doch Ich will mehr Ich bin jetzt schon stolz Ich will noch mehr Verstehst du von dem Geld und von dir? Ich würde sagen, ich will auch mehr Ich will, dass wir morgen heiraten Morgen Weil wenn das nicht klappt, dann Was? Aber ganz kurz Ich hab vorhin Eine ganz kurze Frage Also ja, können wir machen Aber eine Frage mussten wir vorher beantworten Yay Hast du Okay, welche? Ja, ich will Vorhin Du hast doch Ein Was? Du hast einen Satz vorhin gesagt Da war ich mir nicht sicher, was du gesagt hast Ja Wenn nicht Dann zahlst du mich womit? Achso Für den Sex Ich dachte, du freust dich darüber Achso Hast du Hast du wirklich gesagt? Das ist ja großartig Jemand, der Rollenspiel mag Ja, also Ich hab gedacht Ich hab mich verhört Ich hab mich verschluckt, als ich grad was getrunken hab Da drüben Ähm Das war Ja, alles gut Aber sonst kann ja auch mit Wasser atmen im Mund Ja, genau Ja Ja, nee Dann treffen wir uns später Jetzt machst du mich stolz Ja, mach ich Ich gewinn das für dich, Baby Los, geht's jetzt? Absolut Absolut Auf geht's Ich weiß nicht, ob wir uns später treffen, aber spätestens morgen Spätestens morgen Und ja, ich will Ach, wir sind uns gegenseitig stolz Yes Okay, cool Bis dann Oh, alle runter vom Tisch Mr. Mystery, vielen Dank Achso Wir gewinnen selbst von den Tischen Der ist jetzt mit eingestiegen, der Mystery Das ist jetzt fertig Aber da wird gleich ein Platz verholt Lachs, Mann Ich hab fast 3K Ich hab Toro und Holla vom Tisch gefegt mit All In Hä, warst du vom Tisch gefegt? Großartig Auf Ich spiel dir eine Runde, Herr Lachsmann Da können sie wieder Meine Frau Ja, alles gut Du wärst jetzt tot gegangen, wärst dann eine 7.9 gegangen Hier ruhig ein bisschen Eine 7.9 wärst du tot gewesen Hätte, würde, könnte, Recha, du bist arm Jetzt geh da draußen Ja, hätte, würde, könnte, blablablabla Ich hab noch genug Scrap für dich, du Ich glaub, da oben ist noch ein leerer Tisch Das ist dich Ja Möglicherweise hat meine Frau mir gerade 1500 Scrap zurückgegeben Das war mal ein guter Gewinn Und sie hat noch viel mehr Oh, hast du Gewinn gemacht? Ja, sie hat immer noch 2000 Scrap in der Tasche Oh Ui Wir heiraten morgen übrigens Ich hab nix, aber eine, oder? Ich hab nix, aber eine, oder? Stepper, kommt da noch was, oder? Ich hab nix, aber eine, oder? Ja, schon, Lockhart Kommen, Sir Ah Ja, noch kommt jetzt was Reden Sie mal oben, Pasty, wollen wir raus, ey Mr. Mystery hat die Geld an Pasty geschoben das war ja noch mehr betrug als das was wir ja das war ein bisschen traurig ich lese dann wo ich lese deinen eine nachricht die 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 lachsmann kerze und sage dann als antwort die kerze ja würde sich so an nicht nur bei sherlock karte sondern auch bei ihrer frau zu sein und ich habe immer sagen seit ich zu dem bilden korb von ihrer frau dann was von heiraten erzielt aber ganz schnell weg sie hat mich gefahren ihre frau vorstellen damit sie das geliehene geld von mir jetzt sein kann warum sollte da noch zwischen sein so holler was ist denn da drüge jetzt das ist halt so gemein ich leih allen geld ich krieg nur auf die schnauze wir haben doch alle eine straße in der neuen saison ich leih er wieder ich leih er ein geld und krieg nur auf die schnauze von dem person das ganze nicht ausdenkt Ach komm, Werner, das will ich sehen. Ja, gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ja. Ich hab's doch jetzt angezeigt, Leute. Guck dir nicht. Ach, stimmt. Werner, du sitzt auf meinem Platz. Das ist der Glücksplatz. Ja, das läuft echt gut. Ja. Aber dir gönne ich das auch. Bleib frei. Bleib frei. Jetzt kommt der Opa mit Settles für die Menge. Meine Lieblings-Konsole war der N64. Opa, hau mal ein Rap aus. Der S64. Ja, erstmal ein Rap. Ja, warten Sie noch mal. Meine Konsole war der Sega Mega Drive. Und davor noch das Master-System. Bei Sega Mega Drive war wirklich sehr gut. Hatte ich auch. Er hat's geblufft. Er hat's geblufft. Das N64 war ein Bluff, Leute. Er hat, er hat das nicht. Meine Güte, jetzt hätt ich ne Straße gehabt, die Herren. Ich hatte ne zwei. Ich hatte ne zwei. Welchen Sieg vor Renta-Hitre? Ich glaube, da bringt mir der N64 die mehr. Okay. Kaputt gegangen. Auf geht's. Gute Nacht. Mein gebrochener Arm, mein gebrochenes Herz. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist Quatsch, dass du bezahlst. Wenn die zwei kommt, ist... Dann haben alle ne Straße. Das ist halt... Shepard wieder kurz basiert. Au. Nö. In dem Alter soll das mal vorkommen. Herr Shotokard? Wollen Sie mein Trauerzeuge sein? So als Zeitkick? Gibt es wirklich noch mal ne Hochzeit? Ich hoffe, dass ich so exklusiv bin, ja. Wie ich dir da hingelegt? Die war extra für dich. Ganz schlechte Erfahrung. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich die beiden vor mir stehen möchte bei der Hochzeit. Die müssen auch nicht singen. Die letzten Reihen sind immer sehr angenehm. Sie können sich schon mal ein paar nette Worte für mich überlegen. Die haben Ausgang, ne? Okay. Okay. War nicht. Ich finde auch die erhöhten Positionen mit Raketen... Ich meine natürlich die erhöhten Positionen gut. Ich weiß genau, was passiert. Das ist doch nicht nett, das kam. Scheiße, Frau Bienen-Eistack. Ähm. Hä? Was? Wo kam das denn her? Ich weiß auch. Was ist hier so? Das Ass ist... Das Ass ist hier nicht als 2. Das ist natürlich die 1. Die 1. Oh, das hat mich einschlafen. Ich hab gar nichts gemacht. Nee, wir brauchen auch keine Leute für eine Hochzeit. Ist hier eigentlich auch was, okay? Okay, ich mache jetzt einfach noch... Da ist ja die... Da ist ja die Asentäterin von draußen. Oh, fache, das ist nicht schlecht. Den Wort ist nicht. Der ist nicht. Das ist ein guter Wortwitz. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich wart seit Tage Wochen auf diesem Tag. Und ganz vor Freude über den Asphalt. Als wär's ein Rhythmus. Als gibt's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Ach Leute, ich weiß wie nur den Scheiß hier zusammen. Ich verliere nur Geld. Irgendwie war es nicht reich. Oh, Full House. Wie ausgemacht. Ja, der war alte Müll. Ja, der war alte Müll. Ja, der war alte Müll. Ich bin hier drin. Am selben Festpunkt. Wie letztes Mal. Pianoflänge, du musst gleich auch singen. Ja. Und das Geldränge. Oh, Flasch. Der Menschenmenge. Bannen wir uns den altbekannten Weg. Ich hab leider keinen Flasch. Entlang der Gasse. Okay, Champion, was geht da? Zu den drei Terrassen. Über die Brücken. Bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist. Wo alle drauf sind. Um durchzudrehen. Natürlich. Aha, geblöfft. Ich will noch Text das Volldämmen, oder? Dritten durchsteppert. Los geht's. Gib alles. Alle und alle. Alle. Wer trên beeperäleien. Geblpräch. Bunche! Jetzt haben wir seine Steinverbände! Ja, bestimmt ganz bald! Heißt du jetzt mal hoch. Das ist doch THEM! Du CROWD. Und wie der we're diese... Ich всё sag ich sair. Ich bin still für eine Gardiner. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Ich weiß nicht, ob sie mehr hören sollen, ne? Ich habe meinen König. Ohne Baron, alles gut. Aber wir müssen aber rohen. Alles gut. Ich gebe auf dich an, wir lassen uns treiben. Tauch' nur unter, hört auf mit den Alerts. Schnell mit in den Strom, drehen, hört auf mit den Alerts. Wir sind unsere Kreise, komm nicht mehr runter. Ich will auch nicht mehr so lange warten. Was ist denn mit Herrn Oehring? Ja, ich weiß nicht, ob ich heute Herrn Oehring mache. Ich verstehe. Mein Schlafrhythmus ist kaputt und alles ist kaputt. Wie war es denn heute, um Arbeiten aufzuschließen? Kein Ende. Kein Ende. Geil. Vielen, vielen Dank für die Follows, Leute. Kein Ende. Geil. 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 Ironhats, let's go! Ironhats, here we go! Ironhats, here we go! Ironhats, here we go! Rein in den Vorstand! We go to work with Karten! Ironhats, here we go! Achtung Scheiße! Hört das aßenärmel? Ironhats, hier ist die eine Klasse? Nadja, das sind Vierling, rein da! Nur noch ein Strainflush und ein Royal Flush. Shepard, muss das wieder sein? Ja, das ist wieder drauf. Dann hab ich die Aage zackt. Stehen sie doch bitte noch mal auf. Shepard, was ist denn das? Shepard, was haben sie denn da liegen lassen? Es reicht nicht. Mein Gott, die Scheiße. Es wird nicht untergehen. Es wird nicht untergehen. Lachs, was ist denn das? Entschuldigung. Ich war schwach. War so abgelehnt. Eine schwache Aktion, Lachsmann. Ganz schwach. Ekelhaft. Ekelhaft. Ich hab dort Flasch auf der Hand. 6500 in Tasche. Ja, ich doch auch. Wo kommt die denn her? Ich hab die alle in der Tauschen hin. Toro und Holla vom Platz 2K gemacht. Leppi, was war deine Kacki? Das war da, wo sie ihrer Frau wieder Geld haben. Hä? Ich hab doch auch Tupermann, was? Nicht schon wieder. Was bleibt denn der Familie? Ich mach mich. Ciao. Pasi macht's gut. Ciao. Sie sind doch. Also ich hab ein Pferd. Ja, ich reinste wieder nach Hause. Pasi macht's gut. Pasi, hör mal. Ja, ich bin auch nicht mit Elita. Ich muss auch noch zu Fuß nach Hause. Ja, was wollen wir denn hier hören? Ich weiß nicht. So, jetzt aber. American, Konda. Nichts mehr. Das reicht jetzt. Die Anaconda haben wir heute auch. Anaconda wird mit dem C geschrieben, ne? Nee, ich bin dafür. Shepard darf sich gleich rächen, wenn sie singt. Äh. Mach mit, du magst. Herr Schöllekel, haben Sie schon mal einen König über die Autobahn reiten sehen? Ich wäre nichts dagegen gegangen. Ja, aber das war letztes Mal 87. Das ist ja noch nicht so lange her. War das nicht, äh, kurz, 5 vor 10, bevor das passiert ist? Ja, 7,85 vor 10, ich glaube auch. Wie ist es bei dir so, Werner? Ja, also 10 nach 9 so. Shepard, wir sind, langsam mal, wir sind die letzten drei. Warten wir noch mal der letzte König. Ich bin erst um 6.07. Können wir vielleicht... Können wir vielleicht... Können wir vielleicht etwas transferieren? Shepard, Sie dürfen schießen, ne? Also Transfair war ich benutzen. Shepard, Sie dürfen wirklich schießen! Shepard, Sie dürfen wirklich schießen! Shepard, Sie dürfen wirklich schießen! Shepard, Sie dürfen einfach schießen! Nicht gleich so großzügig. Ich hab keine Munition! Mr. Mystery, haben Sie ein bisschen Munition über Shepard? Helikopter! Komm mal, Shepard! Nein, Shepard, das schmeckt schon! Ich check das weg! Ich muss noch checken! Ich bin transfigierend ein bisschen! Ich check das weg! Ich check das weg! Das kommt scheiß drauf! Nein! Check! Shepard! Ich treff nicht! 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 diese stelle auf dem stuhl an ihm mal jemand weg machen das ist nicht da macht er musste ja auch ist er nicht mehr da läuft 23 455 ich überlege ich kann euch zu meiner frau noch gehen spieler ihr werft nie pech und schwefel und lebt nie im tag zum teufel warum denn? wie gibt es sich solche mühe? du hast den stuhl kaputt gemacht ok leute ich würde gerne noch mit meiner frau eine runde spielen ja dann holst du doch ran hier stimmt wie lange waren wir hier drin an dem tisch draußen sind nur noch grabsteine alle die hier auf stühlen sitzen werden müssen umgebracht werden können sie mal kurz aus dem weg gehen das war doch der beste hin für heute ich hab mir doch das Hilfe nicht umbring dich umbring helft ihm ich muss jetzt hier gleich die karten hinlegen ich hab ihn doch gerade aufgehoben kann mal jemand das bein hier vom tisch runter nehmen das ist mein einsatz ich seh den flop nicht glückwunsch das ist ein foto werf wenn ich sag mich an die ist am höchsten fliegen lösst dich hier die runde gerade auf verstehe ich das richtig das geht zum Leben und Tod mittlerweile wir sollten wirklich also das ist hier nicht mehr lustig das ist kein Spiel mehr ich bin gar nicht aufgefallen bei der ganzen Leiche kann die Leiche vielleicht mal jemand vom tisch entfernen das ist ein schlachsiges einsatz es liegt hier so ne dicke Tasche wie soll ich denn noch abkommen machen da ist der ganze Schrott drin ich muss ja danke schön ja soll wir hier noch jemand singen also ist das jetzt der wird zur Tode geschlagen wenn der tisch jetzt aufgelöst ist sagt gerne bescheid ja lass uns das hier auflösen glaube ich ey ich hab ne gute Hand mindest eins ja wie gesagt wenn man mein Gesicht sehen kann wird cool Entschuldigung ist hier noch ein Platz frei ja kann ich ja äh ich hab sie ja fast freie Fleisch das ist doch Liebling Lachs waren sie Verräter ja ich muss ich muss jetzt wirklich wieder von deiner Frau Geld pumpen nur deshalb bin ich hier klar hast du Geld oder was nein nein ich brauch kein Geld ich hab genug dann reicht dann geh ich mal raus nein nein ich hab Geld ich bin schon drin nee lass mich hin lass mich hin bitte ich wollte doch mit dir spielen kommen wir jetzt alle hier rüber die verloren haben oder das hast du mir jetzt gemacht ich kann dir was geben aber ich hab doch setz dich da vorne liegen zu viele Leichen Dankeschön alles gut hab ich die alle verloren oder warum seid ihr hier ja wir haben alle verloren unser gehört der Shepard hat gesungen ich wollte ihm die eigentlich bei der nächsten Flugstunde geben aber ich kann jetzt fliegen sehr gut Leute macht den Tisch ein bisschen schöner ja wer gewinnt denn hier in der Runde gerade für die Unannehmlichkeiten also meistens bin ich aber jetzt bin ich gerade nicht dabei pass auf Lina ich zeig dir jetzt die Zeichen die wir brauchen der Quack muss so bezahlen werden ja Herz okay soll das heißen rubbel mir rein okay nein was sind das denn die ich hab Herz auf der Hand ja ja ich glaub Shepard wurde leer geliebt er sucht seine 2000 Scrap gerade jetzt hab ich mir leid ich hab ein bisschen was getrunken ist schon okay dann lass mir das mit dir zeigen für heute ich kann mir jetzt den High Roller Tisch leisten also da spielt keiner mehr dann gewinne ich ja easy dann gewinne ich ja easy komm schon sein das ist hardcore asozial die ganzen 3000 Scrap wegzunehmen gerne das stimmt aber so sind wir halt trotzdem ist das halt asozial hm ja ja was denn naja lief gut ein für dich oder ja man da hab ich ja auch kassiert was hast du gewonnen Mr. Mystery würden sie uns nach Hause fliegen äh äh womit denn äh also ich hab immer noch 5000 Scrap alles gut Mr. Mystery können sie uns vielleicht und im Safe liegt auch noch was oh ich hab ich hab 2k also ja ja alles gut wir bauen uns ein Haus morgen ja ja klar bleibt in der Familie oh yes auf jeden Fall das ist das ist die Straße auf dem Flop an diesem Tisch läuft es gleich viel besser Leute was hat eigentlich so eine Hochzeit ich checke ich checke oh da bin ich dabei Shepard hast du jetzt den Scrap na gut ich korde ähm einen Lachsmann haben sie eigentlich noch irgendwie einen Kürbis oder so ich hab du es ja gleich warum nennst du mich der Lachsmann warum nicht soll ich dich einfach frisch geben Sugar Daddy nenn mich wie du willst oh Sugar Daddy wollen sie ausgehalten werden ich hab nämlich Cash im Gegensatz zu ihnen besser ich hab was Shepard hast du gesehen ja sind da jetzt vier sind da jetzt vier Zehn bei irgendjemandem sind da jetzt wirklich vier Zehn jo hey Mazitov das freut mich freut mich sehr das freut mich sehr freut mich sehr Mazitov schön dass du da bist vier Zehn sind alles gefährlich das ist ein einziges mehr hat da jemand den Buben getroffen oh drei oh okay das könnte ein Vierling sein hm also ich hab das hier gut gespielt der Lachsmann geht da nicht mit der ist so feige ja ich hab genug Geld also entweder hat er ein Full House oder ein Vierling das ist das einzige was man an der Straße gefährlich werden könnte und das ist halt sehr wahrscheinlich Uwe oder neun hast du direkt erhöht am Anfang wirst du den Buben haben wirst du den Buben haben wirst du den Buben haben zeig mal deine Karten das ist ein Füngeist neben mir hier er hatte nichts er hatte einfach nichts ja wissen sie da drüben ist ein anderes Niveau als hier da muss man jetzt erstmal gucken mit Anfänger was ist denn da für Niveau hier wird einfach nur gewonnen ja da drüben wurde halt nicht geblufft da drüben wurde halt die ganze Zeit einfach reingelimpt und sobald man irgendwie nichts getroffen hat ging man raus oder man hat halt noch so ein bisschen gehofft wenn nicht zu hoch gesetzt wurde dass halt beim nächsten was kommt da bin ich ja voll mit dabei mit Bluffs hatte da überhaupt war ja fast ein Bluffing da hat ja keiner was getraut ne weil die meisten Leute einfach da mitgehen Herr Lachsmann ist das der Anzug den sie morgen tragen werden? ne ein anderer so sexy ist der schon aber sowas schwarzes eigentlich das ist sehr funky ja ja die drüben waren alle vorsichtig du wolltest ja noch ein bisschen Karaoke wisst ihr? jetzt habe ich direkt eine informationen über diesen Herren ja ich hab noch Bock ich hab noch nen ich hab noch nen Hit wenn ihr wollt das ist jetzt schlecht jetzt wird er was setzen Erika was wollen wir alle hier schreien weil er nämlich ganz gerne dabei ist hier na ja doch nicht ne ein paar mehr nicht oder etwas lustiges zu mitsingen okay Entschuldigung 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 auf geht's Leute ihr sollt natürlich auch mitsingen ne wenn ihr wenn ihr wollt nina so alt und lang bin ich nicht mehr hier fahren wir zusammen nach Hause wir waren wie Pech und Schwefel und lebten in den Tag zum Teufel mit der Liebe die Gefühle haben versagt dein Herz schreit nach Liebe ich liebe dich viel oft allein jetzt heute bin ich stark genug dir alles zu verzeihen Brankst du Silber und Gold hab ich nie gewollt ich will nur eins nur dich nur dich allein Brankst du Silber und Gold hab ich nie gewollt ich will nur eins nur dich nur dich allein es ist egal was auch kommt es ist egal wie es weiter geht Brankst du Silber und Gold hab ich nie gewollt ich will nur dich du bist besser als das Leben und das kann kein Zufall sein doch in den letzten Tagen ja also Shepards Stimme wird nicht mehr lang sein kein Herz schreit nach Liebe ich will nicht viel zu oft allein being viel zu oft allein ich sollte bin ich stark genug dir alles zu verzeihen Brankst du Silber und Gold hab ich nie gewollt das muss Liebe sein das muss Liebe sein das muss Liebe sein wir haben so viel gemeinsam Ich will nur dich, nur dich, nur dich allein. Vielen Dank für die ganzen Follows, Leute. Vielen, vielen Dank. Es ist egal, wie es weitergeht. Bronx ist immer und geil, hab ich nie gewollt. Ich will nur dich. Wer geht's denn noch weiter? Ja, klar. Ja, dann geht's doch weiter. Jetzt geht's richtig los, alle. Ja. Ich will nur dich, nur dich allein. Bronze, Silber und Gold, hab ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur dich, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt. Es ist egal, wie es weitergeht. Bronze, Silber und Gold, hab ich nie gewollt. Ich will nur dich, nur dich allein. Bronze, Silber und Gold, hab ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur dich, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt. Es ist egal, wie es weitergeht. Bronze, Silber und Gold, hab ich nie gewollt. Ich will nur eins. Ich will nur eins. Das war prima. Wuhu. Wuhu, wuhu, wuhu. Alles geht all in, wala. Steffung, Steffung. Wir haben noch Geld. Versteh ich schon, die Straße. Ich bin ein guter Kartenspieler. Ich hab gute Karten. Tina, wollen wir nach Hause fahren? Ich bin langsam, haut auf. Emotion. Oh, ja, natürlich. Wir haben holler verpasst. So, all in. Da ist der falsche Tisch, oder? All in. Was? Oh, yes. Dankeschön. Ha, ha, ha. Mach's gut, meine Freunde. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Alles klar, schönen Abend. Bis dann. Mach's gut, ihr Süßen. Kommt gut nach Hause. Dankeschön. Du hast es aber gegeben, sehr gut. Okay, ich bin bereit. Ja, ja, natürlich. Okay, wo steht denn mein Auto? Hier ist leider kein großer Heli mehr da. Ich weiß es nicht, ich hab vergessen. Ja, Lina ist hier. Warte mal. Ich könnte euch zweimal fliegen, wenn ihr wollt. Ja, ich hab ein Heli noch hier. Ich bin mit dem Auto hier, danke Werner. Aber ich will mit ihm zusammen fliegen. Ach, okay. Wir haben ein Auto hier. Ja, stimmt, wir haben ein Auto. Brauchst du noch was zu essen oder zu trinken? Aber trotzdem Dankeschön. Ich glaub, die sind nicht hier, oder? Nee. Wen suchst ihr denn? Okay, dann los. Mach's gut, Leute. Holla und so. Holla die Fee. Ja, die sind, die sind, glaub ich, alle gerade weggeflogen. Nein. Kannst du überhaupt so betrunken fahren? Oder bin ich noch nicht betrunken? Ich weiß nicht, ob wir beide betrunken sind. Ich glaub, nur du bist getrunken. Verdammt. Also bist du betrunken oder bist du betrunken, betrunken? Ja, betrunken, betrunken. Aber ich bemühe mich, normal zu sein. Ich hoffe, das ist okay für dich. Hey, sei ruhig. Lass dich gehen. Ich fahr vorsichtig einfach. Alles gut. Alles klar. Schaukel bitte nicht so viel. Ja, ist okay. Ich hab mal ein Getränk in der Hand. Ach so? Was hast du denn für ein Getränk? Ich hab mir so'n Wodka Sprite mixen lassen. Das ist ganz lecker. Okay, ich dachte... Wir haben keine Cola mehr. Stell dir das mal vor. Ach du Scheiße, was ein Sauhaufen. Ich hab'n Lachs an the beat hier. Oh. Warst du was Gutes hast du bekommen? Wow. Ja, also getrunken den ganzen Abend. Ja, verstehst du? Oh, also. Oh, das ist jetzt aber ungünstig. Ich hab' alle abgezogen. Das ist jetzt ungünstig gelaufen hier. Soll ich dich anschieben? Ich glaube, wir müssen kurz aussteigen. So, weiter geht's. Ich hab' gerade in den Chat geguckt, als da reingefahren bin. Ja, ja, alles super. Ich hab' gerade in den Chat geguckt, als da reingefahren bin. Ja, ja, alles super. Ich hab' gerade in den Chat geguckt, als da reingefahren bin. Ja, ja, alles super. Ja, sag' mal. Ja, ja. Das ging alles zu gut und zu einfach und zu schnell. Ich mein', das lief' eigentlich perfekt mit uns alles. Erst unser Date. Das ist richtig, ja. Dann, wie wir zusammenpassen. Und, naja, dann was mit dem Escape Room, das war alles so toll. Und jetzt das noch mit den Karten. Ach, Scheiße, warum steht dir was im Weg? Ja, das ist einfach so viel Glück. Dass wir die gleichen Karten auch noch hatten. Dann haben wir vorhin irgendwann das Gleiche gleichzeitig gesagt. Ja, das ist auch richtig. Jetzt sind wir noch super beide erfolgreich mit dem Poker-Business. Und generell. Und du willst mich belohnen? Hast du Angst? Das läuft zu rund. Ich such' den Haken. Die rote Flagge. Mal abgesehen davon, dass du eine Hexe bist, Menschenfleisch ist, eine Tochter hast, die das ein Pferd ist und ich denke, das wäre eine Kuh und am Euter gestreichelt werden will. Keine Ahnung. Manchmal ist halt einfach alles nur der perfekte Ozean. Oh, das war sehr passend. Aktuell hast du mich ganz schön am Angelhaken, muss ich sagen. Ja, so soll es doch auch sein, oder? Okay. Gehen wir zu mir oder zu dir? Ja, wir können gerne zu mir gehen. Oh, ist das Sound kaputt? Ja, damit würde sich die Frage erübrigen, aber nein, es fährt noch. Also, das wäre jetzt ein guter Moment gewesen. Ich würde ganz kurz hier nochmal halten und gucken. Bist du was? Okay. Ich muss mich nochmal über Holla aufregen. Was ist denn Holla? Was ist denn Holla? Ja, der Lachs, Mann. Ja. Die Holla, die spielt oben auf dem Dach Poker. Ach du Scheiße. Ja, dankeschön. Ja. Du musst schon spielen? Werker. Willst du weiterspielen? Weiß nicht, willst du noch? Spielen. Ich bin doch reingegangen. Das gibt's doch nicht. Die Süchtigen, die Süchtigen. Wer ist denn hier schon wieder? Ist okay. Was ist denn hier schon wieder los? Hat Scholli euch eingeladen oder was? Ja. Setzt euch. Los geht's. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Setz mich ruhig für eine Runde. Ich muss kurz mal eine Pinke. Nee. Oh Mann. Ja, okay. Ich hab'n Drilling. Ich hab'n Drilling. Ich hab'n Drilling. Ich hab'n Drilling. Aber du hast'n 6. Du Arsch. Ach du Scheiße. Dalu, du Schwein. Danke. Nein, ich kann nicht mehr spielen. Wollte heute mal früher ins Bett gehen. Der Lachsmann wollte heute früher ins Bett gehen. Wir haben keine Chance, Leute. Ergebt euch. Vielen, vielen Dank für die Raid. Herzlich willkommen. Ich bin der Lachsmann. Meine Stimme hört sich so an. Und ich so. Geht's auch? Kann man das sicher sein? Leute, ich hatte so viel Spaß. Ich bin schon lange nicht mehr. Herzlich willkommen an alle. Herzlich willkommen an alle. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz weg. Meine Frau hab' ich kurz oben gepackt. Und du ziehst mich ab mit der Highcard. Das ist los. Ich muss mal hier eine ruhige Minute. Passen Sie auf. Wir machen das so. Moment, wo gehen wir hin? Ähm, Leute. Vielen, vielen Dank für die ganzen Follows. Ich hab' dir Alerts ausgestellt, damit das vorhin nicht stört. In den Gesprächen, auch bei dem Event. Nehmt mir das nicht übel. Ähm, es ist einfach unfassbar toll. Ähm, wo liegt er denn? Liegt er hier? Nee, der pennt wieder unten, ne? Der pennt unten. Gucken Sie an. Hier ist er doch. Hier ist er doch. Ähm, es ist einfach... Also erstmal nochmal herzlich willkommen, Leute. Herzlich willkommen, Dalu. Vielen, vielen Dank, dass wir beide, oder generell auch diese Runde, einfach immer so, so viel Spaß hat. Also ich hab' dir das ja auch schon geschrieben und den auch einen Clip geschickt. Also hinter diesen ernsten, ruhigen Augen und diesen Fichaugen, die du im Spiel siehst. Hier, ja. Hinter diesen Fichaugen. Checken. Einfach... Ich lache die ganze Zeit nur. Es ist so witzig. Wir schieben uns die Bälle hin und her. Dann vorhin das Duell, die Pokerabende, generell einfach alles. Ist so genial, Leute. Äh, ein paar Zuschauer von Dalu sind auch schon hergekommen, haben gesagt, hey, mega nice. Und ich hab' mich auch mega drüber gefreut. Ähm, vielen, vielen Dank für den Raid. Letztlich willkommen an alle. Also ich hab' ein bisschen Angst, Chad. Nach der Woche, nach der Woche Rustplatz, glaube ich, dass ich durch die Gegend laufen werde, in die echte Welt. Und versuche, Straßenschilder irgendwie auf der Stadt, äh, in der Straße rumzuhauen. Irgendwelche Leute beleidige. Irgendwie wieder Waffen bedrohe, weil ich Scrap will oder sowas. Ich hab' ein bisschen Angst. Weil... Ich bin... Mein... Mein Alltag sieht so aus. Aufstehen. Was frühstücken. Rustplatz. Schlafen gehen. Aufstehen. Was essen. Und wieder Rustplatz. Das ist mein Alltag. Ich weiß also gar nicht mehr, wie die normale Welt da draußen aussieht. Also es könnte sein, dass wir am Ende des Tages irgendwo mal eine Schlagzeile lesen. Verrückter als Lachsverkleideter, als Lachsverkleideter Mann. Baut Straßenschilder. Hahaha. Mit... Mit einem Schwert. Und bedroht Leute und will Scrap. Das kann passieren. Oder so im Casino irgendwelche News, wie Vidal und ich... Also nicht Vidal, wie ich eben irgendjemanden sitze, die alle bedrohe. Und irgendjemand mit Kerzen der Wahrheit voll labern. Hahaha. Vielen, vielen Dank für die Subs und für die Bits, die jetzt hier reinkommen. Wie gesagt, ich hab' die Alerts ausgestellt. Es ist einfach zu viel. Gerade in dem Moment. Gerade in dem Moment, wenn wirklich das Event war und man sowieso ruhig sein muss. Und man dann noch so ein bisschen quatscht mit anderen Leuten. Oder auch in der Pokerrunde. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr alle da seid. Da sehe ich dich, Stevie. Das kann sein. Ja, herzlich willkommen an alle. Das ist insane. Es ist insane. Also Dalu und ich schieben uns wirklich die Bälle hin und her. Das ist großartig. Und ich muss mich hier immer zusammenreißen. Und ich will da auch nicht immer zu aufdringlich sein. Ich will nicht immer zu viel zu Dalu rennen. Aber es macht mir einfach so viel Spaß. Ähm, ja. Sehe ich zum ersten Mal. Ja, du könntest Lachs mal sein. Ey Leute, ich bin schon fertig. Das hat der Rustplatz hier mit mir gemacht. Das hat der Rustplatz mit mir gemacht. Und der Rustplatz, was er mit dem alten Mann gemacht hat, das seht ihr hier. Der schläft. Übrigens habe ich hier noch ein Beweisbild. Da steht hier irgendwo Sherlock Card drauf. Das werde ich ihm morgen noch präsentieren. Und nachfragen, was das eigentlich soll. Das sehen wir dann. Andersrum noch auch, ich denke, Dalu hat auch Spaß. Ja, klar, Dalu hat auch Spaß. Ja, Dalu. Gebe ich so gern zurück. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich bin echt gut am Lachen. Ja. Ey, das ist einfach großartig. Allein die Szenerie vorhin. Die Szenerie mit dem Pistolen-Duell. Ja. Also. Wolltest du. Dalu, vielen Dank erstmal für die netten Worte. Wolltest du mich wirklich verkaufen, dass ich allein auf den Rächer schieße? War das die Intention dahinter? Also. Ne, verschenkt dir direkt. Zapp. Es ist einfach großartig. Also. Ich habe echt gedacht. Das war nicht die Intention wahrscheinlich, ne? Ja. Ah. Okay. Ich habe halt echt. Wolltest du ihn töten? Ja, durch seinen Helm mit der 3 Schuss gebraucht. Deswegen habe ich dich gefragt, ob du mitmachst. Ja, das wäre halt gut gewesen. Naja. Du weißt. Der Sherlockard und auch der Korrupt-Dukat. Die haben den Lachsmann schon so. Da er ja jetzt weiß, dass er eine Person ist. Mehr oder weniger. Die Geistergeschichte. Ähm. Ist ja so misstrauisch. Und ähm. Guckt natürlich immer, wo irgendwas passieren könnte. Und ähm. Ja. Zwei von drei Fallen habe ich gerafft. Und die Munition habe ich halt nicht aufgenommen. Das war schon hart witzig. Ich habe echt gedacht. Ich habe wirklich gedacht. Das sei ein Dings gewesen vorhin. Ähm. 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 mit der Munition, die mir fehlt. Ähm. Das war so gut. Und auch manchmal sehr komische Geräusche macht. Wie Lachsmann sagen würde Geräusche. Ähm. Und. Ja. Hat leider nicht so viel Zeit. Weil er gerade sehr mit seinem Studium beschäftigt ist. Deshalb schmeiße ich den Bums hier mehr oder weniger alleine. Wir sind ganz, ganz kleine Streamer. Ja. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich überhaupt beim Rust was mitmachen kann. Weil dafür musste ich halt nur dreimal mit dem General schlafen. Und zweimal mit Zeno. Danach war ich dabei. Ähm. Ja. Aber. Jetzt hier kein Sellout, Leute. Auf Twitter. Und Discord. Leute. Ist alles gut. Es kommt alles voll alleine. Ja. Ähm. Nein. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht bei anderen Games da noch irgendwie was zusammen machen. Weil die Chemie einfach stimmt. So, ne. Ähm. Meine Ehefrau streamt auch. Ja. Der Name von ihr steht hinter ihrem, hinter ihrem Ingame-Namen. Müsst du mal gucken. Äh. Oder es kann vielleicht ein Mod mal einen Shoutout machen. Ich vergesse das immer. Ja. Ähm. Das ist auch okay. Dann könnt ihr bei der Lina, die das auch super spielt. Das ist halt mega cringe. Es ist mega cringe, dieses, 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 dieses Love oder Liebes-RP oder was. Ja, genau. Saturn hat es gerade gepostet. Das ist der Name. Ansonsten könnten wir auch mal einen Shoutout machen an die gute Dame. Ähm. Genau. Da ist sie. Vielen Dank. Ähm. Genau. Ähm. Das ist cringe. Aber es ist irgendwie witzig. Weil sie halt alles mitspielt. Und ich habe immer ein bisschen Angst. Weil der Lachsmann ja auch sehr direkt ist. Und immer auch so ein bisschen, wie soll ich sagen. Aber sie ist off mittlerweile. Sie ist off mittlerweile. Scheiße. Scheiße. Denn möglicherweise ging die Pokerrunde hier noch weiter. Sie hat sich aufgelöst. Sie hat sich aufgelöst. Sie hat sich aufgelöst. Sie hat meine Frau im Stich gelassen. Sie ist jetzt nach Hause gelaufen. Scheiße. Ich habe sie. Ich bin so ein schlechter zukünftiger Ehemann. Kann sein, dass die Ehe, dass die Ehe noch ein paar Probleme haben wird. Hahaha. Das kann sein. Ähm. Ne. Sie liegt bei mir. Okay. Werden wir gleich sehen. Ähm. Mal kurz dem Shoddy antworten. Äh. Oh Gott. Ähm. Was ich gerade sagen wollte. Dieses Liebes-RP ist halt so ein bisschen schwierig. Und deshalb habe ich sie auch nachgefragt. Halt persönlich nochmal. Ob das für sie okay ist. Weil Lachsmann halt sehr schlüpfrig ist. Und mal zweideutige Sachen macht. Und ich will nicht, dass das irgendwie in einem anderen Menschen, Streamer irgendjemand unangenehm ist. Ähm. Weil das ist schon sehr. Naja. Ist schon straight forward. Sagen wir mal. So. Chat. Ihr könnt gerne jetzt. Ich versuche gleich mal ein bisschen auf eure Sachen einzugehen. Ja. Ähm. So. Lina vergessen. Ja. Lina vergessen. Das ist das Motto des Abends Leute. Ich mach mal kurz ein bisschen Musik an. Ich glaube es ist auch nicht mehr viel los jetzt. Können wir ein bisschen chillen. Ein bisschen quatschen noch. Allzu lang werde ich heute auch nicht mehr machen. Weil Leute. Die Rustplatz Tage. Die schlauchen echt. Ja. Also. Muss man echt sagen. So Leute. Ich lese jetzt mal. Ich werde jetzt pennen gehen. Dir noch einen schönen Abend. Alles klar. Ich wünsche dir auch noch eine Nacht. Streamst du Vollzeit? Nein. Nein gar nicht. Das wäre auch total unsinnig. Das mit den Zuschauerzahlen zu machen. Ich hatte leider eine zweimonatige Pause. Sehr sehr lange Pause. Aus privaten Gründen. Ich bin zweimal umgezogen. Im Privaten ein paar Dinge gehabt. Die ich fokussieren, priorisieren musste. Aber jetzt mit dem Rustplatz fange ich quasi wieder an. Ich habe es schon gelesen. Ähm. Und ähm. Ich mache das nebenbei. Und äh. Habe gehört. 48 Stunden Stream auf gar keinen Fall. Proxelane auf gar keinen Fall. Und nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Follows. Wirklich. Es ploppt hier die ganze Zeit auf. Ich sehe das hier. Das ist crazy. Vielen, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Wenn ich mal lange mache. Jeder auf dem Rustplatz immer Star. Da hast du vollkommen recht. Ähm. Auch cool, dass der Lachs mal wieder dabei ist. Der macht echt Bock. Ja. Ja. Ne. Und jetzt fange ich wieder an zu streamen. Das heißt. Also viermal die Woche werde ich Save schaffen. Sehr wahrscheinlich. Aber mehr nicht. Weil es bei mir beruflich auch noch sehr viel geändert hat, getan hat. Und da ist eine, ich sage mal, eine gewisse Herausforderung jetzt auf mich zugekommen. Die mich erstmal in Anspruch nehmen wird. Und die auch sehr viel Input und Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Ähm. Aber das hier macht mir super viel Spaß. Super, super viel Spaß. Warte mal. Wir gehen mal auch in eine schöne Review. Ich will jetzt hier den alten Mann, diese Hüfte hier will ich nicht mehr sehen. Ja. 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 Also. Ja. 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 mir das so vor, wenn er dann ankommt und so spricht und dann am Ende des Tages so, hey, na du Sidekick, was soll das denn? Da hab ich gesagt, wieso, du bist doch der Sidekick, nein, du. Und dann sind wir beide Sidekicks, Schirr und Lachs. Ja, aber das ist dann doch der Hut. Der Hut ist echt, der killt mich immer. Vor allem, dass der, der guckt mich ja auch die ganze Zeit so an, ihr seht das ja auch im Stream beim Lachsmann. Das ist ein Lachs-Hokal. Und die Kerzen, der war ja dann, ich hab 100 Sprit oder so, hab ich verballert. Ach du Scheiße. 50 Subs. 50 Subs. Das sind, das sind 200 Euro. Das sind 400 Mark. Und 8000 Ostmark. Wie viel Döner kann ich mir davon kaufen, Leute? Crazy. Vielen, vielen Dank. Das ist super viel. Super, super viel Geld. Vielen Dank. Es waren sowieso schon insane viele Subs. Wir hatten irgendwas, an die 400, irgendwas, 80, 90, irgendwie sowas. 50 Subs. Vielen, vielen Dank. Crazy. Auch an alle anderen, ne. Ob 50 oder einer, ist egal. Hauptsache, man bedankt sich dafür. Das ist egal, ja. Crazy. 50 Subs. Vielen, vielen Dank. Mega. Weißer, Leute. Ihr seht mich hier demnächst nur Döner essen. Ihr seht mich hier demnächst nur Döner essen. Gott, Leute, jetzt. Please. Jetzt wird noch das Känguru zitiert. Vielen, vielen Dank auch nochmal Freaky für die 10 Subs. Das ist super, super viel. Mark found the Boomer. Ostmark. The real Boomer. Hey, vielen, vielen Dank, Leute. Wisst ihr, das mag ein bisschen generisch sein oder auch so, ja, das machen halt viele Leute, aber wir benutzen hier echt, also die Zuschauer, weil wir nicht so groß sind und nicht so oft super viele Subs haben. Wir haben schon viele Subs für die größte des Kanals, das will ich gar nicht schmieren, um Gottes Willen. Nee, auch nochmal mit 13. Vielen Dank. Wir werfen hier die Hypes rein, ja. Die Zuschauer bedanken sich auch bei den Leuten, die gesubbt haben, schmeißen Hype Emote rein und dann ist das cool, ja. Also wie wir uns hier mit A begrüßen oder die Gefahrenbrille aufsetzen. Das habt ihr eben gesehen. Ich hatte diese Brille auf. Das ist bei uns so die Gefahrenbrille, womit wir uns den Chat verteidigen, weil der Raid kommt ja rein. Ja, also müssen wir uns verteidigen mit der Brille. Und damit ihr, die Zuschauer, die hier sind, sich auch verteidigen können, gibt es halt die Gefahrenbrille. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank wirklich für die Subs. Das ist ganz, ganz, ganz lieb. Genau, der Gippi hat auch ein A. Das ist aber unabhängig voneinander entstanden. Das ist so geil. Gippi hat einen A-Mode und wir haben auch einen A-Mode. Richtig geil, ja. All die, die ins Bett gehen, ich wünsche euch eine gute Nacht. Und schön, dass ihr so viel Spaß an dem ganzen Bums habt. Hier geht das auch so. Ich gehe erstmal wieder in meinen Wodka-Pool. Ach, Leute. Bei dem Raid half aber keine Gefahrenbrille. Bei dem Raid absolut gar nicht, Leute. 0,0. Das war einfach verloren, ja. Komm mal nach meiner Frau. Ja, gleich. Gleich, Leute. Ja. Ich muss gerade mal noch ins Discord gucken. Ich glaube, meiner Frau geht es in real nicht so gut. bin, äh, angeknackst. Ach. Leute. Rap Verstauen ist ein sehr guter Call. Diesem Backsteed-Befehl komme ich mal ganz kurz nach. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe ihr den Code gegeben. Ich habe doch hier einen. Ich bin nicht wieder voll. Ich sehe meinen Schlafsack nicht. Ich kriege hier noch den Schlafsack hin. Oh. Sieht so aus, als ob sie darin schläft. Okay, nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Ähm. Rap erstmal weg. So, Leute. Ich habe heute Verlust gemacht. Ich hatte drei Sex voll. Ich habe übrigens gestern... Meine Freundin heißt Lina. Ja, pass auf. Nicht, dass der Lachsmann kommt, der wegräuft. Dann kommt der Lachsmann und dann kommt dieser attraktive Junge her. Ja, das Schild ist so super. Das habe ich mir malen lassen, weil ich hatte einmal einen Freundschirmversprecher und habe sie auch so sehen Lea genannt, weil das halt in ihrem Streamer-Namen steht. Und dann hat sie mir das Schild aufgemalt und hat aber mich gleich abgeholt, als wir uns nach dem Versprecher gesehen haben. Und hat sich vorgestellt, hey, hier ist deine Freundin Lisa, hat sie, glaube ich, gesagt. Und seitdem ist das so ein Running Gag. Sie ist halt auch super witzig. Ich habe sie extra Luna genannt. Ich habe dann extra verschiedene Namen gegeben. Was war bisher mein Highlight-Chat? Ihr könnt ja mal eure Highlights schreiben. Eure Highlights könnt ihr sehr, sehr gerne auch mal reinschreiben, was ihr bisher am besten fandet. Ich war ja bei Season 1, 2 und 3 dabei. Und overall gesehen, muss ich sagen, habe ich jetzt hier in der Season am allermeisten Spaß. Ich hatte sehr, sehr coole Momente in Season 1 und 2. Ich hatte super viel Spaß. Aber die Pokerabende sind die Highlights. Guck mal, mein Highlight warst du. Ey, Vivi, vielen, vielen Dank. Guckt mal. Könnt ihr gerne mal einen Follower lassen bei der Lieben. Wie wird dein Name eigentlich ausgesprochen? Lea Fnind? Tut mir leid. Ja. Gute Dame, die hier liegt. Hier guckt mal, da im Klammern steht der Name von der guten Dame, von der guten Lina. Könnt ihr gerne mal rübergehen und auch mal reinfollowen. Die macht das großartig. Ich spiele das auch sehr, sehr süß. Hatte auch eine gute Stimme dafür. Das ist sehr, sehr funny. Also ich mag das total gern. Obwohl es halt wirklich, es ist halt hart cringe, ja. Aber es ist okay. Es muss halt eine Love Story geben, die besser ist als Twilight, um das mal zu danglischen. Als Salu Toro am ersten Tag einen Pfeil durch den Kopf gejagt hat. Ja, okay. Das ist auch gut. Dieses Season ist auf jeden Fall die Sidekick-Hauptcharaktergeschichte. Es ist generell geil, ne? Believe in. Believe in. Ach, believe. Das Blatt. Believe in. Believe. Okay. I try. Ach, wie believe. Believe in. Ach, was? Oh, ach so. Okay. Got it. Got it. Okay. Ja. Ich hoffe, dass es zum Staffelfinale auch eine Hochzeit geben kann, die eben nicht drängt wird. Ja, ich muss sagen, von solchen Events, ne? Das ist immer ganz funny und das gehört auch dazu. Aber auf der anderen Seite ist das für wenige Personen ein guter RP-Aspekt, ja? Also die, die Personen, die heiraten und da direkt dran beteiligt sind, also der, der die Trauung macht, der Trauzeige vielleicht noch so. Die ist das cool. Aber alle anderen gucken in der Phase nur zu, Chad. Die sitzen dann da und können halt nichts machen, nichts interagieren. Deshalb finde ich solche großen Events in einem zu großen Maße halt ein bisschen unspannend. Ja? Ich will ja, dass die ganzen Leute irgendwie Spaß haben, interagieren können. Und deshalb würde ich eine kleinere Hochzeit vielleicht am Strand oder so mit ein paar ausgewählten Leuten halt bevorzugen. Ja? Es muss jetzt nicht, es müsste jetzt nicht alle dabei sein. Gerade wenn wir nur noch so wenig Zeit haben. Ich sag mal, wenn wir, wenn wir das Ganze über mehrere Wochen gestreckt hätten, wie diesen eins und zwei, dann hätte ich sagen können, okay, das kann man machen. Das ist okay. Aber, da wir nur eine Woche haben, ist die Zeit sehr, sehr wertvoll. Oder Wertzeug, genau. Sehr wertvoll. Und ich würde sagen, wir machen das relativ kurz. Vielleicht so zehn Minuten. Das ist ein bisschen traurig jetzt für eine richtige Hochzeit, ne? Oder Romantiker. Das ist dann vielleicht auch nicht so explosiv. Ja, also die letzte Hochzeit, ne? Wurde ich als Trauzeuge reingeschmissen. Ich sollte eine Rede halten, ne? Vielen Dank, M2CP. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr ja hier alle gefolgt seid. Das ist wirklich insane viel. Und nochmal vielen Dank für die 50 Subs, auch für die 13, für die 10 Subs. Jeder Sub, das ist crazy. Vielen, vielen Dank. Wir haben, keine Ahnung, 600 Subs jetzt oder so. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ist nicht wichtig. Auf jeden Fall kann ich mir einige Döner kaufen. Und das ist das, was zählt. Nils zahlt mir auch so fucking leid. Absolut. Aber ich habe Nils halt zum Beispiel auch Hilfe organisiert, ne? Muss man auch sagen. Ich habe dafür gesorgt, dass in der scheiß Kathedrale da oben Stühle stehen. Ich habe mit dem guten Vale, aka Alceno, habe ich halt jemanden gefragt, ob der nicht mal kurz den Essensautomaten hinbauen kann. Dann war ich noch der Trauzeuge. Das ging dann schon alles noch relativ flottig, ne? Ja, aber die Stühle habe ich zum Beispiel auch vom Liquid Duck bekommen. Ist die Musik zu leise, zu laut, könnt ihr mal kurz ein Feedback geben? Könnt ihr ein bisschen lauter? Dann soll die ein bisschen leiser? Im Vergleich zu meiner Stimme, ne? Versucht das als Referenz zu nehmen. Genau, richtig? Okay. Okay, nice. Danke, Chad. Danke, Ned, Chad. Richtig, richtig nice. Ich möchte aber auch mal sagen, Leute. Mal abgesehen von dieser tollen Sache, die hier alles so auf dem Rust-Pass passiert, ist der Vibe der Zuschauer auch unglaublich positiv. Also die Leute, die jetzt hier reingekommen sind, neu in den Stream, war eigentlich kaum jemand dabei. Moment, ich rangehen. Ja, hallo, was ist los? Ja, bleib mal, seid ihr wieder zufällig bei Mr. Eul hier? Seid ihr da wieder unterwegs? Äh, heute nicht, ne. Ja, okay, gut, ist klar, ich wollte das nur abklären, sonst ballere ich mich wieder über den Haufen. Ja, das passiert nicht doch mal. Werner, gib alles. Viel Spaß. Jo, ist klar, alright, ciao. Ja, bis dann. Könnt ihr kurz hier auf mich warten? Ich muss nämlich so hart pinkeln. Habe hier nämlich immer, damit meine Stimme ein bisschen frisch bleibt, wie der Lachsmann sagen würde, immer so ein, ähm, ja, so eine Art Wasserranister, Karaffenbehälter. Ähm, den habe ich jetzt zweimal ausgetrunken und es ist das dritte Mal voll. Was? Guck mal, meine Ingame-Frau. Gibt mir hier Befehle. Meine Ingame-Frau gibt mir gerade Befehle. Seht ihr das hier? Das war jetzt Meter. Aber ich würde mir das noch mal überlegen. Ich würde mir das noch mal ganz gut überlegen, meine liebe Frau. Einmal habe ich dich heute schon erschossen, ja? Erstmal direkt looten. Aber, aber ich bin schon sehr stolz auf sie. Deshalb kann ich das nicht machen. Deshalb kann ich das hier nicht machen. Ja, das war schon, das war schon, ich habe dich angeschrieben. Du solltest mich killen heute. Das kann ich vielleicht gleich noch erzählen. Oh Gott, da kommt Schoddy. Hey Schoddy. Du musst doch pinkeln. Wo soll der Pinkeln? Ist das euch gerade romantisch hier? Hier? Störe ich gerade? Nee, ich habe meine Frau ins Bett geschickt. Die liegt unten. Also meine zukünftige. Achso. Ja, die war ganz schön betrunken. Ich dachte, es wird Zeit. Und du musst dir das auch mehr anmachen? Ja, ich genieße das Bad hier noch in meinem Wodka-Pool. Dann lass es dir gut gehen. Ja, Schoddy, übrigens noch mal gute Arbeit heute. Ich sparsere Wodka-Pool. Richtig gute Arbeit. Ich meine, Gibi hat da ganz viel gemacht. Ich weiß, aber du hast da auch sehr viel mitgeholfen. Das weiß ich. Richtig starke Leistung. Also ich hatte Spaß. Und wie gesagt, das hat sich halt auch... Ey, es war wirklich ein echt unglaublich schöner Abend. Vor allen Dingen da vorne, als Baloui da seine Lieder auf der Bühne weggeschleudert hat. Das war unglaublich geil. Ich habe das einfach auch unglaublich genossen heute. Ja, fand ich auch. Also super angenehm. Mega, mega cool. Vor allem, ich meine, es ist halt ein bisschen schade, dass es sein letzter Abend war. Ja, aus Gründen. Aber war sehr, sehr schön. Hat auch ein bisschen Gänsehaut. War sehr, sehr toll. Weißt du, Shoddy, weißt du, warum es noch viel toller für mich war? Möglicherweise, weil ich morgen heiraten werde und meine Frau dabei war. Du heilige Scheiße. Ja, heiratet morgen. Ja, Herr Schörlokart ist der Trauzeuge. Der hat gesagt, der lässt sich ein paar nette Worte einfallen. Die Szene war auch großartig. Du Scheiße. Ja. Habt ihr euch nicht gestern erst kennengelernt? Maxi, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Genauso wie du dir Sorgen um mich gemacht hast, als ich diese Phase hatte. Ja, diese Phase, die Phase ist auch noch nicht vorbei. Du hast mir gestern dein Gesicht gezeigt. Gute Nacht, Sylvia Pia. Schön, dass du Sylvia sagst. Ja, aber ich bin nicht mehr der, Shoddy. Seitdem ich auf dem Stuhl gesessen habe, herrscht Klarheit bei mir im Kopf. Ja, aber danach hattest du noch mal die Maske auf kurze Zeit und hast gesagt, du willst mich in die Kirche treiben, als wir da waren, beim Western-Ding. Ja, das war aber nur geschauspielert. Nee, davon weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich der Kettensägenmann sein. Ja. Deshalb hatte ich die Maske da. Okay, verstehe. Danach habe ich sie symbolisch weggeschmissen. Ach so. Okay, Shoddy. Dann weiß ich Bescheid. Okay. Sag mal, hast du vielleicht doch noch so einen Schwimmreifen für mich die ganze Zeit hier? Ich würde gerne noch ein bisschen liegen. Hast du gerade ein paar Metal-Fragments? Bestimmt. Und eine Workbench brauche ich. Ja, nee, die habe ich nicht, aber da können wir rüber gehen. Aber Shoddy kann vom Arsten. Da können wir vom Arsten fahren. Ich glaube, ich brauche so 200. Aber Shoddy, wundern sie sich nicht. Shoddy, wundern sie sich nicht, wenn der Herr Sherlockard morgen möglicherweise so ein bisschen fischig aussieht. Möglicherweise liegt er mit Klamotten. Du wirst es schon. Hast du ihn umgezogen? Möglicherweise. War er betrunken? Ja, er war sehr betrunken. Er hat verloren am Tisch und war sauer. Und dann ist er gegangen. Ich habe gerade innerhalb von zwei Runden Holler hier den restlichen Schrott gebracht an den Tisch hier. Der Tisch bringt Glück. Ja, ich war kurz drüben und eigentlich wollte ich hier auch noch mitpokern, aber naja. Aber Holler ist sowieso verloren. Die hat nur auf die Schnauze bekommen, egal was sie gemacht hat. Sie hat ganz schöne Probleme, ja. Ich weiß nicht, was sie als nächstes macht. Schilder mal, Business läuft ja nicht so. Die kriegt nie Geld dafür. Was willst du denn für einen haben? Wieder so ein Einhorn-Ding? Ja, Einhorn klingt gut. Holler, ich möchte mal was anderes haben. Hast du irgendwas, was meiner Frau gefallen könnte? Irgendwas Süßes, so Hexisches, irgendwas Fleisch. So mit Menschenfleisch. Hast du einen aus Menschenfleisch? Ja, Holler, du tut mir wirklich ein bisschen leid. Oh, ich brauche noch einen Tarp. Äh, warte. Nee, Menschenfleisch habe ich nicht. Aber ich kann eine Melone anbieten. Melonen sind nicht schlecht. Ich suche hier nach einem Tarp. So, Wassermelone. Ich habe einen Tarp. Tarp 1. Okay. Oh, ich habe was für dich. Ach du Scheiße. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Den finde ich auch geil. Okay, wollen wir rüber gehen schon? War es der schon? Ja. Leute, ich muss so pinkeln. Für die ganze Zeit. Wollte schon gehen, bevor... Ne? Bevor Daluk reingeradet hat. Okay. Kannst du ihn setzen? Ich kann ihn dir hinlegen und dann kannst du ihn selbst setzen. Ja, alles klar. Gibt es jetzt einen Donut? Oh, geil. Ja, Mann. Donut ist richtig gut. Mit Streuseln. Richtig geil. Ja, Maxi. Vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Ich danke dir. Das war großartig, Scholli. Alles hier. Morgen und übermorgen geht es nochmal richtig zur Sache. Ne, auch allgemein. Allgemein, du bist jetzt wirklich ein feiner Kerl. Und ich mache gerne Blödsinn mit dir zusammen. Ach du Scheiße. Scholli, damit kann ich doch nicht umgehen. Erzähl mir doch nicht sowas hier. Oder auch nicht, wenn so viele Leute zugucken. Doch, musst du jetzt aber umgehen. Ach du Scheiße. Nee, jetzt musst du immer weg. Und jetzt schönen Feierabend. Scholli, du auch. Ich liebe dich. Ein cooler Typ. Schaff gut. Ich auch. Ach du Scheiße. In der Love Story, in der Twilight. Knechti ist echt ein guter, ne? Knechti ist wirklich ein guter. Nicht, weil er jetzt das Kompliment gemacht hat. Das meint er wirklich ernst, ne? Knechtung TV kennt er bestimmt. Ja? So, Leute. Aber jetzt muss ich pinkeln. Und wenn ich wiederkomme, ist noch ein Mod da. Ist noch ein Mod da. Ich muss Beschäftigungstherapie für euch machen jetzt. Passt auf. Nicht Therapie, sondern ist noch ein Mod da. Ist ein Mod da. Eike, mach mal eine Umfrage. Ich will wissen, jetzt von den Dalu-Zuschauern, ob das wirklich die richtigen Zuschauer sind. Ich habe heute in kleiner Runde schon mal die Umfrage gemacht. Aber ich will wissen, ob die Dalu-Zuschauer auf meiner Seite sind oder nicht. Hawaii-Pizza, ja oder nein? So, bin gleich wieder da. Das Kabel ist so lang. Da bin ich mit meinen Haaren los. Einmal eine Umfrage, bitte. Einmal eine Umfrage. Wir wollen hier ein empirisches Ergebnis haben, Leute. Ihr habt jetzt zwei Minuten Zeit. Dann bin ich wieder da. Und wenn ich da nicht gleich sehe, was mir gefällt, die Leute mit der falschen Antwort, werden ja aktuell hart weggetimeoutet. Also, bis gleich. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach Leute, ihr habt es gesehen, ich sitze hier auf einem Holzstuhl, ne? Ich sitze hier auf einem Holzstuhl, der frisch umgezogen bin und mein Stuhl noch nicht da ist. Der kommt erst im April. Das heißt, ich muss den Rustplatz bei 50 Stunden am Tag auf einem scheiß Holzstuhl mit Kissen sitzen. So, wie sieht es aus? Wir schauen mal rein, Chat. Wir schauen mal rein. 135 Leute standen jetzt sagen, jei oder jei, weil über 200 Leute sagen gerade nay. Okay, Chat, wartet ab, bis das finale Ergebnis kommt. Also ich gebe wirklich alles, ja? Ich gebe wirklich alles, ne? Ja, da müsst ihr noch ran jetzt, Leute. Ja, wer noch nicht abgeschirmt hat, schaut mal oben rein. Die, äh, über dem Chat. Ja. Was gibt es denn hier für kulinarische Ideen? Wo wir gerade davon sprechen, Leute. Was macht der Lachsmann, also ich, eigentlich sonst so, ja? Dalu und ich haben zum Beispiel schon mal zusammen ein bisschen Valorant gespielt. Das war dabei. Among Us habe ich nicht mitgemacht. Wir hatten mal eine Dingsrunde, wo wir nach dem Rustplatz Season 2 dieses Malspiel, Gartic Phone, haben wir mal zusammen gespielt. Das war auch sehr witzig. Ansonsten gibt es hier viel Just Chatting tatsächlich, also Reaction Content. Also ich gucke sehr gerne Kochsendungen, also mein Lokal, dein Lokal. Und wir machen das meistens auch immer noch so mit so einer kleinen Sache. Wir gucken also nicht nur, sondern wir spielen meistens auch noch ein Bingo dazu. Also Rosins Restaurant, Bingo gab es, ja, Fummelfrank, dann hat mir mein Lokal, dein Lokal. Genau dafür gibt es das Kochmützen-Emote. Wenn ich dann nämlich mit meinem Halbwissen, mit meinem ganzen Kochwissen, was ich gesammelt habe, durch das ganze mein Lokal, dein Lokal gucken und diese ganzen anderen Sachen, die Taste, gesammelt habe, kann ich mit meinem Halbwissen, einfach komplett reingehen in die Kandidaten, die dabei sind und, ja, dummes Zeug erzählen. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Das ist immer sehr, sehr entspannt. Der Lachs mal bei Among Us. Ja, habe ich am Anfang auch gespielt, als der Hype losging, auch relativ viel. Aber da bin ich nicht strong genug. Schon gar nicht bei den ganzen Leuten, die jetzt noch viel mehr gespielt haben. Ich kenne auch die neuen Maps nicht. Ich habe das nicht mit den ganzen Rolls gemacht. Das wäre nicht cool. Zumindest wieder für mich. Wäre ich gut, ja. Der Lachs am Malen, das war großartig. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Follows hier. So, Leute. Die Abstimmung ist gleich durch. Also, wie es aussieht, gewinnt hier Nate. 223 Leute gewinnen gegen 151. Das heißt, liebe Mods, ich hoffe, ihr habt Bock, bitte die IDs rausbauen. Die 223 Leute müssen jetzt hier gebannt werden. Die können wir hier einfach nicht tolerieren. Also, das geht nicht. Ja, Dados Rolle ist immer funny. Das stimmt. Ja. Nein. Okay. Wenn das so ist, Leute. Ihr habt euch entschieden. War jetzt nicht die weiseste Entscheidung. Aber weg. Nein, nein, nein. Hier kann ja jeder essen, was er will. Pizza ist geil. Da kann man drauflegen, was man möchte. Es wird morgen geheiratet. Jauga. Das soll vielleicht Jaguar sein. Ich weiß nicht genau. Möglicherweise, wenn nichts mehr dazwischenkommt. Ich meine, ich könnte meine Freundin jetzt hier in meinem Haus einsperren und zwingen. Ich treffe nichts Schüssi. Das war es wert. Josh kämpft als Patriot für seine Pizza. Mr. Blackster ebenfalls. Ähm, ja. Ja, Döner ist sowieso, Leute. Alles außer Anderes. Nee, verstehe das auch. Muss ja nicht jeder mögen. Kann ja jeder essen will. Silverserver auch weg. Gute Reise. Also, großartig. Pizza. Wo hatten wir nochmal Pizza her? Wo kam Pizza nochmal her? Weiß gar nicht. Wie gesagt, hat Dalu gerade hier einen Clip gepostet. Der war echt gut. Das ist echt gut. Warte mal, wir gucken mal rein. Warte mal, wir gucken mal in den Clip rein. Ich muss erst mal öffnen. Ich muss erst mal gucken, ob das alles korrekt ist. Wir gehen mal auf Twitter. Gucken mal, was Dalu da gemacht hat. Ganz kurz. Okay. Die Qualität von Twitter ist aber nicht so gut, ne? Ich zoome mal rein. Vielleicht ist das ganz gut. Ich weiß es nicht. Okay, Leute. Ich glaube, im Rust werden wir jetzt nichts mehr machen. Dafür ist es auch einfach schon zu spät, Leute. Ich habe heute auch wieder nur 5 Stunden geschlafen. So wie eigentlich jeden Tag schon. In dem Browser kurz. Nicht ausgewählt, natürlich. Nice. So. Okay. Und zwar. Leute, übrigens. Das hier. Selmenrahmen. Und wenn wir die Kochformate gucken, ne? Dann kommt immer die hier. Ja? Damit es halt auch ein bisschen so ein bisschen authentischer wirkt. Das hätte ich Ahnung. Wenn ich schon Unfug rede, dann muss das auch, die Authentizität muss halt einfach da sein. Ja? Chimp in Koch muss dann auch in dem Chat gespammt werden. Das ist ganz klar. Ähm. So. Weg damit. Wir sind jetzt hier nicht in dem Format. Ähm. Naja, genau. Hey, Flux, du bist auch da. Ja. Okay, guckt mal hier. Lalo hat gerade geschrieben. Heute wurden wieder Tränen gelacht, dass es war, dass es wirklich war. Machen wir mal ganz kurz die Musik aus, weil wir jetzt da reinhören. Jetzt haben sich wieder Knallerszenen mit dem Chimp in Salmon AG, mit dem guten Lachsmann. Das war sehr schön. Wieder mal vielen Dank an alle Zuschauer, Teilnehmer für das tolle Projekt. Ja, es ist einfach großartig, Leute. Der Lachsplatz. Der Lachsplatz. Der Rustplatz ist einfach großartig. Ich liebe es, Chat. Es ist einfach nur toll. Ähm. Und ich habe lange drauf gewartet und bin sehr froh, dass die Admins Bock hatten darauf. Ja? Da freue ich mich sehr drüber. Lass mich in Ruhe. Ab und zu gibt es ja auch noch ein bisschen größer machen für euch, Leute. Ein bisschen hoch. Ein bisschen größer. Ja, guck mal, es geht so. Oder? Guck mal, wir gucken mal rein. Mit der Qualität, wenn ich das maximiere, ist es halt super schlecht. Also, folgendes Szenario. Wir stehen hier beim Zugucken während des Events von heute Abend. und, ähm, der Herr Sherlockat spricht mich, glaube ich, gerade an. Ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Pass mal auf. Shepard. So sieht's aus. Ja, auch hier in der Altenwesternstadt. Okay. Er hat mich auch. Okay. War es das erste oder zweite Mal, dass er mich Shepard genannt hat? Wir haben hier, wer ist denn das? Ja. Ja. Das war das zweite Mal. Er hat mich dann zweimal Shepard genannt. Und das auch nicht mit Absicht, ne? Einfach nicht mit Absicht. Macht erst mal. Ich mach euch ans. Bring schon mal deine Sachen weg. Mir geht da auch jetzt schon hin. Das war halt nicht mit Absicht, ne? Einfach großartig. Er hat sich einfach versprochen. Zwei Mal hintereinander. Das ist mir halt auch schon passiert. Auch ich liebe dieses Zusammenspiel. Einfach alles. Es ist einfach, es macht so viel Spaß, wirklich. Weil es gibt mir sehr, sehr viel, muss ich sagen. Ich hab auch nichts damit zu tun, dass da jetzt viele Leute zuschauen oder so, überhaupt nicht. Sondern es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, Chad. Ja. Voll Idee jetzt. Gerade jetzt, ich hatte ja erzählt, dass ich in den letzten zwei Monaten zweimal umgezogen bin. Das war alles nicht so einfach für mich. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass ich jetzt gerade, ne? Es gibt ja immer einen Tief und dann kommen wir dann hoch und dann bleiben wir am Hoch und arbeiten immer weiter. Und deshalb freue ich mich gerade sehr, dass es, es gibt mir sehr viel, das ganze Projekt, nicht nur mit Dalu. Einfach alles gibt mir sehr, sehr viel. Und darüber freue ich mich einfach. Und, ähm, und ich glaube, das gibt auch einigen anderen Leuten, bei denen es, oh, die Alerts sind an. Wir hatten die Alerts angestellt. Oh, andere Szene. Andere Szene als die Alerts. Ja, der sieht auch den Chip und mich, die wir selbst abgedreht haben, ne? Für Emma. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Mr. Blade, ne? Ja, da, da sind die Alerts jetzt. Scheiße. Habe ich ganz vergessen, dass die aus waren. Ähm, genau. Ähm. Ja, also es gibt ja wirklich sehr viel und ich glaube, der Rustplatz generell gibt es sehr vielen Leuten auch sehr viel. Also die, gerade in den aktuellen Zeiten, wo es ja schwierige Sachen, äh, schwierige Phasen gibt oder Momente gibt. Oder generell ist es einfach eine schwierige Zeit, ja? Ähm. Ja, und vielen Dank, Leute, auch für euch, die jetzt hier auf Twitter gefolgt sind. Wir haben tatsächlich die tausend Leute geknackt, das ist für uns super viel. Aber wenn du jetzt bei Dalu guckst, das ist ja dann, äh, Ciao, Kakao. Ja? In Twitter 112.000 als deutscher Streamer. Ja. Ja, okay. Okay, Chad. Äh, gehen wir mal in den Talkings, in den Talk. Ich kann echt nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden. Was bin ich hier so nah? Wo bin ich denn hier so nah? Och. Ihr seht doch, bei mir im Hintergrund ist noch viel Chaos. Also, das ist noch sehr, bei Chaos, weil ich es nicht sage. Ich verstehe noch ein paar Sachen. Bist du, die muss weg. Deine Erdnuss-Mutter. Ähm. Ähm. Ja, gute Nacht an alle, die jetzt schlafen gehen. Äh, wir sehen uns auf jeden Fall morgen ab 14 Uhr. So viel kann ich sagen. Da werde ich auf jeden Fall wieder da sein. Der Raspers ist legendär, ja. Und ich hoffe, dass wir morgen wieder eine richtig coole Poker-Runde hinkriegen. Heute hat so ein bisschen die Musik gefehlt. Da kamen wir vielleicht in den Flow rein. Und, äh, wir brauchen auch neue Jokes oder neue Sachen. Dass das wieder ein bisschen abwechslungsreicher war, ne? Da müssen wir uns was, äh, überlegen, ne? Ich bin raus. Gute Nachts Zeit gegen Lachs. Ey, du Schwein. Hau ab jetzt. Ich folge dir jetzt. Kannst du doch nicht machen. Kannst du doch nicht machen hier. Nicht Sidekick-Man. Ja. Ja, such dir den Morgen zu Poker ein, auf jeden Fall. Ja, diese ganze Sidekick-Raxman-Geschichte, das ist einfach alles toll. Das ist einfach alles. Es ist einfach großartig. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß in einem Computer-Game. Muss man wirklich sagen. Ich folge dir jetzt. Ja, jetzt kommen die ganzen Follos rein, Leute. Damit müssen wir leben, ne? Gute Nacht, Ziprosos. Okay, Chat. Wer von euch ist denn ein Nachtschwärmer? Ich folge dir jetzt. Unter Nachtschwärmer draußen. Sind da ein paar Nachtschwärmer da, die in der Nacht einfach erst richtig losgehen. Richtig ausrasten. Eine Eule ist da, Flux ist als eine Eule bekannt, das wissen wir alle. Lass mich hier vor. Vielen Dank für die Follos natürlich. Ja, da seht ihr es. Da haben wir richtig unlustige, also richtig unlustige Sachen gedreht, ne? Ja, Vivi, das musst du mir nicht mehr sagen. Ja, das sind echt viele, ne? Aber ich habe mich tatsächlich ganz ab des Rastplatzes habe ich mich zu einem Frühaufsteher entwickelt, mehr oder weniger. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich um 5 Uhr aufstehe. Aber ich habe da schon so meinen festen Rhythmus, meine Routine. Und der Rastplatz, der macht einfach alles. Alles kaputt, muss ich sagen. Aber das kriegen wir auch wieder hin. Das fixen wir. Ich halte eigentlich regelmäßig ins Gym. Und auch wenn man das nicht sieht. Aber das ist das ist jetzt nicht möglich einfach. Es ist nicht möglich. Ich gehe eigentlich 5, 6 Mal die Woche. Das ist nicht möglich hier um die Uhrzeit. Also nicht um die Uhrzeit, sondern in diesem Rhythmus gerade. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr empirische Erhebung hier. Um 3 Uhr nachts zu fragen. Leute, seid ihr eigentlich nachtäuren? Ich folge dir jetzt. Vielen Dank für dein tolles RP. Das freut mich. Danke, danke für die netten Worte. Ich feiere deine Rolle auf dem Rastplatz schon länger. Am Anfang des Season 1 brauchte ich etwas mit deiner Rolle. Aber mit der Zeit, weil da lag es mal eine coole Rolle in Season 3. Dieser Wechsel zwischen Öl-Rates, Main-Side-Castory, Poker-Arm und die Love-Story ist schon ziemlich genial. Spider-Freak, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr, sehr lieb. Ja, ich muss sagen, ich habe ja sonst keine Roleplay-Erfahrung. Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt hier im GTA-Roleplay ganz viel gemacht habe oder irgendwas. Sondern für mich ist Rastplatz die einzige RP-Erfahrung. Mehr habe ich nicht. Kommt der Sozialwissenschaftler raus. Ja, Ted, ist ja auch fein. Gute Nacht, gute Nacht, Bruggeron, Bruggeron. Doofkopf steht um 6. Okay, okay. Ja, deshalb ist das für mich in der ersten Season hatte ich folgende Probleme. Erstens, Rast. Ich hatte keine Rast-Erfahrung, ich muss erst mal das Game so ein bisschen lernen. Gut, dass da der Rastplatz länger ging. Zweitens, keine Roleplay-Erfahrung. Problem, erst mal reinkommen. Ja, habe den Clip von Devil Grape abgesegnet, also nicht wundern. Alles gut. Ja, wenn das passiert ist, alles gut. Ich vertraue euch da. Du brauchst mich nicht warnen. Einfach machen. Okay. Jetzt kommen wir im Süden. Okay, Chat. Da gucken wir rein. Da gucken wir rein, Chat. Da bin ich gespannt. Die Richtung habe ich ja gar nicht. Deshalb musste er so lachen. Ich habe mich gefragt, warum er da so lachen muss. Liebeskummer, ja, im Süden war die Antwort. Jetzt schon wieder, guck nochmal. Die Frage ist, jetzt schon wieder Liebeskummer und da kam die Antwort. Jetzt schon wieder Liebeskummer, Herr Lachsmann. Ich habe hier noch mehr Clips. Können wir noch ein paar Clips gucken? Gab es gute Clips? Eieieieiei. Ich habe generell so viele Tränen gelacht. Wer Clips hat, weiß nicht. Können wir irgendwie permitten? Also wirklich coole Clips. So wie das jetzt hier. Wenn ihr da irgendwas habt. Alles klar. Jetzt sticks. Jetzt sticks. Lauf gut. Danke fürs Streamen und deine Mühe mit dem Projekt. Sowohl du als auch der Lachsmann-Charakter sind absolut nice. Vielen, vielen Dank. Das ist ganz lieb. War nice. Jetzt kommen wir die Clips rein. Okay, Chat. Ganz entspannt. Ganz nacheinander. Wir müssen hier. Also am liebsten hätte ich gern Clips im Kontext natürlich mit Lachsmann und jetzt Dalukat. Oder generell mit Lachsmann oder wie wir hier jetzt bei Jimmy Salmon sind. Das wäre sehr, sehr cool. Moment, wir sammeln mal kurz. Wir sammeln mal kurz. Wir sammeln mal kurz. Und zwar, was habe ich jetzt? Den habe ich. Den habe ich. Den vom Platz da hier. Okay, wir können sammeln, Chat. Wir sammeln erst mal. Oh Gott, wie färde ich hier aus? Also sehe ich ja jetzt hier auch aus. Ohne Witz, die ganze Woche ist einfach made my day. Ja, es ist einfach. Also ich kriege mich jeden Tag weg. Aber auch im Raspers gehört der Lachsmann inzwischen zum festen Inventar. Immer mittendrin. Auf Hotboxen im 5G Trailerpark. Bis zu einer 30er. Also ja. Leute, man muss halt ein bisschen kreativ sein. Ich hatte, um das jetzt nochmal anzuknüpfen. Ich hatte halt in der ersten Season direkt das Glück mit den Roleplay-Legenden Turi und Aster gewohnen. Also ich habe direkt neben denen gewohnt. Und die haben mich da auch direkt so ein bisschen an die Hand genommen und reingezogen. Das war sehr, sehr geil. Das war sehr, sehr nice. Ich hatte da mit denen auch richtig viel Spaß. Also Aster ist großartig. Was nice wäre, Chat? Das ist jetzt aber eine große Bitte, weil ich nicht, finde ich halt schwierig. Wenn ihr Bock habt, auf unseren Discord zu gehen, wäre das großartig, sofern ihr Clips habt. Ihr könnt auch so auf unseren Discord gehen. Aber wir wollen vielleicht ein kleines After-Highlight-Video schneiden vom Rustplatz. Und es wäre halt cool, wenn ich halt auch Clips von Dalu hätte, aus Dalu's Perspektive. Und da jetzt hier Leute sind, ich muss natürlich Dalu fragen, ob ich die verwenden darf. Das mache ich auch. Ich denke, das wird ja abnicken. Das hat das letzte Mal auch gemacht. Es wäre cool, wenn ihr vielleicht ins Discord gehen könntet und es in den Clips-Channel posten könnt. Warte, ich zeige das mal ganz kurz. Und zwar Discord. Ich möchte jetzt hier nicht Sellout machen, aber ich will das mal ansprechen. Und zwar, das ist übrigens der Streamplan für die Woche. Ja, Rustplatz, diesen drei. Brücke ja das Lachs-Mann, täglich ab 14 Uhr. Sehr, sehr cute. Richtig cute gemacht. Das war schon der Streamplan die Woche davor. Da gab es eigentlich nur Huffy-Time, ein bisschen Valorant. Huffy-Time ist unser Format, wo wir halt wirklich, das ist das Reaction-Format. Da trinken wir zusammen Huffy, heißen Kaffee. Das hat sich irgendwie aus einem dummen Wortspiel mal ergeben. Deshalb ist es Huffy-Time. Und Rustplatz geht los. Genau. Und da haben wir hier einen Clips-Channel-Chat. Guckt mal. Ja. Wäre halt mega nice, wenn ihr Bock hättet, das ein bisschen zu supporten, weil es ihr 1, 2, 3 coole Clips an der Hand habt, aus Dahlus Sicht, mit dem Lachs-Mann-Kombination, dass ihr hier, boah, Nick-Nack, hier wurden schon einige gepostet, das ist mega nice, weil daraus können wir dann vorsondieren. Wenn ihr hier Clips postet, dann suchen wir aus den Clips halt schon mal noch ein paar geilere Sachen raus. Genau, Fich-Code oder Discord einfach rein, das wäre super cool. oh nice, Striker hat schon eingepostet, Dark Striker. Du bist auch oft bei Daulo, habe ich gesehen, auch mit Recht. Genau, das wäre halt mega cool, wenn wir hier schon ein bisschen vorsortieren könnten dann und ihr das vielleicht ein bisschen unterstützt, sofern ihr Clips habt. Ja, das wäre sehr, sehr, sehr nice. euer Benki hat schon gepostet, oder? Ja, nee, ja, doch. Ja, das wäre wirklich, wirklich lieb. Alles gut, hey, wieso Striker? Das ist doch super. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das passiert. Ähm, ja. So, möchte ich aber nicht nötigen, da reinzugehen, das ist ja immer, also, ihr seid bestimmt auf 5000 Discord-Servern und das will ja auch keiner. Ähm, das ist ja auch sehr nervig, wenn dann da und Pinks kommen und so weiter, wobei, wobei wir da wieder ein Rollensystem haben. Ähm, dass das nicht so passiert mit den, mit den, mit den Pinks, also Everyone gibt es bei uns eigentlich ganz, ganz selten. Da muss aber schon was passieren. Oh. Ein paar Clips gucken wir jetzt noch, Chad. Ups, oh ja, das habe ich nicht gesehen. Oder doch, das habe ich online, doch, oh, online, das habe ich an Twitter gesehen, wollte ich sagen. Scheiße. Scheiße. Können wir das mal wieder rauszoomen hier? Hab das denn gemacht? Kann es nicht gewesen sein. So. Ähm, Okay Leute, wir gucken mal ein paar Clips jetzt. Ja, also ich wäre euch wirklich dankbar, sofern ihr ins Discord kommt und ein paar Sachen postet, das wäre echt ganz, ganz lieb. Ähm, wenn ihr da was habt. Ja. Chad, passt auf. Ihr bekommt jetzt einen kleinen Leak, okay? Ihr bekommt einen kleinen Leak. Okay, Chad, passt mal auf. jetzt gibt es, ihr seid, ihr seid, ihr bekommt jetzt einen Leak, okay? Aber nur, ganz kurz. Ganz kurz. Okay. Ansonsten gibt es morgen, ja, Leak, genau, genau, Chad, passt auf. Es gibt es morgen auf Twitter. Es gibt es auf Twitter und auf und auf Instagram vielleicht. Also Leute, haltet euch irgendwo fest, nehmt euch irgendwas, passt euch irgendwo an, hier, nee, halt, das klingt falsch. Haltet euch einfach fest, irgendwas, was ihr habt, egal wo jetzt. Möglicherweise hat eine unserer Kollegen, werten Zuschauer etwas gemacht, etwas gebastelt. Macht euch, Chad. und wieder weg. So. Okay. Das finde ich tatsächlich sehr witzig. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Okay. Ich fand das tatsächlich sehr witzig. Ihr werdet das morgen sehen. Ihr könnt natürlich im VOD gucken und auf Pause drücken. Der 10.000 Highroller knapp hat eine Fotomontage bekommen. Wir werden sehen. Okay, Leute. Wir gehen rein in die Clips. Ist das okay so mit der Auflösung? Ach, da war ja nein. Okay, wir gehen rein. Green Grab direkt ready gehabt. War klar, Vivi. War klar. Okay, kommt auch auf die Liste hier. Kommt auch auf die Liste. Okay, wir gucken ein paar Clips. Was passiert hier? Dauw. Und ich. Über Umgehungsstraße K7. Und die 44. Das allerbeste. Ey, Leute. Würdet ihr das nicht cool finden, wenn wir einfach mal ein Pokerturnier oder einfach mal pokern in real mit den Leuten machen würden? Rocket Beans ist da ganz gut ausgestattet, ne? Geburtstag von meinem Bruder 87. Das war auch großartig. Reales Pokerturnier wäre mega nice. Das wäre so geil einfach. Ja. Ja. Aber spielen wir dann in unseren Rollen, Vivi? Also müssen wir uns dann auch so verhalten? Muss ich dir erst Geld leihen, damit du mir dann wieder Geld zurückleihst? Und dann rufst du vom anderen Tisch, ich liebe dich. Und ist das dann so ein Ding? Müssen wir das dann machen? Brauchen wir auch ein Cosplay einfach? Von allen. Muss ich das mit dem Rollo-Card auch so machen? Ich weiß es nicht. Wenn du draufstehst. Okay, Officer. Das ist Zeit für die Gefahrenbrille. Aber wir gucken jetzt mal rein. Ich stelle euch mal vor, Darlow und ich hätten halt einfach diesen fancy Anzug an. Der Rollo-Card. Das war heute ganz schön starr auf der A3. Hatte ich auch gesehen. Aber ich bin dann von der K7 runter. War das nach der 44? Das ist so geil gewesen. Es ist einfach so gut. So dumm, so stumpf, so einfach, aber so gut. So unfassbar gut. Oh Gott, die Summails, die kann sich kein Schwein angucken. So. Ja, Boro hat es natürlich schon gerafft. Ja. Kann das auch sein, oder? Okay. Gehen wir zu mir oder zu dir? Wir können gerne zu dir gehen. Oh, ist das Sound kaputt? Das war so, so nice. Es wäre so gut gewesen, wenn das Auto einfach kaputt gewesen wäre. Das wäre so gut gewesen. Da ist das Eis gebrochen, könnte man auch sagen. Das wäre richtig gut. Kann mal jemand das Bein hier vom Tisch runternehmen? Das ist mein Einsatz. Okay, okay. Ja, okay. Das ist ein Standort. Langs mal so. Geh ruhig, hol in. Bleib dir in der Familie. Ich liebe dich viel zu oft allein. Sollte bin ich stark genug, dir alles zu verzeihen. Ja, bitte schön. Ach, das ist mir. Ich hab' ich nicht. Diesem Moment habe ich jetzt noch nicht realisiert. In diesem Moment guckt mein Auge auf und ein Gewinner. Warte mal, wer hat denn hier gewonnen? Wir stehen da beide. 2,6,6. Jetzt realisiere ich das, glaube ich, den Raffel. Das muss Liebe sein. Das muss Liebe sein. Wir haben so viel gemeinsam. Wenn ich mich da so sehe, ist es ein bisschen unangenehm. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn ich mich da so sehe. Muss ich ehrlich sagen. Oder was ist das denn? Ah ja, okay. Oh, der verzockt schon wieder unser ganzes Geld. Auf 3K können sie mir doch hier als heran-, als Zeitgeber können sie mir doch einen Bonus geben. Also ich als Zeitgeber von Langsman. Der Groß. Ich geb dir hier, komm mal. Der Langsman. Der Langsman. Warum ist denn der Clip so komisch? Warum ist denn das Fenster so... Ihr seht ihr alles? Hä? Das Fenster ist voll verzogen, Leute. Seht ihr alles? Sorry. Ich hab' es grad nicht gerafft. Aber ihr seht alles. Ich will jetzt mal den Clip ein bisschen kaputt machen. Das ist jeder gerade. Aber das... Ich hab' es nicht gerafft, dass das Fenster verzogen ist. Der Chat-Around. Ah. Okay, fixe ich später. Alles gut. Ja, nee, ist nicht normal. Ihr seht den Chat rechts nicht. Ihr seht nicht das komplette Fenster. Das ist abgeschnitten. Das ist später hier oben, das ist abgeschnitten. Das ist abgeschmissen. 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 Was war hier los? Jetzt kommt der Tag. Jetzt werden wir die Läge zu schieben machen. Ziel erreicht. Ein Pokémon wird dich begleiten. Das hat eine solche Frage doch mal gesungen, ne? Und das ist die Szene hier. Die ist bestimmt mega nice, ne? Pasi ist auch eine Mega-Legende, ja? Pasi und ich hatten einen schlechten Start. Aber die Kerze der Wahrheit hat es geklärt. Ich bin schon da. Mach jetzt! Mach jetzt! Push! Das war das Beste auch. Das war einfach so... Das war so gut. Das war 12 von 10. Das ist ja... Das Daru das halt auch immer wieder schafft, ne? Daru singt sogar recht viel in seinem Stream. Ja, glaube ich. Glaube ich. Ich komme leider nicht dazu, so viel zu sehen, weil ich halt dann... Wenn dann selber streamen. Ja. Crazy. Crazy, crazy. Ja. Ach, Leute. Ja, was soll ich sagen? Ich bin hart müde. Ich bin sehr müde. Sehr, sehr müde. Das sieht man mir, glaube ich, auch an. Guckt mal. Und meine Cam ist irgendwie schon verzögert, oder? Ich weiß es nicht. Oh, ich sehe da fertig aus, ne? Leute. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Wir raiden jetzt jemanden. Chat, wir müssen gleich mal üben. Chat, wir müssen üben. Ja? Wir müssen üben, denn... Nein, nein, für dich nicht so müde, keine Sorge. Ähm. Wisst ihr, was wir machen? Wir raiden jemanden, der auch sehr viel Value... Ich folge dir jetzt. Einen sehr netten Dude, der sehr viel Value... Für Emma. ...in den Rustplatz bringt. Er hat euch noch an die Geisterjagd, an die Geisteraustreibung von Jen. Ich folge dir jetzt. Das war beim lieben Lost der Fall. Wir gehen jetzt rüber zur Lost, Chat. Wir sind jetzt hier eine richtig große Armee, wie ich das hier gerade sehe. Es sind tausend von Zuschauern hier. Tausend von schlafenden Zuschauern und Leuten, die keinen Pizza-Wein mögen. Wir werden jetzt dort rüber gehen. Wir werden da jetzt rüber gehen, Chat. Und das so machen, wie wir das bei Chimple Salmon hier machen. Wir werden die A's reinschreiben dort, okay? Jeder schreibt einen A-Mode rein. Und wenn er das A-Mode nicht hat, ein Großgeschriebenes. Ein Caps Lock A. E-Y. Okay, wir nehmen diesen Chat da drüben jetzt ein bei Lost. Wir sind nämlich ein Raid. Wir nehmen ihn ein. Und wenn das jeder einmal gemacht hat, dann spammen wir nicht weiter, weil wir wollen ja, dass das Stream-Geschehen nochmal weitergeht. Dann bestellt ihr einfach liebe Grüße. Alright, Leute? Alright. Gut. Wünsche ich euch, liebe Leute, da drüben. Wie viel Spaß. Ich danke euch für all die Follower. Für die ganzen Twitter-Follower möchte ich auch nochmal danken, dass wir die 1000-Marke geknackt haben. Es ist einfach großartig, Leute. Vielen, vielen Dank für die ganzen Subs heute, die reingeworfen worden ist. Die 50er-Bombe. Insane. Natürlich aber auch für alle anderen. Genau. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, Leute. Wir sehen uns morgen ab 14 Uhr. Danke für euren Support. Ich wünsche euch eine unglaublich schöne Nacht. Falls ihr jetzt ins Bett geht. Wenn nicht, dann nicht. Macht's gut, Leute. Gute Nacht. Gute Nacht. Wo ist der Knopf hier? Wo geht's raus? Scheiße. Gute Nacht, Mann. Bis dann. Hau dir jetzt rein. Der ist okay. Der ist. Der ist.